So, meine Damen und Herren, oben wäre es sehr schön, wenn dann auch oben die Tür geschlossen würde, weil es ist zwar eine öffentliche Sitzung, aber wir haben keine Säcke vor den Türen, sondern richtige Türen, Gott sei Dank noch. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, dann sage ich herzlich willkommen zur 12. öffentlichen Sitzung des Ausschusses Kultur und Medien. Auch die anderen Sitzungsteile, die nach dem Thema Documenta folgen, sind öffentlich. Deshalb will ich am Anfang sagen, ich habe auch geguckt, weil ich einige nicht kannte, sonst kennt man ja alle, die im Raum sind. Aber es sind zum Teil schon die Gäste der nachfolgenden Themen und es sind auch Begleitungen, da es eine öffentliche Sitzung ist, ist das natürlich so völlig in Ordnung. Wir haben aus gegebenem Anlass und aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung das Thema Documenta als ersten Tagesordnungspunkt zusätzlich auf die Tagesordnung genommen, machen diese Sitzung auch öffentlich, weil wir glauben, dass das auch natürlich im öffentlichen Interesse ist. Ich will noch mal sagen, dass wir das, glaube ich, allesamt sehr bedauerlich finden, dass die Documenta mit Überschriften wie Antisemitismus und Eklat verbunden ist in der Öffentlichkeit. Wir würden uns, glaube ich, allesamt wünschen, dass da in Zukunft wieder steht, die Welt der Kunst trifft sich in Kassel. Die Dokumente als eine der größten weltweiten Ausstellungen der zeitgenössischen Kunst, weltoffen und im Diskurs von Künstlerinnen und Künstlern mit der Gesellschaft. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das selbstverständlich gemeinsam wieder hinbekommen werden und dass die Dokumenta trotzdem ihren Stellenwert in der Kunst- und Kulturwelt behalten wird. Das wäre, denke ich, unser alles gemeinsames Ziel, da wo wir wieder hinwollen. Wir haben im Konsens zwischen den Fraktionen Gäste in den Ausschuss eingeladen. Ich will vorher noch mal dazu sagen, ich hatte sehr viele Anrufe vorher, die mir die Welt erklären wollten. Und ich hatte also von das ist ein Tribunal bis sonst alles am Telefon. Das ist der Ausschuss nicht. Das will ich noch mal ganz klar und deutlich sagen. Natürlich haben wir ein Interesse daran, in das Gespräch zu kommen und darüber zu reden und möglichst auch Aufklärung zu bekommen und das in ein gutes Ergebnis umzuwandeln. Da es aber eine sehr aufgeheizte Debatte ist, wie wir alle wissen, auch medial sehr aufgeheizte Debatte, würde ich auch alle Ausschussmitglieder bitten, dass wir in der sachlichen Frage und Antwortstellung bleiben. Ich glaube, wir können einen guten Beitrag dazu leisten als Ausschuss Kultur und Medien, dass wir die Debatte versachlichen und Lösungen finden. Das sollte am Ende auch das Ziel sein und dass wir wieder einen gemeinsamen Diskurs finden. Wir haben eingeladen, als Gäste mehr als anwesend sind. Zwei haben sich entschuldigt. Der Oberbürgermeister Herr Gesell ist in Haushaltsberatung, konnte leider unsere Einladung nicht Folge leisten, hat den Ausschuss aber umgekehrt eingeladen nach Kassel. Ich habe gesagt, er soll das mit Ihnen vielleicht über die Fraktionen im Einzelnen ausmachen und dass Sie auch gerne dorthin fahren. Aber als Ausschuss ist das für uns nicht leistbar außerhalb und schon gar nicht innerhalb von Sitzungswochen. Heute Morgen hat noch abgesagt, Frau Dorni ist natürlich hier, Frau Schormann wegen Erkrankungen mit hohem Fieber. Ich nehme an, sie sitzt gerade beim PCR-Test oder Ähnlichem. Das ist in der heutigen Zeit leider so. Das mussten wir leider dann zur Kenntnis nehmen. Deshalb bin ich sehr froh, Frau Dorn, dass Sie uns erhalten geblieben sind als hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, wobei Sie das ja auch nicht die ganze Zeit waren, sondern 2017 bis 2019 ist ja der jetzige Ministerpräsident Kulturminister gewesen. Also das tangiert ja gar nicht komplett Ihre Zeit. Trotzdem schön, dass Sie da sind. Herr Botmann als Geschäftsführer des Zentralrates der Juden. Und ich sage auch herzlichen Dank an Herrn Damawan als Mitglied des kuratierenden Kollektivs Ruanda Group. Das ist von der Documenta 15, dass Sie hier sind und dass wir uns mit Ihnen unterhalten können. Mehr will ich zur Einladung gar nicht, zur Einführung gar nicht sagen und sage dann natürlich unserer Staatsministerin Claudia Roth ein herzliches Willkommen. Wir haben, das will ich für die Mitglieder des Ausschusses und auch für die, die vielleicht im Livestream sind, noch sagen und erklären, ein bestimmtes Format, in dem diese Fachgespräche und Anhörungen stattfinden. Die BKM hat zehn Minuten für ihr Anfangsstatement. Alle anderen würde ich bitten, ungefähr bei sieben Minuten zu bleiben. Wir machen es in alphabetischer Reihenfolge. Das hat also die Reihenfolge, auch dazu hatte ich Anrufe, hat überhaupt gar keinen Hintergrund, sondern ist bei uns im Ausschuss immer rein alphabetisch. Das ist also keine Bedeutung, wer wann redet von der Reihenfolge her. Wir haben zwei Dolmetscher, die Englisch übersetzen und wir haben eine Dolmetscherin, die ins Indonesische übersetzt. Herzlichen Dank dafür. Dann schließt sich eine Fragerunde für die Fraktionen an, jeweils drei Minuten für Statement und Fragen. Ich habe eine Bitte, dass die Fragen, die direkt an Herrn Damawan gerichtet sind, auch als solche gekennzeichnet werden, weil die direkt ins Indonesische übersetzt werden, wo Sie ihn direkt ansprechen und dass wir dann auch die Möglichkeit der Übersetzung danach haben. Und er wird auch im Indonesischen antworten, sodass danach die Antworten wieder auf Deutsch übersetzt werden. Aber wenn Sie das adressieren, bitte an Ihnen, damit das kenntlich ist. Das wäre für das Verfahren sehr schön. Dann wird es die Antwortrunde geben und wir haben ungefähr anderthalb Stunden Zeit für diesen Teil der öffentlichen Sitzung. Ich will auch gar nicht mehr verschwenden. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass auf der Documenta ein antisemitisches Bild aufgestellt wurde, hat die Jüdinnen und Juden in unserem Land, aber weltweit erschüttert und hat uns alle erschüttert und entsetzt. Manche, und ich habe dafür wirklich großes Verständnis, stellen sich sogar die Frage, ob wir aus der Vergangenheit gelernt haben und ob bei uns wirklich kein Raum für Antisemitismus sei. Das ist, lassen Sie mich das so klar sagen, ein Versagen in der Planung und Durchführung der Documenta und es ist ein Wortbruch. Denn über Monate hat die Documenta uns versichert, auch mir persönlich versichert, dass für Antisemitismus auf der Documenta kein Platz sei. Im Vertrauen darauf habe ich die Documenta verteidigt gegen Angriffe und ihren Freiraum geschützt. Ich werde auch weiterhin die Freiheit der Kunst verteidigen, aber auch sie hat Grenzen. Diese wurden hier überschritten und dabei bleibe ich. Und dies muss Konsequenzen haben und enttäuschtes Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung, sondern eine globale Realität. Antisemitismus ist, wie es Adorno gesagt hat, das, Zitat, Gerücht über Juden. Dieses Narrativ des Vorurteils existiert weltweit und es existiert eben auch in Diskursen, die wir bisher vielleicht zu sehr durch die Brille der Kapitalismuskritik oder des Antikolonialismus gesehen haben. Der Holocaust ist eine deutsche Erfindung. Daraus erwächst eine Verantwortung für unser Land und für uns alle. Wenn wir es also ernst meinen, dann müssen wir die globale Realität des Antisemitismus gerade als Deutsche auch im globalen Zusammenhang bekämpfen. Die Bekämpfung des Antisemitismus muss so global sein wie der Antisemitismus selbst. Meines Erachtens ist die kuratorische Arbeit vor Ort nicht geleistet worden, wie das notwendig gewesen wäre. Zum Teil mag das ein immanentes Risiko des künstlerischen Ansatzes von Rohan Grupa sein. Aber wenn man solch einen kollektiven Ansatz kennt und will, dann hätte man daraus die Konsequenzen ziehen müssen. Dass dies nicht geschehen ist, liegt in der Hauptsache an unklaren Strukturen, nicht geklärten Zuständigkeiten, fehlender internationaler Expertise und diffusen Verabredungen. Das muss sich ändern. Ein paar Punkte, die besonders auffallend sind. Erstens. Der Oberbürgermeister kennt diese strukturellen Schwächen seit 2018. Er hat ja auch öffentlich gesagt, der Aufsichtsrat sei eventuell unnötig und jedenfalls könne er ihn ersetzen. Aber das ist aus meiner Sicht keine Grundlage für eine gemeinsame Arbeit. Und ich weiß mich hier mit der Kulturministerin des Landes Hessen und auch mit dem Ministerpräsidenten Hessens einig. Zweitens. Die Findungskommission hat laut der Homepage der Documenta, ich zitiere, erstmals die Funktion eines Documenta-Beirats. Sie begleitet den Projektprozess und sie steht Aufsichtsrat und der Geschäftsführung fachlich beratend zur Seite. Zitat Ende. Davon habe ich bis auf vereinzelte Ausnahmen bisher noch nichts gesehen. Und es drängt sich der Eindruck auf, dass diese Beratungsfunktion bisher nicht abgefragt wurde. Drittens. Den Projektprozess begleiten hätte nun einmal bedeutet, sowohl Ruangrupa als auch den ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern zu vermitteln, wo grundgesetzliche Schranken, gesellschaftliche Erwartungen, Diskurse und Meinungen in Deutschland verlaufen. Das hätte auch bedeutet, nach Deutschland hinein zu vermitteln, mit welchen Traditionen, mit welchen Ansätzen, mit welchen Neuerungen und Brüchen wir es zu tun bekommen. Das hätte bedeutet, beides in Verbindung zu setzen und sich darauf zu verständigen, wo die Menschenwürde ihre Grenzen setzt. Die Universalität der Menschenwürde braucht den internationalen Diskurs und sie braucht ihn dringender denn je. Der Respekt vor und die Wahrnehmung von kuratorischer Verantwortung ist übrigens das Gegenteil der Einschränkung von Kunstfreiheit. Er ist Teil der Kunstfreiheit. Und ich werde genau das auch weiter verteidigen. Aber ich werde auch kritisieren, wenn diese Freiheit nicht in Verantwortung wahrgenommen wird. Nochmals, den Projektprozess zu begleiten, heißt, Expertise einzuholen auf allen Ebenen, auch auf der des Aufsichtsrates. Und genau das habe ich schon im Januar angeregt, was vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates aber abgelehnt wurde. Die Documenta ist nicht nur der Stolz der Stadt Kassel. Sie ist nicht nur von einer starken Bürgergesellschaft getragen, sondern sie ist für Deutschland, für die Kultur unseres Landes und für die Kunst und Kultur weltweit sehr wichtig. Damit dies auch so bleibt und wir sie weiter fördern können, muss sie sich erneuern. Darüber bin ich mir mit dem Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes, die auch hier sehr gute Arbeit leistet. Das heißt, mit den VertreterInnen der Bundesländer, mit den Kommunen, also Städtetag, aber auch mit den im Stiftungsrat vertretenen Bundestagsabgeordneten einig. Ich stehe hier zu bereit und habe genau zu diesem Ziel einen Fünf-Punkte-Plan formuliert. Was wir hier auf der Documenta in dem Bild von Taring Padi gesehen haben, das ist die typische abscheuliche europäische antisemitische Bildsprache, die besonders über die Terrorherrschaft der Nazis in die Welt getragen wurde und die nun über diesen Umweg zu uns zurückkommt. Dabei ist eines für mich aber auch klar, gerade wenn und weil wir es ernst meinen mit der Menschenwürde und den universellen Werten, gerade weil wir Deutsche in unserer Geschichte immer wieder gegen die Menschenwürde verstoßen haben, gerade wegen der Massenmorde der Schoah und gerade weil die nationalsozialistische Herrschaft Unrecht und Schrecken über Europa und weite Teile der Welt gebracht hat, hat das aber auch etwas mit uns zu tun. Wenn wir es ernst meinen mit den globalen Zusammenhängen und der gegenseitigen Abhängigkeit, wenn wir es ernst meinen mit der Verteidigung der Menschenwürde, dann kann die Antwort nicht lauten, dass wir uns verschließen vor dem, was auf anderen Kontinenten geschieht, sondern einstehen für das, was nicht verhandelbar ist. Man bekämpft Antisemitismus nicht dadurch, dass man die Augen vor diesen Zusammenhängen verschließt und erst recht nicht durch Angriffe mit, ja auch das hat es leider gegeben, rassistischen Untertönen, in denen so getan wird, als seien Menschen aus dem sogenannten globalen Süden quasi qua Natur antisemitisch disponiert, sondern Antisemitismus wird bekämpft durch Kritik und gemeinsames Handeln. Und diese Gemeinsamkeit, die gilt es zu schaffen. Lassen Sie mich schließen mit einem Ausblick. Wenn und weil wir uns alle einig sind, dass für Antisemitismus kein Platz ist, wenn daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen werden und verlorengegangenes Vertrauen wiederhergestellt ist, dann ist auch wieder der Blick frei für das, was diese Documenta auch ist. Eine Ausstellung von Kunst und Kreativität aus dem ganzen globalen Süden und weit darüber hinaus. Wir können uns darüber freuen und ärgern, staunen und erleben. Wir können die Arbeit von weit über tausend Künstlerinnen und Künstlern würdigen und uns dann vernünftig streiten. Was ich mir wünsche, ist, dass uns Debatten nicht entgleiten, sondern dass Kontroversen faktenbasiert, konstruktiv und respektvoll ausgetragen werden. Denn auch für den Streit gibt es Regeln. Und dafür wollen wir eintreten. Gemeinsam mit Angela Dorn, gemeinsam mit Josef Schuster, mit Gremien und Verbänden, aber eben auch gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern, die mit ihrer Arbeit auf der Documenta zeigen, worum es geht. Menschenwürde, Menschlichkeit, Solidarität und den Schutz derjenigen, die ihn benötigen. Vielen Dank. Herr Botmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Staatsministerin, sehr geehrte Abgeordnete, die Documenta sollte als globales Ereignis eigentlich eine erfreuliche Angelegenheit sein. Zumindest für die jüdische Gemeinschaft war das die Documenta 15 leider nie. Am Anfang waren vor allem viele Fragen. Danach kam der Ärger und am Ende das Entsetzen. Das Entsetzen über übelste antisemitische Darstellungen vor den Augen der Welt und der Schock über das unverzeihliche Verhalten der Leitung der Documenta danach, namentlich von Frau Schormann und des Kasseler Oberbürgermeisters Herrn Christian Geselle. Nach den ersten Berichten über israelfeindliche Einstellungen und die Nähe zur Bekottbewegung BDS von Personen aus der Kuratorengruppe und der künstlerischen Leitung der Documenta suchte der Zentralrat der Juden in Deutschland im Februar das Gespräch mit der Staatsministerin Claudia Roth. Auch, dass keine israelischen Künstler eingeladen worden waren, beunruhigte uns. Den Boykott von Israelis in der Kunst und Kultur beobachten wir mittlerweile häufig. Israelische Künstler berichten von Nichtberücksichtigung und von Ausladungen. Das betrifft auch übrigens muslimische Israelis. Eine der bekanntesten israelfeindlichen Kampagnen betraf 2017 und 2018 das Popkulturfestival in Berlin. Auf Druck von BDS sagten mehrere Bands ab, weil die israelische Botschaft Hotel und Reisekosten für israelische Bands übernommen hatte. BDS wirkt bereits in Deutschland. Es ist ein stiller, aber ein außerordentlich effektiver Boykott, der Existenzen zerstören kann. Es werden pauschal Künstler, Wissenschaftler, Sportler boykottiert, weil sie aus einem bestimmten Land kommen, aus dem einzigen jüdischen Staat. Es war uns ein Anliegen, dass die Verantwortlichen der Documenta das Vorgehen von BDS im Blick haben und eine ehrliche Befassung mit den eigenen Einstellungen und denen der Kuratorengruppe und Künstler führen. Unsere Bedenken wurden jedoch von Anfang an beschwichtigt, weggebügelt und teils gar als rassistisch bezeichnet. Am 7. Februar erklärte die Staatsministerin für Kultur und Medien in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich zitiere, die Veranstalter und Kuratoren haben sehr deutlich gesagt, dass sie jede Form von Antisemitismus und Rassismus ablehnen. Zitat Ende. Unser Gefühl, dass dies leider nicht stimmt, wurde nicht ernst genommen. Die gewählte Repräsentanz des deutschen Judentums hat sehr deutlich diese Ängste signalisiert. Sie wurden leider nicht gehört. Bei dem Gespräch zwischen dem Zentralrat und der Staatsministerin wurde vereinbart, dass eine miteinander abgestimmte kleine Expertengruppe beauftragt werden solle, die Documenta-Vorbereitungen von Februar bis zur Eröffnung zu begleiten, um gewährt zu haben, dass es im Rahmen der Documenta keinen Antisemitismus gibt. Ein solches Gremium wäre, wie sich nun zeigt, auch im Interesse der Documenta gewesen. Doch die Documenta-Leitung verweigerte sich. In einem Videogespräch mit mir persönlich machte Frau Schormann folgende Zusage. Ich zitiere, Herr Botmann, ich garantiere Ihnen, dass es auf der Documenta keinen Antisemitismus geben wird. Zitat Ende. Auf meine Nachfrage hin lehnte es Frau Schormann aber ab, sich festzulegen, was sie als antisemitisch versteht. Geschweige denn die weltweit anerkannte und durch die Bundesregierung angenommene IRA-Antisemitismus-Definition anzuwenden. Stattdessen wurde ein Gesprächsforum in Aussicht gestellt. Entgegen der Ankündigung wurde der Zentralrat der Juden nicht in die Planung mit einbezogen. Im Gegenteil bekamen wir ein vollendetes Programm der Reihe We Need to Talk vorgelegt, in dem Antisemitismus nicht mehr im Zentrum stand, sondern umrahmt war von postkolonialen Diskursen, der Auseinandersetzung mit Rassismus und einem sogenannten antipalästinensischen Rassismus. Die Podien waren sehr einseitig besetzt. Vertreter der jüdischen Gemeinde Kassel oder des Hessischen Landesverbandes der jüdischen Gemeinden fehlten, genauso wie Vertreter des Zentralrats der Juden. Offenkundiger kann man nicht zum Ausdruck bringen, dass man die Perspektive der jüdischen Gemeinschaft für vernachlässigbar hält. Aus diesen Gründen sah sich der Präsident des Zentralrats, Herr Dr. Schuster, veranlasst, einen Brief an die Staatsministerin zu schicken. Einige Teilnehmer der Gesprächsreihe sagten daraufhin ihre Beteiligung ab, da sie, wie wir, den Affront gegenüber den Juden in Deutschland verspürten. Die Geschäftsführung der Documenta musste die Gesprächsreihe schließlich absagen. Ihr totales Scheitern wäre ansonsten zu offensichtlich gewesen. Dies führte dazu, dass es der Bundespräsident Höchst selbst war, der sich entgegen der Tradition genötigt fühlte, bei der Eröffnung der Documenta 15 klar Stellung zu beziehen. Doch nicht einmal die Intervention des Bundespräsidenten sorgte dafür, dass die Leitung der Documenta ihrer Verantwortung nachgekommen wäre. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass ein Bild wie People's Justice von Taring Padi auf dem zentralen Platz in Kassel auf der Documenta gezeigt werden könnte. Jede Diskussion zur Frage der Interpretation der Kunstfreiheit oder des kulturellen Zusammenhangs erübrigt sich hier. Das ist Judenhass in reinster Form. Und leider ist im Rahmen der Documenta 15 dieses Bild als antisemitisches Werk kein Einzelfall. Bilder wie Gernika Gaza, Begleitvorträge sowie terroristische Propagandafilme mit antisemitischen Inhalten und Titeln wurden von den dargestellten Stürmerkarikaturen völlig überschattet. Bei einer solch massiven Entgleisung sollte man meinen, dass bei jedem mit ein bisschen Restanstand Einsicht und Demut einkehrt. Nicht so bei der Documenta-Leitung und den Kuratoren bzw. Künstlern. Die einen schwadronieren, das Bild sei angeblich falsch verstanden worden und durch die Verhüllung würde das Bild zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs, die andere bedauerte, dass Gefühle verletzt worden seien und man sich weitere Expertise holen wolle. Eindrücklicher kann man nicht unter Beweis stellen, wie wenig man bereit ist zuzuhören. Antisemitismus ist keine Meinung, über die man ausführliche Diskussionsveranstaltungen abhalten muss. Antisemitismus ist eine abscheuliche Haltung, die historisch und auch aktuell zu mörderischen Verbrechen führte. Und führen kann, meine Damen und Herren Abgeordneten, eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit den eigenen antisemitischen Ressentiments kann unangenehm und mitunter schmerzhaft sein. Zu einer derartigen Auseinandersetzung war und ist in Kassel niemand bereit, von den Kuratoren und Künstlern ganz zu schweigen, die sich hinter ihren amorphen Status als Kollektiv verstecken. Unser Gefühl, das auf langen Erwartungen basiert, Erfahrungen basiert, das sich leider bestätigt. Wenn BDS-Aktivisten Einfluss haben im Kulturbereich, dann agieren sie dort antisemitisch. Die 2020 gegründete sogenannte Initiative GG 5.3 Weltoffenheit, die sich offen gegen den Anti-BDS-Beschluss des Deutschen Bundestags stellte, hatte gebetsmühlenartig wiederholt. Sie verurteile Antisemitismus. 2021 unterstützten die Unterzeichner der Initiative, darunter viele Verantwortliche aus dem Kulturbetrieb, die sogenannte Jerusalem Declaration on Antisemitism, die letztlich BDS hofiert. Zu den Initiatoren und Unterstützern gehören unter anderem der Intendant des Hauses der Kulturen der Welt, Herr Bernd Scherer, sowie die künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, Frau Hortensia Völkers. Erst im Juni 2022, also letzten Monat, hat im Haus der Kulturen der Welt die Konferenz Hijacking Memory stattgefunden. Sie war ein massiver Versuch, den deutschen Erinnerungsdiskurs über die Schoah zu verschieben. Und ähnlich wie auf der Documenta waren auch Vertreter von postkolonialen Positionen dort besonders aktiv daran beteiligt, die Ängste und Befürchtungen der in Deutschland lebenden Juden lächerlich zu machen oder in den Dunstkreis rechtspopulistischer Gesinnung zu stellen. Die weltweite Erinnerung an koloniale Verbrechen wurde hier unweit des Denkmals für die ermordeten Juden Europas instrumentalisiert, um, wie es scheint, vor allem den Holocaust zu relativieren. Zurück zur Documenta. Was ist also das Resultat? Ein antisemitischer Skandal, der über die Bundesrepublik hinausreicht. Mit massivem Vertrauensverlust für uns Juden in Deutschland gegenüber der kulturellen Elite. Was machen Sie nun, um dieses verlorengegangene Vertrauen wiederherzustellen? Es gibt keine Rücktritte der verantwortlichen Personen. Niemand übernimmt Verantwortung. Das können wir nicht akzeptieren. Unser Gefühl hat uns leider nicht getäuscht. Die Documenta muss neu gedacht werden. Der Bund und das Land Hessen müssen wieder ein nicht übergehbares Mitspracherecht und Zugriffsrecht auf die handelnden Akteure bekommen. Dass Frau Schormann immer noch im Amt ist, ist eine Zumutung. Man fragt sich ernsthaft, wie hoch der Grad an Toleranz für Antisemitismus eigentlich sein kann. Ferner ist offenkundig geworden, wie richtig und wichtig der Beschluss des Bundestages zur BDS war. Der Bundestag hat von der Bundesregierung unmissverständlich gefordert, keine Veranstaltung der BDS-Bewegung oder von Gruppierungen, die deren Ziele aktiv verfolgen, zu unterstützen. Diese Forderung richtet sich auch an die Kulturaktivitäten des Bundes. Dem muss nun Folge geleistet werden. Direktoren und Intendanten, die der BDS-Ideologie Vorschub leisten, sind Fehlbesetzungen. Es gäbe Anlass, unter anderem beim Haus der Kulturen der Welt mal genauer hinzuschauen. Wir erwarten, dass die Perspektive der jüdischen Gemeinschaft künftig zu ihrem Recht kommt. Die Documenta 15 wird in ein paar Wochen Vergangenheit sein. Und es werden wieder andere Fragen in diesem Ausschuss diskutiert werden. Fragen der Restitution zum Beispiel. Auch hier erleben wir, wie Kultureinrichtungen und Museen die Rechte von Jüdinnen und Juden übergehen. Während die sogenannte Limbach-Kommission in den letzten 20 Jahren gerade mal 22 Fälle bearbeitet hat, hat ihr französisches Pendant, Sie bis zu etwa... Aber das würden wir gerne zu einem anderen Thema machen. Es wäre wirklich sehr schön, damit wir genug Zeit fürs Gespräch haben, dass wir die Nachfrage mit dem Thema beschäftigen. Okay, letzter Satz. Wir sitzen heute hier und begutachten einen Scherbenhaufen. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, dass nicht noch mehr kaputt geht. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird. Vielen Dank. Ich sage Ihnen zu, dass wir das Thema Kulturgut und Restitution auf dem Schirm haben. Und auch extra beraten werden. Aber das können wir heute zeitmäßig einfach nicht gut unterbekommen. Vielen Dank. Herr Damawan, bitte. Und meine Damen und Herren, das wird dann immer direkt übersetzt danach ins Deutsche von Ihnen. Wenn ich das jetzt vorneweg sagen darf, ich weiß, was er sagen wird. Das habe ich heute Morgen bekommen. Und ich könnte es jetzt in einem Stück nachher übersetzen. Ja, auch sehr gerne. Gehen Sie nur näher ans Mikro. Suchen Sie sich irgendwie einen bequemen Platz nachher, wo Sie ans Mikro kommen. Oh, ich hatte mein Mikro noch gar nicht an. Entschuldigung. Ja, wunderbar. Aber wir geben zuerst Herrn Damawan, gerne das Wort. Ja, auch sehr. Das war, das war, das war, das war, das war. Vielen Dank. Saya ingin melanjutkan dengan mengangkat dua pembicaraan yaitu karya taning padi berjudul Keadilan Rakyat dan juga proses perjalanan panjang rumbung. Tapi sebelum itu, mewakili ruang rupa, izinkan saya sekali lagi mengulangi permohonan maaf kami setelah ditemukannya gambar yang mengandung unsur antisemit di salah satu karya yang dipamerkan. Kami memohon maaf atas rasa sakit dan ketakutan yang muncul disebabkan oleh gambar figur tersebut, baik secara langsung di Dokumenta 15 maupun yang direproduksi oleh pemberitaan media. Kami memahami situasi yang sedang berlaku mengenai hal tersebut di atas dan itu pula tentang kenapa bandar besar Taring Padi Keadilan Rakyat bisa dipamerkan tanpa ada satupun orang yang memperhatikan bahwa di dalam bandar tersebut ada gambar yang bisa menyebabkan masalah. Saya ingin menjawabnya dengan beberapa cara. Datang dari Indonesia, bagi kami sangat penting untuk menceritakan tentang konteks sejarah Indonesia melalui karya-karya Taring Padi dengan mengikut sertakan karya-karya awal mereka yang dibuat di tahun jatuhnya rezim orde baru tahun 1998 dan era awal reformasi pasca 1998, era di mana ketika itu ruang rupa juga didirikan. Ada beberapa hal praktis yang menyebabkan dan teknis yang menyebabkan pemasangan bandar tersebut tertunda, termasuk konstruksi yang akan menopang karya tersebut. Ketika bandar akhirnya bisa digantung, kami mengetahui bahwa kondisinya terlalu rapuh untuk bertahan selama 100 hari dan sepanduk itu sangat perlu untuk diperbaiki. Akibatnya keadilan rakyat baru dapat kita semua nikmati pada saat pembukaan publik setelah preview selesai. Sepanduk yang dibuat secara kolektif tersebut, lebih dari 20 orang mengerjakannya sekaligus, termasuk bagian-bagian yang dipermasalahkan, mengandung elemen-elemen yang tertanam dalam sejarah dan bahasa visual Indonesia. Sejarah tersebut termasuk tentang bagaimana dinas-dinas rahasia barat menyokong rezim pembantai yang kejam yang mengakibatkan terbunuhnya lebih 500 ribu hingga 1 juta orang atas nama anti-komunisme pada tahun 1965. Sejarah tersebut juga mencakup jauh ke belakang ekspolitasi para penjajah selama berabad-abad oleh kerajaan-kerajaan Eropa seperti Belanda dan juga Jepang selama Perang Dunia Kedua. Bagian dari kekerasan kolonialis adalah diadu dombanya orang-orang naun kulit putih untuk saling menghancurkan. Anda pasti tahu bahwa dalam kasus Indonesia sendiri, orang-orang Indonesia direkayasa sedemikian rupa untuk melawan minoritas Cina dan untuk melakukan ini, seperti yang mungkin Anda ketahui juga, para perwira Belanda tersebut memperkenalkan ide-ide dan citra antisemit Eropa untuk menggambarkan orang Cina dalam cara orang Eropa menggambarkan orang Yahudi. Hal ini dengan cara yang mengejutkan dan memalukan menemukan siklus penuhnya pada kasus ini. Gambar itu berasal dari Eropa, kemudian diubah dan disesuaikan dalam konteks budaya kami dengan cara yang sama sekali tidak layak. Ini adalah sebuah proses yang perlu kita semua renungkan. Pendekatan kuratorial kami bukanlah pendekatan otoriter klasik yang memegang kontrol penuh atas seluruh unsur kekaryaan dalam peristiwa pameran. Kami lebih memilih untuk saling berkolaborasi sehingga seniman-seniman bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi bagian dari proses kekaryaan mereka sebelumnya dan lalu menerjemahkannya ke konteks kasel dengan cara yang tidak ekstraktif dan bisa regeneratif dalam proses mereka. Kami mengadakan diskusi terus-menerus dengan seniman tentang etika, proses, dan cara mereka bekerja. Seringkali kolaborator kami mengundang lebih banyak kolaborator lagi. Kami menaruh kepercayaan mutlak dalam proses ini kepada kolaborator kami yang dapat menghasilkan karya-karya yang mungkin mengejutkan, bahkan untuk kami sendiri. Keputusan-keputusan dibahas dan diambil secara bersama-sama dalam majelis. Pendekatan kuratorial dan tanggung jawab dalam lubung terletak pada kolektivitas ini. Kami melihat ini sebagai upaya politik di mana agensi kolektif pengambilan keputusan dan kepengurusan menghadirkan cara lain dari pilihan bentuk yang otoritatif. Dengan setiap pihak yang bekerjasama dengan kami terlibat dalam proses ini, kami telah mencoba untuk mendesentralisasi peran artistic direction untuk Dokumenta 15. Hasilnya yang telah terbukti dapat dinikmati oleh ribuan pengunjung yang tak henti mengunjungi kastel sampai saat ini. Dan ini tidak mungkin terjadi tanpa eksperimen menuju proses yang lebih demokratis dalam merealisasikan sebuah pameran. Kami menyadari dan menyambut resiko ini sepenuhnya, mengetahui bahwa kami dapat mengambil kesalahan sebagai momen pembelajaran. Dengan menimbang semua keadaan yang ada, menurunkan karya keadilan rakyat dari Tarang Padi, kami sadari peruh adalah satu-satunya hal yang tepat untuk dilakukan. Dari sekian banyak tantangan yang kami hadapi di bulan-bulan sebelum pembukaan, kami ingin menyatakan bahwa saat-saat tersebut dipenuhi dengan rentetat tuduhan dan serangan yang tidak berdasar, yang tidak dirakukan lagi, menciptakan iklim di mana alih-alih nilai-nilai lumbung teraplikasi, saling belajar berdasarkan menghormati, dorongan, menginterogasi, menyensor, mengusir, tercipta secara terus-menerus. Pada kesempatan ini kami juga ingin menginformasikan kepada publik yang lebih luas bahwa sebagai akibat dari cerminan dari situasi ini, kami, ruang rupa dan tim artistik bersama dengan kolaborator kami, para seniman dan anggota tim yang bekerja untuk Dokumenta 15, masih mengalami berbagai tantangan, pelecehan, baik secara fisik maupun di renang platform digital hingga hari ini. Kami sadari bahwa hal ini adalah pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami bersama manajemen Dokumenta untuk menjamin rasa aman dan nyaman sampai 100 hari ke depan bagi semua. Jadi izinkan saya menyampaikan bahwa tuduhan terhadap kami tetap keliru. Seandainya obrolan kami terjadi dalam ruang dan waktu yang cukup, termasuk dengan di antara kami para seniman dan anggota tim, rasa setara harusnya dapat terperihara. Dialog dan rasa saling percaya, bukan konfrontasi dan berkesudahan, dan rasa saling berkhianat yang kita alami sampai hari ini. Dalam semangat serial Winnie to Talk, seharusnya dapat berjalan demi terjadinya diskusi secara produktif dan terbuka tentang artisemitisme dan rasisme dalam ranah seni dan masyarakat. Saya ingin memperjelas juga bahwa tidak ada boykot tersembunyi terhadap orang Israel atau Yahudi. Adalah sebuah fakta yang kami tahu belakangan bahwa Dokumenta 15 juga dikerjakan bersama seniman-seniman Israel dan Yahudi yang akibat permintaan pihak-pihak yang bersangkutan dengan hormat tak akan kami sebut namanya. Kami tidak pernah memahami peran yang harus kami emban di sini dalam rangka menghadirkan representasi suatu negara-negara tertentu atau berdasarkan identitas etnis dan agama. Sebagian besar kami bekerja dan mengembangkan lumbung sebagai konsep dan praktek justru karena kami mempertanyakan sistem kerja dan politik negara bangsa. Seniman bekerja untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan dan identitas nasional, negara, etnis, dan agama, dan mereka menolak untuk dikait-kaitkan dengan hal-hal tersebut. Kami yang berpameran di Dokumenta 15 termasuk ruang rupa dan terimpadi berasal dari konteks di mana sensor sering terjadi. Adalah niatan kami dari awal untuk merayakan kebebasan berekspresi melalui Dokumenta 15. Hal ini penting tidak hanya bagi komunitas lumbung dan Dokumenta, tapi juga bagi seluruh perjuangan di seluruh dunia yang mendukung suara-suara kritis, melawan kekerasan negara dan kapitalisme yang melahirkan krisis iklim, yang pada saat bersamaan menjadi ancaman juga bagi dan di Jerman. Kami memahami bahwa terlepas dari keyakinan ini, kebebasan berekspresi ini tidak boleh meluas ke hal-hal yang menyakitkan atau bersifat menghasut. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar apapun yang menyerupai atau berbau seperti sensor, pembunggapan suara, dan reproduksi trauma yang kita semua harus hadapi setiap hari tidak terjadi. Sebuah kondisi di mana kekuasaan menjalankan kendali mereka dengan mengawasi praktek seni, mengarahkan apa yang boleh dilakukan, dikatakan, diekspresikan, dan juga mengawasi penggunaan sumber dayanya, selain kami ingin belajar dan kesalahan kami, penting untuk mengingatkan Anda bahwa kami juga di sini untuk berbagi perspektif, pengalaman, dan pengetahuan kami. Izinkan saya mengakhiri dengan mengatakan bahwa ini bukan tentang Global South, sebagai sesuatu yang asing bagi atau terpisah dari dunia bagian utara. Orang-orang Eropa telah hidup berdampingan dengan apa yang disebut sebagai dunia bagian selatan selama berabad-abad. Sejak masa penjajahan hingga di era ekspansi kapitalisme sampai saat ini. Pesejajaran yang melihat Dokumenta 15 sebagai pameran yang mewakili suara-suara dari bagian selatan hanya akan mereduksi ide dan diskusi yang telah kami angkat di Lumbung dan di pameran ini. Dengan metode Lumbung, kami harap lebih banyak lagi pembicaraan tentang bagaimana kita semua bisa belajar, berbagi, dan hidup bersama dengan orang-orang dari kosmologi yang berbeda, namun saling berhubungan. Kami harap kita semua bisa merealisasikan potensi besar ini sampai pameran 100 hari ini selesai, dan juga yang terpenting setelahnya. Terima kasih banyak. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Darawan. Bitte, Frau Heinschner. Guten Tag, sehr... Ich kann nicht so schnell sprechen. Guten Tag, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Ich bin Adi Darawan und stehe heute vor Ihnen als Vertreter von Ruang Rupa. Ich möchte diese Anhörung in der Ausschusssitzung mit einem Bezug auf die Geschichte beginnen. 1955 hat Arnold Bode mit der Documenta einen Kunst-Event in Kassel, Deutschland, ausgerichtet, um die durch den Zweiten Weltkrieg geschlagenen Wunden zu heilen. Im gleichen Jahr hat einige Monate zuvor in Bandung, Indonesien, eine Gruppe von politischen Führern dieser Welt, gemeinsam, also kollektiv, mit der Asien-Afrika-Konferenz, den Grundstein für das gelegt, was später als die blockfreien Bewegung bekannt wurde. In dieser wichtigen Konferenz wurde darüber diskutiert, wie man auf den Ruinen, die der Kolonialismus hinterlassen hat, eine Unabhängigkeit schaffen könnte. Wir glauben, dass diese beiden historischen Tatsachen, die im gleichen Jahr stattgefunden haben, wir hier nennen sollten, da sie uns zeigen, wie hier auf unterschiedliche Weisen auf die Grausamkeiten des Krieges reagiert wurde. Die Documenta 15 wurde voller Freude eröffnet. Es war ein langer Weg bis zu dieser Eröffnung, der von verschiedenen Herausforderungen begleitet war. Angefangen von der Corona-Pandemie und dann auch den Vorwürfen des Antisemitismus, die während der letzten sechs Monate vor der Eröffnung gegen uns erhoben wurden. Während dieser schwierigen Situation hatten wir immer die Hoffnung, dass die Eröffnung der Documenta 15 für das Entstehen und den Wert unserer kollektiven Arbeit während der ganzen Vorbereitungszeit ein deutlicher Beweis sein würde. Und zugleich hofften wir, dass damit der Moment gekommen sei, wo wir gemeinsam Wahrheiten aussprechen und uns künftig wechselseitig verstehen können. Im Folgenden möchte ich die Hauptthemen aufgreifen. Das Werk mit dem Titel People's Justice von Taring Padi und den langen Weg des Lumbung-Prozesses. Aber zuvor mögen Sie mir in Vertretung für Ruang Rupa erlauben, unsere Bitte der Entschuldigung hier nochmals zu äußern. Wie es auch schon in unserer Online-Erklärung heißt, entschuldigen wir uns für den Schmerz und die Angst, die diese antisemitischen Elemente in den Figurenzeichnungen bei all denjenigen hervorgerufen haben, die Sie direkt vor Ort oder in den Reproduktionen der Medienberichterstattung gesehen haben. Wir verstehen die Situation, die hierdurch entstanden ist. Deshalb bin ich hier, Ihre Fragen zu beantworten, warum und wie es dazu kommen konnte, dass das große Banner People's Justice von Taring Padi ausgestellt wurde. Ohne dass nur auch eine einzige Person von uns darauf achtete oder daran dachte, dass auf diesem Banner es Zeichnungen gibt, die ein Problem darstellen könnten. Diese Frage möchte ich auf verschiedene Weise beantworten. Für uns ist es sehr wichtig, mittels der Werke von Taring Padi über den geschichtlichen Kontext Indonesiens zu erzählen und hierbei auch die frühen Werke der Gruppe mit einzubeziehen, die sie in den Jahren um den Fall des Regimes der neuen Ordnung von Zuharto und den Beginn der Reformperiode, also nach 1998, gemacht haben. Denn dies ist auch die Ära, in der Ruang Rupa gegründet wurde. Es gab leider praktische Probleme beim Aufbau des Gerüstes und auch dann am Material des Banners, dass dieses Banner noch nicht in der Preview zu sehen war. Es war so brüchig gewesen, das Material, dass es repariert werden musste und somit erst mit der Eröffnung sichtbar war. Das kollektiv hergestellte Banner, an dem damals in den vor 20 Jahren mehr als 20 Personen gleichzeitig gearbeitet haben, enthält in den betreffenden Abschnitten Elemente, die tief in die Geschichte und Bildsprache Indonesiens eingebettet sind. Zur Geschichte gehört, dass westliche Geheimdienste das gewalttätige neue Ordnung Regime unterstützten, dessen Etablierung 1965 im Namen des Antikommunismus zur Ermordung von mehr als 500.000 oder einer Million Menschen führte. Zu unserer Geschichte gehören auch Jahrhunderte der Ausbeutung durch europäische Imperien, hier insbesondere die Niederlande, auf deren Herrschaft die Japans während des Zweiten Weltkriegs folgte. Teil der kolonialstaatlichen Gewalt war ein Gegeneinander ausspielen der nicht-weißen Menschen in der Kolonie, sodass sie sich gegenseitig zerstörten. Sie wissen wahrscheinlich, dass im Fall von Indonesien ein Unterschied zwischen indigenen Indonesiern und der chinesischen Minderheit konstruiert wurde. Hierbei haben niederländische Offiziere, wie Sie vielleicht auch wissen, europäische antisemitische Ideen und Bilder auf die chinesische Minderheit übertragen und sie in einer Weise dargestellt, wie Europäer Juden beschrieben haben. Es ist erschreckend und beschämend für uns, dass hier heutzutage der Zyklus der Übertragung weiter vollendet wurde. Ein in Europa entstandenes Bild wurde auf völlig inakzeptable Weise unserem kulturellen Kontext angepasst. Ein Prozess, über den wir gemeinsam nachdenken sollten. Unser kuratorischer Ansatz ist kein klassischer autoritärer Ansatz, der die volle Kontrolle über die Elemente der Arbeit bei der Schaffung der Ausstellung ausübt. Wir ziehen es vor, miteinander zu kollaborieren. Die Künstler sollen das weiterführen können, was Teil ihres bisherigen kreativen Prozesses war und es dann in den Kasseler Kontext übersetzen und zwar nicht auf extraktive Weise, sondern so, dass dieses regenerativ ihren Prozess möglichst befruchtet. Wir sind in einer ständigen Diskussion mit den Künstlern über ihre Ethik, Politik, ihre Prozesse und Arbeitsweisen. Oft laden unsere Kooperationspartner weitere Partner ein. Wir vertrauen bei diesem Prozess absolut auf unsere Partner und dies kann zu Werken führen, die uns manchmal selbst überraschen können. Entscheidungen werden gemeinsam in der Versammlung diskutiert und getroffen. In dieser Kollektivität liegt unser kuratorischer Ansatz und im Lumbung trägt die Verantwortung das Kollektiv. Wir verstehen dies als ein politisches Unterfangen, bei dem kollektives Handeln, Entscheiden und Verwalten als Alternative zu autoritären Arbeitsformen fungieren. Es ist also eine Dezentralisierung der künstlerischen Leitung. Mit allen, mit denen wir zusammenarbeiten und die in diesem Prozess beteiligt sind, haben wir versucht, die Rolle der künstlerischen Leitung auf der Documenta 15 zu dezentralisieren. Unsere Ergebnisse werden, wie der große Besucherstrom bis jetzt zeigt, von Tausenden von Besuchern geschätzt. Dieser Erfolg wäre ohne unser Experimentieren mit einem demokratischeren Prozess bei der Realisierung der Ausstellung nicht möglich gewesen. Wir wissen, dass dies ein Risiko ist. Wir sind es aber bewusst und eingegangen, da unserer Auffassung nach Fehler immer auch Lernmomente in sich werken können. Bei Abwägung aller Umstände war das Abhängen des Großbilds People's Justice für uns der einzig richtige Schritt. Bei den vielen Herausforderungen, mit denen wir in den Monaten vor der Eröffnung konfrontiert waren, möchten wir darauf hinweisen, dass mit ihnen auch eine Flut unbegründeter Anschuldigungen und Angriffe verbunden war. Was zweifellos zu einer Atmosphäre führte, in der am Ende nicht die Lumbung wehrte, insbesondere das wechselseitige Lernen mit Respekt voreinander praktiziert wurden, sondern ein Impuls zur Interrogation, zum Ausschluss und zur Zensur. Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um die breitere Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass wir, Juan Rupa und das künstlerische Team, zusammen mit unseren Partnern, Künstlern und Teammitgliedern, die für die Documenta 15 arbeiten, infolge dieses Klimas bis heute auf mehreren Ebenen Belästigungen erleben, physisch und digital. Wir sehen es als eine große Hausaufgabe für die Geschäftsführung und auch für uns, dass wir bis zum Ende dieser 100 Tage die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten. Lassen Sie mich bitte auch noch Folgendes sagen. Die Anschuldigungen gegen uns sind falsch. Hätte man Gesprächen ausreichend Raum und Zeit gegeben zwischen uns, den Künstlern und Teammitgliedern, hätte der Geist der Gleichberechtigung aufrechterhalten werden können. Dialog und Vertrauen statt Konfrontation und Misstrauen, was wir bis heute erleben, sollten im Sinne der We Need to Talk Reihe stattfinden. Wir dürfen und sollen auch zu einem produktiven und offenen Diskurs über Antisemitismus und Rassismus in Kunst und Gesellschaft kommen. Auch das möchte ich klarstellen. Es gibt keinen stillen Boykott gegen Israelis und oder Juden. Tatsächlich zeigt die Documenta 15 sowohl israelische als auch jüdische Künstler, die hier ihrem Wunsch gemäß nicht namentlich genannt werden. Wir haben unsere Rolle hier nie so verstanden, dass wir nationale Vertretungen einbringen oder die Auswahl auf der Basis ethnischer und religiöser Identitäten treffen. Die meisten von uns arbeiten und entwickeln das Lumbum-Konzept und seine Praxis, gerade weil wir das Arbeitssystem und die Politik des Nationalstaats in Frage stellen. Künstler arbeiten daran, sich von nationalen, staatlichen, ethnischen und religiösen Bindungen und Identitäten zu lösen und sie weigern sich, mit ihnen in Verbindung gebracht zu werden. Diejenigen von uns, die auf der Documenta 15 ausstellen, darunter Ruang Rupa und Taring Padi, kommen aus Kontexten, in denen es oft zu Zensur kommt. Es war von Anfang an unsere Absicht, die Meinungsfreiheit durch die Documenta 15 zu feiern. Das ist nicht nur für die Lumbum und Documenta Community wichtig, sondern für alle Kämpfe weltweit, die kritische Stimmen gegen staatliche Gewalt und Kapitalismus unterstützen, die wiederum die Klimakrise ausgelöst haben, die gleichzeitig eine Bedrohung für und auch in Deutschland darstellt. Wir verstehen, dass sich diese Meinungsfreiheit trotz dieser Überzeugung nicht auf Dinge erstrecken sollte, die beleidigend oder aufhörerisch oder aufhetzend sind. Daher hoffen wir aufrichtig, dass alles, was nach Zensur, dem Verstummen von Stimmen und der Reproduktion von Traumata aussieht, mit denen wir täglich konfrontiert sind, nicht passiert. Obwohl wir aus unseren Fehlern lernen wollen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir auch hier sind, um unsere Perspektiven, Erfahrungen und unser Wissen zu teilen. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass es hier nicht darum geht, dass die südliche Welt der nördlichen Welt fremd oder von ihr getrennt ist. Seit Jahrhunderten leben Europäer Seite an Seite mit der sogenannten südlichen Welt, von der Kolonialzeit über die Ära der Expansion des Kapitalismus bis heute. Eine unaufrichtige Ausrichtung der Documenta 15 als nur die Stimmen der südlichen Welt würde die Ideen und Diskussionen, die wir im Lumbung haben und in dieser Ausstellung aufgeworfen haben, nur reduzieren. Mit der Lumbung-Methode hoffen wir auf weitere Gespräche darüber, wie wir alle lernen, zu teilen und mit Menschen aus unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen Kosmologien zusammenleben können. Wir hoffen, dass wir dieses große Potenzial bis zum Ende der hunderttägigen Ausstellung ausschöpfen können und auch vor allem in der Zeit danach. Danke. Vielen Dank. Frau Dorn, bitte sehr. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrte Damen und Herren Bundestagsabgeordnete, herzlichen Dank für die Gelegenheit, aus Sicht des Landes Hessen zur Documenta 15 Stellung nehmen zu können. Am Eröffnungswochenende der Weltkunstausstellung Documenta waren auf dem Banner People's Justice des Künstlerkollektivs Taring Padi eindeutig antisemitische Motive zu sehen. Das war eine klare Grenzüberschreitung. Es waren Motive zu sehen, wie sie auch wegbereiter des beispielslosen Menschheitsverbrechens der Schoah waren. Um es klar zu sagen, das hätte niemals passieren dürfen. Im Vorfeld der Documenta wurde von der künstlerischen Leitung und der Generaldirektorin wiederholt versichert, dass dort keine antisemitischen Werke ausgestellt werden und anderslautende Vorwürfe unbegründet seien. Darauf musste sich die Landesregierung verlassen. Es ist schließlich die Aufgabe der künstlerischen Leitung im Sinne eines verantwortungsvollen Kuratierens, genau das sicherzustellen. Das Abhängen des Bildes war ein wichtiger, es war ein notwendiger Schritt, bei dem die Generaldirektorin Dr. Schormann unsere volle Unterstützung hatte. Im Zusammenhang mit der Krisenintervention nach Entdeckung der antisemitischen Bildsprache des Banners gab es leider weite Irritationen. Wir brauchen daher eine ehrliche Analyse, wie und warum konnte es dazu kommen, dass diese Motive ausgestellt wurden. Ich konnte am Rande einer Podiumsdiskussion in Kassel vor Ort spüren, dass man sich mit dem Bemühen um eine ehrliche Analyse vor Ort nicht nur beliebt macht. Wir haben jedoch aus meiner festen Überzeugung die Verantwortung dazu und das auch gerade im Interesse der Documenta selbst. Ich möchte dabei betonen, dass die folgende Analyse meine Analyse ist, meine erste vorläufige Analyse ist und nicht die des Aufsichtsrates. Ich vertrete heute nicht den Aufsichtsratsvorsitzenden, der sich dafür heute entschuldigt hat. Der Austausch im Aufsichtsrat erscheint mir aber zur Bewertung sehr wichtig. Daher haben die Vertreterinnen und Vertreter des Landes eine Sondersitzung in der nächsten Woche beantragt. Den nicht zu relativierenden Fehler, dass antisemitische Bildsprache auf der Documenta zu sehen war, den habe ich bereits benannt. Dazu kommt außerdem die Erklärung des Kollektivs Taring Padi, die das vor seiner Entfernung, als es kurzzeitig das Banner verdeckt war, bezeichnet dieses Banner als Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs. Genau das war problematisch und das war ein weiterer Angriff. Die Entschuldigung der künstlerischen Leitung Juan Cooper vor einigen Tagen und auch heute war wichtig. Es wäre aber für uns alle auch leichter gewesen, sie wäre direkt gekommen, als die Entdeckung dieses Werkes und der antisemitischen Bildsprache passiert ist. Die künstlerische Leitung der Documenta wurde erstmalig einem Kollektiv anvertraut, nicht also nur einer einzelnen Person. Dieses Kollektiv hat wiederum weitere Kollektive eingeladen. Diese Struktur war mutig, sie war neu, hatte offenbar aber auch dazu geführt, dass die Sorgfalt und die Verantwortung des Kuratierens gelitten hat. Im Nachhinein müssen wir uns auch als Aufsichtsrat der Frage stellen, ob wir die damit einhergehenden Herausforderungen mit der kuratorischen Arbeit nicht rechtzeitig gesehen haben und ob die von der Documenta geschaffenen Strukturen diesem ausreichend Rechnung getragen haben. Insgesamt zu konstatieren, dass trotz der Debatten im Vorfeld die Sensibilisierung und die Krisenvorsorge, insbesondere beim künstlerischen Team, aber auch bei der Documenta GmbH nicht ausreichend waren. Lassen Sie mich darauf eingehen, was seit bekannt werdender Antisemitismusvorwürfe getan wurde und was aus meiner Sicht auch weiter notwendig ist. Als im Januar bekannt wurde, dass sich einzelne Künstlerinnen und Künstler sowie Kuratoren dem BDS-Aufruf angeschlossen haben, haben wir, die Documenta Verantwortlichen, aufgefordert, den Sachverhalt unverzüglich aufzuklären. Uns wurde daraufhin mehrfach versichert, dass keine Hinweise vorliegen, dass auf der Documenta antisemitische Kunstwerke ausgestellt werden sollen. Um die künstlerische Leitung und die Kollektive zum Thema Antisemitismus zu sensibilisieren, das haben Sie heute schon zweifach gehört, habe ich gemeinsam mit der Kulturstaatsministerin Claudia Roth für eine Kommission zur externen Beratung der Documenta zum Thema Antisemitismus plädiert. Ich teile die Ansicht von Herrn Wothmann, dass dies geholfen hätte. Ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich Bundeskulturministerin Claudia Roth auch danken für ihren Einsatz, denn obwohl unser Vorschlag direkt vom Aufsichtsratsvorsitzenden Kasseler Oberbürgermeister sehr harsch öffentlich als Eingriff in die künstlerische Freiheit abgelehnt und kritisiert wurde, hat sie weiterhin uns tatkräftig unterstützt. Später, aber noch vor Eröffnung der Documenta, habe ich der Generaldirektorin der Documenta GmbH empfohlen, eine Taskforce zum Thema Antisemitismus zu bilden, um sich im Falle einer krisenhaften Situation durch Antisemitismus-Experten kurzfristig beraten zu können und damit auch handlungsfähig zu sein. Der Vorschlag wurde leider nicht aufgegriffen. Ich habe darüber hinaus auch vor der offiziellen Eröffnung mit Vertreterinnen und Vertretern von Rohan Krupa gesprochen und versucht, für das Thema Antisemitismus zu sensibilisieren. Aus meiner Sicht ist es jetzt neben der ehrlichen Analyse wichtig, die Aufklärung voranzubringen, zu verhindern, dass weitere antisemitische Bildsprache zu sehen ist und auch die Kontextualisierung bei den Kunstwerken zu stärken. Dies hat Frau Dr. Schormann immer betont. Und ich unterstütze die Bildung eines Expertengremiums, dass auch die weiteren Kunstwerke auf der Documenta auf antisemitische Bildsprache analysieren sollen. Weitere Aufklärung ist aber auch intern notwendig. Ich habe daher dem Aufsichtsratsvorsitzenden vor knapp zwei Wochen einen Fragenkatalog an Frau Dr. Schormann zur Analyse der Vorgänge und zur Darlegung der weiteren Schritte vorgelegt, den dieser dann wiederum ihr zur Beantwortung weitergeleitet hat. Die Antworten liegen dem Aufsichtsrat seit gestern vor und werden derzeit ausgewertet. Der Aufsichtsrat wird sich mit den Antworten und dem weiteren Umgang mit der aktuellen Situation befassen. Die gemachten Fehler müssen benannt werden. Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden. Dies brauchen wir auch, um daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können für die Zukunft. Wir müssen auch, und auch das ist heute spürbar, verlorenes Vertrauen wieder zurückgewinnen. Seit der Absage der geplanten Diskussionsforen wie Neato Talk führe ich zahlreiche Gespräche, insbesondere mit der jüdischen Gemeinschaft und jüdischen Intellektuellen. Schließlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, welche Strukturen die Documenta zukünftig braucht. Ich unterstütze daher die Vorschläge von Claudia Roth für neue Strukturen der Documenta GmbH. Es gab ja bereits nach den finanziellen Problemen der 14 Documenta Einigkeit unter den Gesellschaften, dass wir zusätzlich zu den Vertretern und Vertretern aus Stadt und Land bundesweite und internationale Expertise in den Aufsichtsrat einbeziehen. Die Documenta war als bahnbrechende Kunstausstellung immer ein Abbild ihrer Zeit. Es gehört dazu, Zumutungen auszuhalten. Aber Zumutungen in der Kunst haben Grenzen. Wo die Grenzen dieser Zumutung liegen, haben viele, darunter auch ich, sehr früh deutlich gemacht. Und das Zeigen der antisemitischen Motive hat diese Grenze brutal überschritten. Es ist mir wichtig, deutlich zu machen, dass Kunstfreiheit dort endet, wo die Menschenwürde massiv verletzt wird. Wir brauchen als Gesellschaft einen großen Vertrauensvorschuss an Freiheit, um die Kunstfreiheit zu wahren. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch in der Kunst ein Verständnis, welche Verantwortung diese Errungenschaft bedeutet. Und gerade weil ich so für die Kunstfreiheit kämpfe, erlebe ich aktuell so schmerzlich, was es bedeutet, wenn dieser Vertrauensvorschuss, den es immer geben muss, wenn der einmal scheitert. Das ist aber keine ausweglose Situation, das ist eine, an der wir wachsen können. Und wenn ich mich jetzt hier für Aufklärung und Konsequenzen stark mache, dann tue ich das, um die Documenta zu unterstützen. Ich will, dass die Documenta in Kassel eine herausragende, weltweit bedeutende Kulturmarke bleibt und dass sie weiter Menschen mit zeitgenössischer Kunst fasziniert. Und das tut auch diese Documenta 15 mit Ruan Krupa. Ich lade Sie daher auch alle ein, nach Kassel zu kommen, um sich selbst ein Bild zu machen. Und sehr geehrter Herr Botmann, ich nehme auch Ihr Bild auf. Ich will mich weiter dafür einsetzen, dass wir den Scherbenhaufen nicht nur begutachten, sondern dass wir miteinander dafür sorgen, dass nicht mehr kaputt geht. Das ist unser Auftrag und den nehmen wir sehr ernst. Vielen Dank. Wir kommen in die Fraktionsrunden. Es beginnt für die CDU, CSU. Frau Connemann, glaube ich. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung in aller Sachlichkeit. Angesichts des Debakels, das weit über eine Schau hinausgeht, sondern den Ruf der Documenta dauerhaft erschüttern wird, hätten wir uns gewünscht, mehr als anderthalb Stunden in diesem Ausschuss Zeit zu haben, um darüber zu reden. Wir sind allerdings froh, dass dann auf entsprechendes nachdrückliches Verlangen dann jedenfalls diese öffentliche Ausschusssitzung erfolgt ist. Weitere Vorbemerkung. Ich finde es einigermaßen skandalös, dass der Oberbürgermeister mit aller Verantwortung, die er trägt, heute nicht bereit war, in diesen Ausschuss zu gehen. Jeder Termin wäre nicht so wichtig gewesen wie die öffentliche Befassung hier. Frau Staatsministerin, ich verhehle nicht die Enttäuschung angesichts Ihres Statements. Nach wie vor beziehen Sie das Thema Antisemitismus auf ein Bild. Es geht aber um mehr als ein Bild. Es ist sehr deutlich auch klar geworden an den Aussagen von Herrn Botmann. Er hat auch deutlich gemacht, es gab wiederholt Hinweise, unter anderem vom Zentralrat, wann, und das hätten wir uns gewünscht in Ihrem Statement, konkrete Hinweise. Wann haben Sie das erste Mal von den Vorwurfen gehört? Von wem? Wann? Gab es Gespräche? Mit wem? Wann? Sie sprachen davon, dass Ihnen Versicherungen gegeben seien. Würden Sie bitte konkretisieren, wer Ihnen welche Versicherungen konkret gegeben hat und wie haben Sie diese Versicherungen entsprechend überprüft? Das wäre uns wichtig. Dann, welche Personen oder Institutionen, die auf dem Papier des Plädoyers GG53-Weltoffenheit aufgeführt sind, waren in welcher Form direkt oder indirekt an der Organisation und Finanzierung der Documenta beteiligt oder nach Ihrer Kenntnis in anderer Weise damit befasst? Denn wir haben hier erkennbar nicht nur ein Bildsprachenproblem eines Bildes, sondern ein strukturelles BDS-Problem, das sehr deutlich sich hier abzeichnet. Insoweit auch die Frage, werden weiterhin die Werke der Bildserie von Mohamed Al-Hawari mit dem Titel Guernica Gaza gezeigt? Auch das ist Antisemitismus pur. Wie beurteilen Sie persönlich die damit suggerierte Gleichstellung des Vernichtungsbombardements der Zivilbevölkerung Guernica durch die Legion Kondor mit den Antiterroreinsätzen der IDF gegen Stellung der Hamas, die Raketen auf Israel abfeuern? An die Adresse von Herrn Damawan, eine Vorbemerkung, der Kampf gegen Antisemitismus kann niemals eine Kunstzäsur sein. Zweitens, es war zu hören, dass die europäische Rezeption aus Ihrer Sicht Grund für den Inhalt des Bildes ist. Ich halte das für abstrus, diese Aussage. Übrigens, die Bildsprache Indonesiens sicherlich nicht deckungsgleich ist mit der Bildsprache der Nazis. Und genau diese wird verwendet auf dem einen Bild. Insoweit Frage, Sie sprachen von einem Risiko Ihrer Arbeitsweise. Preisen Sie den Skandal damit ein? Und die nächste Frage, was haben Sie der Staatsministerin konkret versichert in Gesprächen um das Thema Antisemitismus? Die Frage an Herrn Botmann. Wir sind jetzt schon eine Minute drüber. Handelt es sich um einen Ausrutscher oder ging es hier um ein strukturelles Problem? Was erwarten Sie sich von einer Aufklärung? Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Und die Frage, Sie sind im Fünf-Punkte-Plan der BKM genannt. War das mit Ihnen besprochen? Und an Frau Dorn, wann wird Frau Dr. Schormann entlassen? Lassen Sie mich noch mal kurz was dazu sagen. Ich weiß, dass das schwierig ist, die Minutenzahlen einzuhalten. Das haben sich die Obleute vorher vereinbart. Und wir haben dieses Thema auf eine volle Sitzung zwischengeschoben und damit die Sitzung ergänzt und erweitert. Es steht natürlich dem nichts entgegen, nach der Documenta in Auswertung all der Dinge, das hier mit sehr viel Zeit, mit dem Blick nach vorne auf die Tagesordnung zu nehmen. Und da Sie jetzt überzogen haben, werde ich das den anderen auch allen zu billigen müssen. Ich finde das schwierig, um das mal freundlich zu formulieren, dass das bei den Gästen passieren kann, ja. Aber dass der Ausschuss sich an seine selbstgegebenen Regeln hält, erwarte ich eigentlich von den Mitgliedern dieses Ausschusses. Für die SPD, Herr Lind, nehme ich an, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Aus meiner Sicht muss man einige Wahrheiten, immer großer Begriff, aber doch klar zu benennende Dinge auch aussprechen. Eine ist zum einen, glaube ich, nicht der Moment zu sagen, wir bleiben dabei, alles war richtig. Auch nicht der Moment eines, wir haben es schon immer gewusst, aber im Moment eines, wir haben geirrt und wir müssen normal alles ansehen. Und ich sage das auch ganz bewusst, ohne einzelne Schuldzuweisungen, sondern das geht letztlich uns alle an. Wir würden es uns auch zu einfach machen, wenn wir sagten, die Documenta sozusagen ist der Ursprung der Frage des Antisemitismus oder auch der gesamten Debatte und des Diskurses mit dem Postkolonialismus, sondern das reicht weiter. Übrigens ist es auch nicht zu reduzieren auf die Frage von BDS, wie eben gesagt wurde. Auch das ist ein Symptom einer größeren Fragestellung, der wir uns zu stellen haben. Das Zweite ist, wir finden oft Identitätspolitik anstrengend, aber sie birgt ja eine große Stärke in dem Zusammenhang, nämlich, dass die Perspektive der Betroffenen sichtbar gemacht wird. Und wenn wir das konsequent anwenden, ist deshalb auch da die Perspektive der Jüdinnen und Juden ganz zentral zu sehen und so anzuerkennen und wahrzunehmen. Und als jemand, der sich intensiv beschäftigt hat mit der Geschichte der Schwa, der Vernichtungspolitik in den Ostgebieten und auch damit, wie Täter dort Diskurse konsumiert haben und aufgrund dessen agierten, glaube ich, stellt sich nicht die Frage, ob jegliche Form von Kontextualisierung eine Relativierung dieser Bildsprache zulässt. Und um es hier nochmal auszusprechen, es geht um Bildsprache in Stürmerästhetik und auch eine Bildsprache, die dann zusammen mit der Verwendung von S-Run noch Jüdinnen und Juden zu Nazis stempelt. Also eine doppelte Demütigung und Herabwürdigung, die jenseits des in irgendeiner Weise nur Diskutablen und Akzeptablen liegt. Als dritter Punkt scheint aber auch wichtig zu sein aus unserer Perspektive, dass wir jetzt nicht sagen, wir beenden damit die konsequente Aufarbeitung des kolonialen Erbes aufgrund dieses Antisemitismus, den wir erfahren haben, oder wir sehen mal darüber hinweg, weil wir aufarbeiten wollen, sondern das ist genau der Moment, ernsthaft eine solche partnerschaftliche Aufarbeitung zu verfolgen. In einer solchen sagt man sich nämlich die Meinung und legt Punkte auf den Tisch, guckt sich die Quellen von Antisemitismus an, die eben dann nicht nur in dem Fall Synkretismus sind mit indonesischer Bildsprache, sondern tatsächlich auch mit dem Import von Antisemitismus in den asiatischen Raum zu tun haben. Und das zu benennen, ist dann keine koloniale Geste von uns, sondern eine wirkliche Auseinandersetzung auf Augenhöhe, in der wir benennen, was wir als die Grundlagen unseres Grundgesetzes erachten, was für uns unhintergehbar sind und was unsere Kernwerte sind. Und dieser wechselseitige Austausch, und das ist, glaube ich, der Moment, ist dringend notwendig. Ansonsten werden wir immer wieder solche Situationen erleben. Das scheint mir auch eine Schlussfolgerung aus dem Ereignis zu sein. Wir sind nicht gefeit davor, dass es nicht der einzelne Fall ist, und wir haben es in der Vergangenheit schon erlebt. Vor diesem Hintergrund meine Fragen. An Herrn Damermann. Damermann, Sie hatten ja gefordert, dass wir gemeinsam Wahrheiten aussprechen. Schildern Sie doch bitte noch mal Ihr Konzept. Und wenn das so ein Konzept ist des Kollektiven, wie ist aber in dem Konzept dann immer noch Verantwortung sichergestellt? Denn Kunstfreiheit bedeutet ja auch Verantwortung. Freiheit geht mit Verantwortung zusammen. Welche Mechanismen der Sicherstellung von Verantwortung und in dem Sinne Kontrolle sind gewährleistet? Könnten Sie uns das bitte schildern? Und an Frau Ministerin Dorn. Es fiel vorhin auch das Stichwort der Findungskommission. Herr Lindh, auch Sie sind jetzt schon weit drüber. Könnten Sie perspektivisch sagen, wie Sie auch im Austausch mit der Findungskommission künftig entsprechende Situationen angehen wollen, aber auch das wieder aufarbeiten wollen? Aufarbeiten trachten und als Letzte, bewusst auch an den Zentralrat gerichtet, was ist Ihre Erwartung an die Politik, aber auch an uns als Bundestagsabgeordnete? In Bezug auf diesen Fall, aber auch auf die Vermeidung vergleichbarer Fälle. Ich relativiere die Ansage an Frau Connemann. Es scheint sich niemand hier daran zu halten, was vereinbart worden ist. Für die... Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Verehrte Gäste, uns freut es, dass diese Anhörung heute stattfindet, wie wir es von Anfang an gefordert haben. Mein MdB-Kollege Tobias Peterka von der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe begleitet mich heute, weil ihm und weil uns dieses Thema sehr wichtig ist. Es war ja ein Skandal mit Ansage. Das Kasseler Bündnis gegen Antisemitismus hat vor langem darauf hingewiesen, dass vier von fünf Personen der künstlerischen Leitung der Israel feindlichen Szene angehören, muss man sagen. Das gilt auch für die Findungskommission, wo Sympathisanten der Israel-Boykott-Bewegung BDS drin vertreten waren. Es gab also sehr gute Gründe dafür, warum der Zentralrat der Juden in Deutschland an Sie, Frau Roth, frühzeitig herangetreten war. Anstatt zu intervenieren, haben Sie dann unter anderem gesagt, ich zitiere, der globale Süden hat definitiv eine andere Perspektive auf uns als wir auf den globalen Süden. Und diese Konfrontation und diese Auseinandersetzung und Begegnung, glaube ich, ist spannend. Zitat Ende. Ja, also ob jetzt wirklich Karikaturen nach Art des Hetzblattes der Stürmer wirklich spannend sind, das sei dahingestellt. Für uns sind die widerwärtig und untragbar. Und wenn jetzt sozusagen von einem europäischen Reimport solcher Bildsprache hier gesprochen wird von verschiedener Seite, dann halte ich das auch nicht für einen tauglichen Versuch, sich aus der Verantwortung hier zu ziehen. Denn es ist ja auch nicht die einzige Grenzüberschreitung auf dieser Dokumenta gewesen, dieses Banner, sondern zum Beispiel gab es auch eine Restaurierung von Filmfragmenten von dem Kollektiv Subversive Film von der japanischen Rote Armee Fraktion. Also das sind die Miterfinder des Selbstmordattentats, die im Mai 1972 im Flughafen von Tel Aviv ein furchtbares Massaker angerichtet haben. Und Johann Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche, sprach zu Recht von einer Präsentation von Propagandafilmen aus einem anti-israelisch-terroristischen Kontext. Und das alles, und das ist jetzt das Entscheidende, kommt ja eben nicht von ungefähr, sondern ist Ausfluss der postkolonialistischen Ideologie. Es ist ja auch bereits angesprochen worden, der eben der Antisemitismus inhärent ist. Das muss man verstehen und das wird viel zu wenig gesagt. Eine wichtige Galionsfigur des Postkolonialismus, Achille Membe, ein guter Freund von Ihnen, Frau Roth, soviel ich weiß, auch von Herrn Görgen und aber auch von der ehemaligen Kulturstaatsministerin Rütters, CDU, muss man hier betonen, schrieb ein Vorwort für eine 2015 erschienene Publikation mit dem Titel Apartheid Israel. Und dort schrieb er, der jüdische Staat ist wesentlich schlimmer und tödlicher als das Apartheid Regime Südafrikas und ziele auf eine schrittweise Vernichtung der Palästinenser ab und deshalb sei es notwendig, Israel global zu isolieren. Und daher sind die Konsequenzen aus unserer Sicht, aus diesem Skandal ganz klar, der Postkolonialismus in dieser Ausprägung kann nicht länger Maßstab unserer Kultur und auch Erinnerungspolitik sein. Frau Roth, Sie haben des Öfteren davon gesprochen, wenn wir es ernst meinen, wenn wir es ernst meinen, ja dann müssten Sie wirklich auch die Förderung des Postkolonialismus aufgeben und nicht mehr weiter vorantreiben und hier in klare Grenzlinien ziehen. Deswegen meine Frage an Sie, sind Sie bereit dazu oder wollen Sie weiter mit postkolonialistischen Antisemiten tatsächlich zusammenarbeiten? Und meine Frage an Herrn Dermawan, da gäbe es viel zu sagen, aber ganz kurz nur, stimmen Sie mit dieser Aussage von Herrn Membe überein, dass Israel international isoliert werden sollte. Teilen Sie diese postkolonialistische Position. Vielen Dank. Für die FDP, Frau Merten, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, werte Staatsministerin. Ich danke Herrn Botmann, Frau Ministerin Dorn und Herrn Damawan als Stellvertreter für das Künstlerkollektiv Ruhr und Grupa heute hier zu sein und mit uns das Gespräch zu suchen und unsere Fragen zu klären. Denn es ist ein großer Schatten auf die Documenta gefallen und es ist ein Schatten, der aufgeklärt werden muss und es ist ein Schatten, der hätte vermieden werden können, denn die Sorge, dass es zu Antisemitismus auf der Documenta kommen könnte, wurde lange diskutiert und dennoch wurde das Werk aufgestellt, das vorhin auch schon genannt wurde, von Taring Padi. Und dann wurde es in einem Stile eines Happenings verhangen und abgenommen und schon die Vorwürfe hätten dazu führen können, dass man sensibel prüft, was auf der Documenta gezeigt wird. Denn wir haben gerade auch in Deutschland eine große Verantwortung und Frau Staatsministerin, Sie haben es vorhin selber gesagt, den Antisemitismus gibt es in der Welt und wir müssen aber auch damit umgehen und wir müssen auch unserer Verantwortung gerecht werden und uns weltweit dem entgegenstellen. Für uns als Freie Demokraten ist es klar, dass das, was passiert ist, ein Produkt mangelhafter Struktur der Documenta ist. Es ist ein Schneeballsystem etabliert worden mit der Einsetzung eines Kollektivs, das wiederum Künstler einlädt und somit keine Nachvollziehbarkeit und keine Transparenz sichtbar war dessen, was dort passiert. Es fehlte eine Kontrollinstanz und es fehlten Vorabprüfungen und es fehlten jetzt im Nachhinein eine mangelnde Verantwortungsübernahme. Symbolisch dafür ist für mich die Absage des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, des Oberbürgermeisters Gselle, hier zu sein. Stattdessen lädt er uns ein zu sich. Das finde ich auch fragwürdig. Ein nächster Punkt ist, den wir ganz klar auch sehen, ist die mangelnde Kultursensibilität in der Ausstellungspraxis, denn es macht schon einen Unterschied, wo ein Kunstwerk gezeigt wird. Deswegen habe ich Fragen an die Ministerin Angela Dorn. Wie wird die Einschätzung Gselles bewertet, dass die Dokumenta zukünftig lieber aus finanziellen Mitteln der Stadt Kassel zu finanzieren ist, als dem Bund mehr Kompetenzen zuzuschreiben, wie er das in einem Brief an Claudia Roth formuliert hat? Und hat es ihrerseits Beratung im Vorfeld der Eröffnung gegeben? Und einen kleinen Zusatzpunkt. Sie haben einen Fragenkatalog angesprochen. Ich glaube, wir würden uns freuen, wenn wir den auch sehen würden und auch die Antworten darauf bekommen könnten. Und ich habe eine Frage an Herrn Damerwan. Sie haben in Ihren Ausführungen gesagt, dass Sie ein anderes kuratorisches Format suchen, einen anderen Ansatz suchen, einen kollektiven Ansatz suchen, aber auch ein kollektiver Ansatz bedarf der Überprüfung und würde eine Kontrolle verantworten oder eine Kontrolle bedeuten. Denn, wie schon gesagt, es macht einen Unterschied, wo man ein Kunstwerk zeigt. Und auch in einem Kollektiv gibt es eine Verantwortung. Und den können Sie sich im Grunde nicht entziehen. Und deswegen würde ich gerne wissen von Ihnen, wie im zukünftigen Umgang oder wie Ihr zukünftiger Umgang mit Kunstwerken in der Ausstellungspraxis in Deutschland ist, gerade nach dieser medialen Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich haben Sie, Sie haben das auch vorhin angedeutet, mehrere Anfragen bekommen. Sie haben Angst geäußert. Ich würde gerne wissen, wie Sie jetzt in Zukunft damit umgehen. Und wie, eine letzte Frage, wie bewertet das Künstlerkollektiv selbst die Kritik, die es gab? Weil aus unserer Sicht mangelt es dort an kritischer Reflexion. Und mein letzter Punkt, ich würde nur gerne noch den Punkt unterstützen, den Helge Lindt gebracht hat, mit der Frage an den Zentralrat der Juden. Was können wir als Politik auf unserer Seite tun, um in Zukunft so etwas zu vermeiden? Dankeschön. Vielen Dank. Für Die Linke. Herr Korte, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, was uns hier als Kulturausschuss vor allem interessieren sollte, wie kann es zu solchen Zuständen kommen, dass das Kuratorium, beziehungsweise die Macher der Documenta gar keinen Sensor dafür haben, was dort eigentlich geschieht? Das war die spannende Frage. Zweitens will ich vorweg schieben, also mir ist das als Opposition fremd, die Bundesregierung zu verteidigen. Aber das, Herr Jong, was Sie Claudia Roth insuiert haben, das weiß ich dann doch in aller Schärfe mal zurück. Das will ich Ihnen noch mal ausdrücklich sagen. Also wirklich in aller Klarheit. Ich glaube, das, was das viel größere Problem ist, und ich finde, darüber sollten wir mal diskutieren, als hier irgendwie so kleinteilig vorzugehen. Also die größte Lüge der Bundesrepublik ist, dass dort irgendwie mit der NS-Vergangenheit und dem Antisemitismus aufgeräumt worden ist. Das ist die größte Lüge. Und deswegen ist jetzt auch nicht weiter überraschend, dass es dann in den Strukturen in der Geschichte der Documenta natürlich genauso ist, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und deswegen müssen wir dann mal darüber diskutieren, warum findet sich bis heute auf der großen Eigendarstellung der Documenta auf der Homepage nicht ein Satz, sondern nicht eine Abhandlung darüber, was für verdammte Nazis eigentlich damals Kuratoren gewesen sind. Was ist denn eigentlich gewesen mit Haftmann, der dafür gesorgt hat, dass eben keine jüdischen Künstler eingeladen worden sind? Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann diesen Vorgang doch nur erklären und die fehlende Sensibilität nur erklären, wenn wir uns dieser Frage, wie dort geschichtspolitisch eben auch in diesem Umfeld umgegangen worden ist. Ansonsten ist das nur parteipolitisches Geschwätz, nach meiner Meinung. Zweite Frage und Anmerkung, die ich habe. Ich finde die ganze Frage BDS, ich glaube, da sind wir hier alle einer Meinung. Also es ist auch ein Unterschied, ob ich, was weiß ich, in Frankreich oder Indonesien oder sonst was BDS irgendwie gut finde. Das finde ich völlig falsch. In Deutschland ist es unzulässig in jeder Hinsicht aufgrund der Geschichte, um das auch mal ein wenig hier einzuordnen. Und deswegen will ich zum Vierten anmerken, worüber wir auch diskutieren müssen, ist logischerweise gerade in einem Kulturausschuss. Also was ist hier eigentlich der Unterschied zwischen politischer Propaganda und kritischer Kunst? Das ist ja, wenn ich mir die Bilder angucke, das ist ja eine berechtigte Frage, die schwer zu beantworten ist, aber die überhaupt ein Einstieg ist, um vernünftig miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn man sich dieser Frage stellt. Last but not least wäre meine Frage auch noch mal an Herrn Botmann. Ganz praktisch, Sie haben das in Ihrer Einführung erwähnt, noch mal sozusagen die Rolle von BDS. Inwieweit Ihre Einschätzung ist sozusagen in bestimmten künstlerischen Milieus eigentlich sozusagen es en vogue, wenn ich das mal läppisch in Anführungszeichen formulieren darf, dort BDS zu unterstützen. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich glaube, es gibt dort so ein Milieu. Ich glaube, dass dort auch dringend eine Aufarbeitung nötig ist, um das auch in aller Klarheit zu sagen. Und letzte Anmerkung, die ich dann doch schon noch mal machen will. Ich finde, die Debatte und die Empörung über den Vorgang ist gerechtfertigt in jeder Hinsicht. Ich finde es in jeder Hinsicht gut, dass Sie hier diese Debatte führen. Wichtig ist aber, dass wir mal insgesamt bei diesen Debatten, es gibt Botschafter, die finden so Massenmörder wie Bandera irgendwie gut. Und da regt sich dann de facto gar keiner drüber auf. Das muss sich hier einmal so aussprechen. Und deswegen wünschen wir, diese Documenta-Debatte in aller Härte und Klarheit zu führen. Aber dann doch bitte auch Maßstäbe insgesamt bei der Bekämpfung des Antisemitismus in jeder Finsicht hier zum Maßstab zu machen. Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Sie teilen sich rein. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst konstatiere ich, die Verantwortung liegt in Kassel. Nur die Verantwortlichen sind nicht da. Generaldirektorin Dr. Schormann hatte lange nicht zugesagt, nun krankheitsbedingt abgesagt. Gute Besserung von dieser Stelle. Aber dass auch Herr Geselle als Aufsichtsratsvorsitzender heute nicht hier ist, ist eine grobe Missachtung aller Beteiligten, eine Verkennung der Situation und eine eklatante Fehleinschätzung des entstandenen Schadens. Einer der führenden Köpfe zum Thema Antisemitismus und Postkolonialismus der Soziologe Nathan Snyder spricht in Bezug auf die Documenta 15 von kulturellen Akteuren des globalen Südens, die in der postkolonialistischen Tradition dem Suchen nach dem Wirken und Nachwirken kolonialer Herrschaft stehen. Damit ist auch der arabisch-palästinensische Konflikt mit Israel gemeint. Und damit ist klar, es bedarf eines intensiven Dialogs darüber, wo rote Linien sind, über einen Code of Conduct und die Hinzuziehung von Expertise aus der Antisemitismusforschung, wie von Claudia Roth im Fünf-Punkte-Plan vorgeschlagen. Genau das wurde verweigert. Es geht hier nicht um Kunstfreiheit. Sie ist ein hohes Verfassungsgut. Es geht um den Schutz der Menschenwürde. Ich habe zwei Fragen an Frau Dorn. Wie schätzen Sie es ein, wie hier kuratorische Verantwortung übernommen wurde und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie für die Zukunft? Und wie oft hat der Aufsichtsratsvorsitzende in den letzten turbulenten Wochen den Aufsichtsrat der Documenta einberufen? Sehr geehrte Gäste der heutigen Ausschusssitzung, vielen Dank, dass Sie heute hier erschienen sind. Die antisemitischen Vorfälle auf der Documenta sind untragbar. Und ich danke der Staatsministerin Claudia Roth für ihren klaren Maßnahmenkatalog. Ich finde, wir müssen aus den Ereignissen jetzt Lernen ziehen, um in Zukunft sowohl antisemitische Ausfälle als auch rassistische Pauschalverurteilungen zu verhindern. Weil nur so können wir diejenigen in ihrer Kritik und in ihrer Kunst bestärken, die ohne antisemitische und rassistische Denkweisen auskommen. Herr Botmann, Sie haben eindrücklich berichtigt, wie jüdische Stimmen und Bedenken seitens der Documenta ignoriert, missachtet und zum Teil sogar lächerlich gemacht wurden. Und meine Fragen an Sie wären, was bedeuten die Vorfälle für jüdische KünstlerInnen und für Kulturschaffende? Wie bewerten Sie die Situation für Jüdinnen und Juden derzeit in Kunst und Kultur? Und was muss sich in Zukunft hier ändern? Und meine zweite Frage richtet sich an Staatsministerin Claudia Roth. Es muss eine kritische Prüfung aller ausgestellten Kunstwerke geben. Das wurde von Ihrer Seite aus ganz klar im Fünf-Punkte-Plan festgehalten. Haben Sie denn Kenntnis darüber, ob die Documenta-Leitung bereits mit der Prüfung begonnen hat? Welches Vorgehen würden Sie sich von Ihrer Seite aus dafür wünschen? Und darüber hinaus, was sind die Voraussetzungen dafür, dass sich der Bund weiter bei der Documenta finanziell beteiligt? Vielen Dank für alle, die hier erschienen sind und der Einladung vorgeleistet haben. Ich bedauere es ebenfalls sehr, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Geselle, nicht hier anwesend ist. Bitte, Sie sind zwar zu dritt und ich gebe auch die anderthalb Minuten mehr, wie alle anderen hatten und dann ist aber auch gut. Diese Documenta sollte eine ganz andere sein. Ziel war es, ein gemeinschaftliches Denk- und Arbeitsweise, eine kollektivistische Arbeitsweise zu haben. Deshalb wurde auch die Rohan Grupper beauftragt. Ich bedanke der Rohan Grupper, dass Sie sich auf diese Herausforderung gestellt haben. Leider gab es sehr früh auch Kritik und letztlich auch diese unsäglichen Bilder. Ich finde es sehr traurig, dass gerade in meiner Heimatstadt nun solche Bilder ausgestellt werden. Und für mich persönlich ist hier ganz klar eine rote Linie überschritten. Und auch vielen Dank an alle, insbesondere auch an Grupper, die ganz klar gesagt haben, wir distanzieren uns dafür, entschuldigen uns für diese Kunstwerke. Ich würde gerne die Frage stellen an Herrn Nadermann. Haben Sie sich im Vorfeld gut begleitet gefühlt, von der Geschäftsführung, von der Documenta insgesamt informiert, aufgehoben, mitgenommen? Wie war die Begleitung insgesamt? Vielen Dank. Dann als Erste bitte Frau Staatsministerin Rutt. Also, am Donnerstag, am Donnerstag, 13. Januar, waren die ersten Artikel in der überregionalen Presse zu lesen. Wir haben dann am Wochenende stundenlang telefoniert und haben einen Vorschlag ausgearbeitet, welche internationalen Expertinnen und Experten in diesen sehr kritischen und konstruktiven Dialog mit Documenta gehen sollten. Also das waren israelische, aus Israel, aus den USA. Ich kann Ihnen gerne die Vorschläge weitergeben, wenn es Sie interessiert, Frau Connemann. Am 17. Januar gab es dann eine Videokonferenz mit dem Aufsichtsrat. Leider hat der Aufsichtsrat-Vorsitzende diesen Vorschlag, dass sofort dieses internationale Gremium, unter anderem Raphael Groß und andere, also wirklich sehr namhafte Menschen, es war nicht durchsetzbar. Es gab dann mehrere weitere Gespräche und Treffen. Kollege Mörseburg hat ja eine Anfrage dazu gestellt und vielleicht kann man dann da die ganzen Termine noch mal sehen, aber wir sind auch extra nach Kassel gefahren. Wir haben uns mit den Kuratoren getroffen. Wir haben, ich glaube, 40 Künstlerkollektive waren bei diesem Gespräch dabei. Leider war der Aufsichtsrat-Vorsitzende verhindert und hat nicht an diesem Gespräch, hat an dem Gespräch leider nicht teilgenommen. Wir waren in Israel übrigens auch, weil ich gesagt habe, ich möchte in Israel direkt Gespräche führen, wie dort mögliche, also wie dort Vorwürfe, die ja noch nicht sichtbar waren, weil es gab ja noch gar keine Ausstellung und gar nichts, wie damit umgegangen wird. Auch da haben wir zahlreiche Kollegen, Kolleginnen, also Politikerinnen, aber vor allem auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen getroffen. Und Entschuldigung, was? Okay, wir müssen, dann müssen wir unterbrechen, bis wir wieder hier sind. Also Sie können sich, ja, was soll ich machen? Wenn der Hammelsprung ist, müssen wir rein. Wir halten an und gehen zum Hammelsprung. Früher musstet ihr auch. Ich hätte wissen müssen, dass das Hammelsprung ist. Das habe ich jetzt durch Zufall mitgegeben. Ich hätte wissen müssen, dass das Hammelsprung ist. Das habe ich jetzt durch Zufall mitgegeben. Das ist eine Durchsage für alle Abgeordneten. Es wird jetzt ein Hammelsprung durchgeführt zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf den Weizitierungen des Bundeskommens. Also Frau Kolbmann, sagen wir mal auf, wenn es der Antrag der CDU-CSU ist, ne? Oder sitzen. Oder sitzen bleiben im Ruppe. Die Antrag stellen wir uns später. Kommen. Wir haben noch Zeit, um die Geselle zu kommen. Wir haben da nur einen Sammelsprung im Ruppe. Wir haben noch 5mal gesehen. Im Ruppe haben auch nochmeter? Dafür haben wir malences sich. ぞ. Da müssen wir uns erst classisch einfahren aufmachen. Die Assi mitzudenmöglich stehen. Qualität riedet,看看 sind Maria. Im Ruppeam mit ein bisschen mehr ein bisschen mehr. Aber schön. Also Phantom. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. , Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt steigen. Vielen Dank. 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 Ja. Und das hat ja Angela Dorn auch sehr klar gemacht. Jetzt muss darum gehen, Aufklärung. Warum war das möglich? Warum, nachdem die ganze Preview vorbei war, am Mittwoch und Donnerstag, am Freitag, Spätnachmittag, dann die Aufstellung passiert ist und niemand es wirklich gesehen hat. Wir waren ja auch da vor Ort, aber gar nicht sichtbar wurde. Und wie jetzt sichergestellt werden kann, dass es keine weiteren Exponate gibt, die antisemitische Bildsprache mit sich tragen. Es gibt eine Debatte um Gernika. Du hast es angesprochen. Ich glaube, das ist nun wirklich im Kern kuratorische Verantwortung. Und deswegen ist es sehr gut, dass Angela Dorn gesagt hat, es wird jetzt eine Expertise dazu, also eine Expertin oder Experte beigestellt, um tatsächlich zu überprüfen, dass es nicht weitere Exponate gibt, die genau antisemitische Bildsprache haben. Jan ist nicht da, aber es war die Frage von Jan Korte, warum sich die Dokumenta nicht mit sich selber beschäftigt. Auf der Homepage. Die Kulturstiftung des Bundes hat 800.000 Euro zur Verfügung gestellt. Genau deswegen, um die Aufarbeitung und der Geschichte der Dokumenta möglich zu machen. Also es sind 800.000 Euro von der KSB zur Verfügung gestellt worden. Ich wollte noch sagen, ich bin zwar nicht richtig gefragt worden, aber ich wollte das auch Herrn Brotmann noch mal sagen und Ihnen, weil im Gespräch bei einem der Treffen mit dem Zentralrat wurde ja von Ihrer Seite aus gesagt, dass es tatsächlich zu Ausladung kommt von israelischen oder jüdischen oder israelisch-jüdischen Künstlern oder nicht-jüdisch-israelischen Künstlern. Und ich habe Ihnen zugesagt, dass wir uns da sehr darum kümmern werden. Und ich habe mit meinem israelischen Kollegen, mit Hilly Tropper, der noch, also er ist im Moment in diesem Übergang, man weiß es immer nicht so ganz genau, aber er ist noch amtierender Kulturminister, haben wir ausgemacht, genau uns das mal anzugucken, auch die internationale Landschaft, weil ich von jüdischen Freunden weiß, dass in Großbritannien wirklich ein Problem ist und ist nämlich sehr, sehr ernst. Und ich habe es Ihnen versprochen, dann passiert es auch. Die Frage von Marlene, Marlene Schönberger, ging unter welchen Voraussetzungen wird die Documenta weiter gefördert? Also erstens, mir geht es wie Angela Dorn, die Documenta ist wirklich wichtig und sie ist nicht nur eine Kassel-Geschichte. Insofern, hier sitzt ja ein lieber Kollege aus Kassel, sollte man das vielleicht dem Oberbürgermeister auch noch mal sagen. Es ist hier im Sinne der Documenta, wenn Land Hessen, wenn der Bund sagt, wir brauchen eine andere Organisations- und Verantwortungsstruktur. Und zu sagen, das kann Kassel allein, da soll sich der Bund draußen vorhalten. Ja gut, ich sage, wir machen nur etwas, wenn es eine Strukturreform gibt. Ich möchte aber gerne was machen. Denn in der Tat, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Ausstellungen weltweit. Und es wäre ein Drama, wenn es an so einer nicht vorhandenen Strukturreform scheitern würde. Also das ist die Voraussetzung, dass es jetzt an diesen Reformprozess geht. Wir sind uns ganz einig mit dem Stiftungsrat. Und im Stiftungsrat der Kulturstiftung des Bundes sind Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen des Deutschen Bundestags. Frau Wittmann-Mauz für die CDU-Fraktion, Helge für die SPDs. Ich weiß nicht alle Namen, aber es sind die Länder Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen-Anhalt vertreten. Es ist der Städtetag vertreten. Und da war es einstimmig. Es war ganz klar, wir wollen diese Strukturreform. Strukturreform und Mittel wird es nur geben, wenn wir wollen. Aber es wird Mittel, die sind daran gebunden. Und eine Strukturreform, die auch die zivilgesellschaftliche Expertise einbezieht und die zivilgesellschaftliche Rolle, die der Zentralrat der Juden hat, einbezieht. Vielleicht, ich hoffe, ich habe alles beantwortet. Postkolonialismus, Frau Staatsministerin. Ach, danke schön. Sie haben wieder so selektiv zitiert, das beantworte ich nicht. Ich habe darum gebeten, dass wir faktenbasiert zitieren. Sie haben ein Zitat rausgenommen, komplett aus dem Zusammenhang. Wenn Sie fair wären, dann hätten Sie gesagt, die Roth hat, man muss mich nicht mögen, das brauchen wir gar nicht versuchen. Ich habe Akkene Mänbe zitiert. Dann hätten Sie gesagt, dass ich von Anfang an immer gesagt habe, die Kunstfreiheit ist zentral, aber es gibt eine Grenze und die Grenze ist Antisemitismus, Rassismus und die Menschenfeindlichkeit. Und ich habe, wenn Sie mir zugehört hätten, ja auch gesagt, dass man die Diskurse, die Kolonialismusdiskurse oder antikapitalistischen oder kapitalismuskritischen Diskurse hinterfragen muss, inwieweit es auch dazu zu einer verdeckten Antisemitismus kommen kann. Aber natürlich werden wir uns sehr intensiv mit der Frage Dekolonialisierung auseinandersetzen. Und der erste ganz wichtige Schritt, wenn ich das sagen darf, Frau Vorsitzende, das ist jetzt gar nicht documenta, sondern ist am letzten Freitag passiert mit dem Abkommen Nigeria-Deutschland. Es waren die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die Museen aus Deutschland da, die Benin-Bronzen haben. Und als ersten wichtigen Schritt eine Auseinandersetzung mit Kolonialismus von uns, aber auch von der Seite afrikanischer Partner und der Neubeginn eines neuen Verhältnisses. Ich hatte nach BDS gefragt. Und auch das wird insgesamt und den Ausschuss noch beschäftigen, was das Thema Kolonialismus und die Kolonialisierung angeht. Und das werden wir extra machen. Liegt hier nicht? Nein, es war die Frage, wer finanziert bei denen die... Welche Personen oder Institutionen? Weiß ich nicht, aber bei den Personen weiß ich... Also nochmal, es ist das Land Hessen, es ist die Stadt Kassel und es ist der Bund. Und Bund ist die KSB über 3,5 Millionen. Es ging um den BDS-Bezug. Ich gestatte mir die Frage, dann nochmal schriftlich zu stellen. Dann tun Sie das bitte, Frau Connemann. Und wir würden jetzt gerne weitermachen. Herr Botmann. Vielen Dank. Ich werde die Fragen ein bisschen der Logik nach beantworten, also nicht der Chronologie nach. Frau Connemann, Sie hatten angesprochen den Fünf-Punkte-Plan der Staatsministerin. Wir hatten drei persönliche Treffen gehabt zwischen Frau Staatsministerin und Herrn Dr. Schuster, an denen auch Herr Görgen und ich teilgenommen haben. Diese drei persönlichen Gespräche darüber hinaus gab es, soweit ich es in Erinnerung habe, auch ein Telefonat. Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, es war eins gewesen. Also kann man sagen, vier Gespräche, die, sage ich mal, seit Februar bis heute sozusagen stattgefunden haben, wo man sich ausgetauscht hat, wo man miteinander gesprochen hat, diskutiert hat, wo man Gedanken ausgetauscht hat. An der Erstellung des Fünf-Punkte-Plans waren wir jetzt sozusagen nicht aktiv beteiligt an der Ausformulierung oder an der Ausarbeitung. Insofern kann ich es zu der Entstehung des Fünf-Punkte-Plans selbst nicht sagen. Das ist von der Staatsministerin, aber Gespräche haben vor der Erstellung des Fünf-Punkte-Plans noch ein Gespräch danach stattgefunden. Frau Schönberger, Sie hatten gefragt, was bedeuten eigentlich die Vorfälle für jüdische Künstlerinnen und Künstler und wie ist die Situation? Die Situation ist dramatisch und ich sage es bewusst so, wie ich es gerade ausdrücke, weil es betrifft sozusagen die BDS-Ideologie betrifft israelische Kunst und Kultur, aber sie betrifft in der Realität auch in Deutschland ansässige jüdischen Künstler und Künstlerinnen und Künstler. Der Zentralrat hat ein Kulturprogramm, wo wir sozusagen eine Zusammenfassung machen mit Künstlerinnen und Künstlern, jüdischen in Deutschland, wo jüdische Gemeinden die Möglichkeit haben, drei Konzerte pro Jahr sozusagen daraus zu buchen. Das heißt, als Zentralrat veranstalten wir circa 300 Konzerte und Kulturveranstaltungen bundesweit, die jüdische Kunst und Kultur quasi in der Republik zeigen. Damit haben wir auch einen sehr breiten Kontakt zu jüdischen Künstlerinnen und Künstlern in diesem Land und das ist auch das, worauf wir sozusagen auch Bezug nehmen können. Die Berichte, die von dort kommen und teilweise haben jüdische Künstler, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Angst und Sorge ins Kulturprogramm des Zentralrats aufgenommen zu werden, weil sie die Sorge haben, ansonsten, nicht nur die Sorge, sondern sozusagen eine begründete Sorge, sonst bei anderen Festivals nicht mehr vorgesehen zu werden aus BDS-Ideologie. Das ist die Realität von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland heute. Wie Frau Staatsministerin es eben gesagt hatte, ist es in Großbritannien noch dramatischer. Aber sozusagen, das ist ja nicht ein Zustand, wo wir hinkommen wollen, sondern wo wir sozusagen dem entgegenwirken müssen. Und da kommen wir sozusagen auf die, da war zwar die Frage von Herrn Korte gewesen, die Rolle von BDS in künstlerischen Milieus und das kann man direkt anknüpfen. Offensichtlich hat die BDS-Ideologie innerhalb der Kunst- und Kulturszene, sage ich mal, weitreichenden und weitgehenden Einfluss. Wenn es so weit ist, dass jüdische Künstler in Deutschland heute Angst haben, als jüdische Künstler als solche sozusagen erkannt zu werden, weil sie sonst nicht mehr eingeladen werden bei Festivals und bei anderen Veranstaltungen, dann ist es dramatisch und dann hat BDS eine starke Rolle im künstlerischen Milieu. Frau Connemann, Sie hatten gefragt, war das ein Ausrutscher oder ist es ein strukturelles Problem? Ich denke, das ist eine Kombination aus beidem. Ich denke, wir haben ein strukturelles Problem in der Kunst- und Kulturszene. Dass es tatsächlich diese Stürmerkarikaturen so prominent geschafft haben, das, glaube ich, war tatsächlich, sage ich mal, ein Ausrutscher. Aber das Problem an sich, sage ich mal, das strukturelle Problem ist da. Ich muss auch ehrlich sagen, im Zentralrat gibt es immer, sage ich mal, ganz unterschiedliche Szenarien, die man dann durchspielt. Tatsächlich so ein Szenario, dass Stürmerkarikaturen auf einem Hauptmarkt, sage ich mal, einer Stadt ausgestellt werden. Dieses Szenario wurde nicht durchgespielt. Also das war sozusagen so fernliegend, sage ich mal, aus unserer Perspektive. Das war ein so krasser Fall gewesen. Deswegen denke ich, das strukturelle Problem ist da. Und dann knüpfe ich auch an, was sind eigentlich die Erwartungen an die Politik? Das war ja auch die Frage von drei Fragestellern gewesen. Wir haben die Situation, dass wir tatsächlich dieses strukturelle Problem haben. Es sind keine Einzelfälle. Ich hatte es vorhin ausgeführt. Jetzt kürzlich erst wieder im HKW, im Haus der Kulturen der Welt, gab es eine Veranstaltung, die Hijacking Memory, die, sage ich mal, außerordentlich problematische und antisemitische Inhalte vermittelt hat, wo es bis hin zu Schoah-Relativierungen gekommen ist. Wir haben den Anti-BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages, der die Bundesregierung ja auffordert, BDS-Aktivitäten weder zu fördern, noch selber durchzuführen. Und da müssen wir mal schauen, wenn wir, und ich denke, dieses Beispiel mit Hijacking Memory ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Wenn wir uns anschauen, wer sind eigentlich die Akteure? Das war das HKW mit Herrn Scherer, das war das Einstein-Forum und das war das Zentrum für Antisemitismusforschung. Eine kleine Klammer auf. Das Zentrum für Antisemitismusforschung wird auch in jüdischen Kreisen, fällt manchmal das Wort Forschung auch weg bei dem Titel. Insofern, und das sind alles drei Chefs, haben diese Initiative GG 5.3 Weltoffenheit unterzeichnet. Das sind alles drei, die sich bekannt haben, dass offensichtlich BDS nicht so problematisch ist. Das zeigt sich sozusagen, da gibt es eine logische Verbindung und das sehen wir ganz häufig. Da, wo Akteure sind, die genau diese Initiative unterzeichnet haben, genau an den Orten finden dann oftmals auch antisemitische und BDS-befördernde Dinge statt, dass es dann auch so ist, dass sozusagen, dass die Aira Working Definition Antisemitismus nicht anerkannt wird, gerade von diesen Personen sozusagen, ist das Problem. Und da, und das ist jetzt sozusagen mein letzter Punkt, die Erwartung an die Politik für die Zukunft, weil ich denke, die Documenta, das ist schon fast Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Die wird jetzt auslaufen. Da ist in meinen Augen, was das Thema angeht, auch nicht mehr viel zu retten. Für die Zukunft ist aber die Frage, wo sind tatsächlich Intendanten, Direktoren an der Stelle im Kulturbereich und Kulturbetrieb, wo der Bund Einfluss hat? Und der Bund hat ja sozusagen ein sehr breites Spektrum an Kulturaktivitäten, wo Personen sind, die BDS-Ideologie befördern und unterstützen. Und zu Recht, glaube ich, leben wir in einer Gesellschaft, wo wir nicht akzeptieren, dass Rechtsaußenpersonen Kultureinrichtungen führen. Ich denke, das ist auch richtig so. Und das muss auch so sein. Aber genau so müssen wir es nicht akzeptieren, dass BDS-Beförderer Kulturinstitutionen führen. Und ich denke, dass dieser Selbstreinigungsprozess ist ein ganz wichtiger, damit wir für die Zukunft, und darum geht es mir hier, dass wir für die Zukunft möglichst antisemitische und BDS-befördernde Aktivitäten vermeiden. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Konnten Sie, Herr Damawan, die einzelnen Punkte übersetzen? Frau Henschke, weil es eher welche... Das haben Sie gemacht. Dann würde ich Ihnen jetzt antworten lassen. Und möchten Sie sagen, ob Sie stückweise übersetzen? Gut, dann bitte schön. Sehr gerne, Herr Damawan. Damawan. Frau Henschke, Herr Damawan. Vielen Dank. Ich möchte als erstes ansprechen und ich bitte Sie, dass Sie das jetzt nicht als eine Ausrede oder als eine einfache Antwort verstehen, dass es doch so ist, dass wenn wir ein Bild anschauen und eine Bildsprache anschauen, dass wir eine andere Erfahrung mitbringen als Sie. Wenn Sie ein Bild sehen, was mit antisemitischen Elementen behaftet ist, dann haben Sie direkt die dunkle deutsche Vergangenheit im Kopf. Das ist etwas, was bei uns nicht so ist. Also müssen Sie sich über eine Art und Weise, dass die Antisemitisch nicht so ist, dass die Antisemitische Ungarnung nicht so ist. Es ist es, genau wie in den USA, wie ich gesagt hatte, dass sie eine sehr sehr stöte Stelte. In 2017, vor allem in den 1740-Hkvällen, um Tauner in Bavaria zu sehen, die jetzt in Jakarta, das jetzt schon wieder ist. Das ist, dass wir in den ersten Jahren, wirklich sehr, 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 sehr. Ich möchte sagen, dass der Hintergrund eben ein anderer ist. Es ist so, dass es... Den Anfang habe ich nicht genau mitgekriegt. Bis zum Mal, bis zum Mal, ein lagi. Oh ja. Ja, es ist eben so, dass schon um 1740, als von den Niederländern ein großes Massaker an der chinesischen Minderheit im Raum Batavia stattfand, dass dort schon diese Bilder, die zu der antisemitischen Bildsprache in Europa gehört haben, auf die chinesische Minderheit übertragen wurde. Das heißt, wir kennen diese in anderen Zusammenhängen. Und für uns, es ist eigentlich so, dass die rassistischen Ressentiments, die in Indonesien ein sehr großes Problem sind, richten sich immer gegen die chinesische Minderheit. Ich möchte daher sagen, dass antisemitische Bild gut in unserem... oder stereotipen in unserem Denken überhaupt nicht direkt präsent sind, sondern dass wir, dass ich zum Beispiel, dass überhaupt nicht mir direkt, wenn man mich fragen würde, direkt sagen könnte, dass es dies oder jenes. Das gehört nicht zu meinem Erfahrungsschintergrund. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, in der Welt, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, sehr praktizierten Ansätze seitens des Staates, aber auch seitens des Kunstbetriebs sehr hierarchisch strukturiert sind, sehr zentralistisch strukturiert sind. Und das ist das, wo wir eine Alternative schaffen wollen. Das ist das, wo wir eine Alternative zu sehen, das ist das, was wir eine Alternative zu sehen, Wir haben in unserem Kollektiv daher auf das Lumbung-Prinzip zurückgegriffen. Das ist eigentlich ein Prinzip, was ganz in der Vergangenheit unserer Kulturen liegt. Es kommt aus den prämodernen Gesellschaften und dort steht das Teilen im Vordergrund und die Nachhaltigkeit. Und das ist eigentlich eine Methode, die dann eben zu einem Kollektivismus führt. Und das ist das worauf wir uns hier beziehen. Skandal, sorry. Skandal ini tentu saja bukan sesuatu yang kami bayangkan. Yang kami bayangkan sebenarnya adalah lebih kepada resiko-resiko yang bentuknya skala dan perorganisasian. Meskipun defalue dari salah satu Lumbung adalah sebenarnya juga self-limitasi. Tapi skandal ini sama sekali tidak kami bayangkan. Wir haben bei der Entwicklung dieses konzeptes überhaupt nicht uns vorstellen können den skandal den wir jetzt haben. Wir haben bei dem risiko unseres konzeptes eher an organisatorische Fragen gedacht. Wie wir uns organisieren, wie wir uns aufbauen. Aber an ein derartiges Problem haben wir im Vorfeld nicht gedacht. Ich möchte jetzt einige Fragen was das kuratorische Methode angeht und die Frage der Verantwortung hier in einer Antwort beantworten. Wie wir uns sagen, wie wir uns reg improved, wie wir uns aufbauen, Wir haben den kollektiven Ansatz gewählt, weil wir das sehen als eine Möglichkeit autoritäre Strukturen zu durchbrechen und das ist so, dass wir ein sehr großes Trauma letztendlich haben mit autoritären Verhältnissen in unserem Staat. Das ist unser Ansatz aus dem heraus wir das Lumbung-Prinzip entwickelt haben. Dalam prosesnya tentu saja itu tidak datang begitu saja. Kita harus melakukan banyak sekali seperti trust, misalnya kepercayaan. Bagaimana membangun kepercayaan dan itu ada faktor waktu di situ, lalu ada juga tanggung jawab. Satu hal seperti kepercayaan ini membuat kami melakukan metode ini secara cukup intens, melewati pertemuan-pertemuan dan melalui pertemuan yang cukup panjang. Und wir denken, dass für unseren kollektiven Ansatz es sehr wichtig ist, dass wir vertrauen eben zwischen uns entwickeln. Das ist sehr stark eine Sache der Zeit, aber auch der Verantwortung. Und dieses entwickeln wir über unsere Treffen, über unseren Austausch. Satu lagi adalah kami sangat percaya terhadap proses demokratik dan proses terhadap dialog-dialog di dalamnya. Pertanggung jawaban diambil secara kolektif melalui majelis-majelis, assembly-assembly, dan bahkan kami membuat, kalau Anda sudah, Bapak Ibu sudah ke dokumentan dan melihat handbook kami di situ, bahkan kami jelaskan bagaimana setiap seniman itu dikelompokkan menjadi majelis-majelis, dan mereka bekerja secara kolaboratif dan self-organized, termasuk terhadap kolektif podnya mereka. Wir sind sehr auf die Demokratie ausgerichtet und auf den Dialog. Und die Verantwortung regeln wir über das Kollektiv, vermittelt über Räte. Wenn Sie die Documenta besucht haben und dort unser Handbuch sehen, dann sehen Sie, dass jede Gruppe und jeder Künstler zu einem Kollektiv gehört, in dem er arbeitet und in dem er auch verantwortung entwickelt. Ja, dari perjalanan itu lalu... Das heißt, wir legen auf selbstorganisation großen Wert. Und austausch. Kalau pertanyaannya adalah, bagaimana pertanggung jawabannya, kami percaya pada diskusi-diskusi, pada kontekstualisasi, pada edukasi, dan mutual learning. Wenn man jetzt fragt, wie, was ist verantwortung bei uns? Wir glauben eben sehr an das an die diskusion, an die kontekstualisieren, an gegenseitiges lernen, gegenseitigen austausch. Unders Ich habe gesagt, dass ich die Staten von Syed gesagt habe, das ist, dass es nicht mehr als ein Einwohnheit ist, wie es nicht mehr als ein Einwohnheit ist, und nicht mehr als ein Einwohnheit ist. Denn wir sind nicht ein Einwohnheit, sondern auch ein Einwohnheit, sondern ein Einwohnheit, praktisch, yang sangat menjunjung tinggi juga dialog dan interaksi dengan orang-orang. Kami bukan seniman yang autoritatif atau bahkan selfish. Saya ingat sekali ketika saya berbicara dengan teman-teman dari Taring Padi, mereka jelas-jelas bilang kita bukan seniman individual jenis dan buat mereka, mereka lebih percaya pada orang-orang dan ketika mereka melukai orang-orang, mereka dengan bertanggung jawab, dengan penuh tanggung jawab, dan juga bagian dari etika mereka untuk menurunkan Banner yang melukai orang-orang banyak. Wir sind nicht autoritär ausgerichtet und auch vor allem und bestimmend, was sein muss und nicht. Sondern wir sind auch nicht auf uns selbst ausgerichtet oder selbst orientiert. Auch wenn ich mit den Künstlern von Taring Padi gesprochen habe, so sagen sie, wir sind nicht der Typus individualistischer Künstler. Wir glauben vielmehr an die Gemeinschaft. Und wir denken, wenn wir mit unserer Arbeit jemanden verletzt haben, dann müssen wir dafür Verantwortung nehmen. Und das ist in diesem Fall eben, dass das Werk abgehängt wurde. Ja, satu lagi, mungkin tambahannya adalah, apakah kita bisa meruntuhkan Autoritarian, atau bahkan Trauma terhadap Autoritarianism dengan cara yang autoritativ juga? Was ich hier als Frage noch stellen möchte, wir fragen uns, ist es möglich, das Trauma eines autoritären Systems dadurch zu überwinden, indem wir auch autoritär handeln? Tadi juga ada pertanyaan tentang dari AFD, soal apakah Israel harus diisolasi. Menurut saya, ini bagi saya, ini pertanyaan yang, tidak relevan, karena bagi saya, atau bagi kami, seperti saya nyatakan tadi, konsep Lumbung, atau methode Lumbung, ini keluar, atau justru meluas dari sekat-sekat negara dan bangsa. Ja, mir wurde die Frage gestellt, wie im Zusammenhang mit dem BDS, ob ich darauf abziele in meinem Handeln, dass Israel isoliert werden soll. Das ist nicht mein Ansatz. Wenn wir von dem Lumbung-Prinzip ausgehen, so sehen wir, dass dies außerhalb der Grenzen von Staaten, denkt und handelt, wir können sagen, es überschreitet sie, oder es übersteigt die Einteilungen von Grenzen und Staaten. Insofern wende ich mich nicht gegen Israel. Saya ingin menambahkan juga soal apakah tadi ada pertanyaan dari Partai Green soal apakah GGMBH mendampingi atau punya well-informed tentang proses. Dann gab es noch die Frage ob wir von der Dokumenta Gesellschaft gut informiert worden sind und in den proses gut begleitet worden sind. Tidak ada secara formal, secara formal, tidak ada pendampingan yang khusus, tapi tentu saja secara informal banyak komunikasi tentang konteks Jerman dan juga sejarahnya. Formell gab es keine besondere Begleitung, aber informell haben wir sehr viel Informationen über Deutschland und auch den deutschen Kontext hier und die deutsche Geschichte erfahren. Für uns, die cara zu belajern haben wir auch eine andere Art und Weise. Wir haben vielleicht auch ein anderes Lernverfahren. Wir haben das Ruruhaus vor zwei Jahren gegründet. Für uns war es so, dass wir dort sind und dass wir von dort aus vertrauen darauf, dass wir beziehungen aufbauen in Kassel und zu den Gruppen in Kassel und dass wir auf dieser Basis arbeiten. Ja, itulah yang membuat kami juga percaya pada, lebih percaya pada Dialog-Dialog dan Pertemuan-Pertemuan. Und das ist auch, weshalb wir mehr auf zwischenmenschliche Begegnungen gesetzt haben, auf den Austausch und darauf, dass wir uns mit anderen verständigen. Vielen Dank, Frau Dorn. Herzlichen Dank. Frau Abgeordnete Connemann hatte mich gefragt, wann wird Frau Dr. Schormann entlassen? Da möchte ich deutlich machen, also Entscheidung über Konsequenzen aus möglichem Fehlverhalten. Das ist und bleibt Aufgabe der Gremien. Ich habe heute schon erwähnt, dass ich nicht hier sitze als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende mit Mandat. Eine wichtige Rahmenbedingung ist mir hier in diesem Zusammenhang schon wichtig zu betonen. Frau Dr. Schormann hat als Generaldirektorin keine künstlerische Verantwortung. Und die ist exklusiv bei Ruan Cooper. Gleichzeitig ist auch klar, dass mögliches eigenes Fehlverhalten von Frau Dr. Schormann muss auch selbstverständlich gründlich aufgeklärt werden. Und dafür braucht sie dann aber auch alle Möglichkeiten der eigenen Darlegung. Und genau dies war Ziel, also nicht nur dies, sondern auch dies war Ziel des Fragenkatalogs, um dann zu schauen, wie konnte es dazu kommen? Welche Prozesse sind gelaufen? Was muss in Zukunft und jetzt gerade passieren? Und der soll ausgewertet werden. Und dafür haben wir heute als Gesellschafter landesseitig Hoffen wir, dass keine Technik kaputt ist. Pardon. Deswegen haben wir heute als Gesellschafter landesseitig eine Aufsichtsratssitzung für kommende Woche beantragt. Ich konnte jetzt noch nicht meine E-Mails anschauen, ob dazu schon Korrespondenz ist. Das war heute Vormittag. Und vielleicht, um da von Frau Abgeordnete Merten die Frage vorwegzunehmen mit dem Fragenkatalog. Ich bitte um Verständnis, dass wir diesen intern halten wollen, weil es sind ja auch Gremien, die intern tagen sollen. Ich weiß, dass er in Teilen schon öffentlich wurde. Ich beteilige mich nicht daran, solche Kataloge, die für interne Aufklärungsprozesse sind, öffentlich zu machen. Auch wenn ich verstehe, dass daran Interesse ist. Aber im Grunde geht es genau um diese Aspekte, die ich gerade versucht habe zu skizzieren. Wie kam es dazu? Welche Prozesse sind wie gelaufen? Und was steht jetzt an? Herr Abgeordnete Lindh hat mich gefragt über den Austausch der Findungskommission. Staatsministerin Claudia Roth hat auch deutlich gemacht, sie würde sich wünschen, dass diese Beratungsfunktion mehr abgerufen wird. Ich kann das verstehen. Ich habe morgen tatsächlich ein Gespräch mit Frau Ute-Meter-Bauer und Philippe Pyrroth, weil ich es auch für sinnvoll halte, dass wir uns hier austauschen, um auch diese Beratung, die Sie von Anfang an angekündigt haben, anzubieten, dass wir die auch abrufen. Ich glaube, es ist gerade eine sehr wichtige Phase, in der wir wirklich die Kraft aller Beteiligten brauchen. Dann Frau Abgeordnete, Bundesabgeordnete Merten hat mich gefragt, dass ich zur Einschätzung des Oberbürgermeister Geselles sage, dass dann lieber die Stadt bezahlt, als dass der Bund dabei ist. Da kann ich direkt anschließen an meinen letzten Satz. Ich finde, wir haben gerade eine Phase, wo wir beide als Gesellschafter in Kooperation mit dem Bund alles dafür tun sollten, um jetzt Schaden von der Documenta, der entstanden ist, der nicht zu relativieren ist, aber weiteren Schaden abzuwenden. Und Lösungen zu schaffen. Ich habe diese Äußerungen nicht verstehen können, die hier getätigt worden sind. Landesseitig war das auch nicht mit uns abgesprochen. Und ich bin weiterhin der Meinung, das waren wir bisher als Gesellschafter eigentlich die letzten Jahre immer, dass wir uns freuen über ein Engagement des Bundes, was aus meiner Sicht weit über das Finanzielle hinausgeht. Wir reden hier über eine Weltkunstausstellung und insofern wäre es aus meiner persönlichen Sichtweise auch richtig, dass der Bund sich hier nach wie vor engagiert und gerne auch stärker engagiert. Ich habe die letzten Monate als produktiv und als hilfreich empfunden. Und wenn ich jetzt diese Diskussion gerade auch reflektiere, die wir hier haben, ist der nach wie vor der Vorschlag einer Sensibilisierung, der im Januar federführend von Claudia Roth erarbeitet worden ist, inklusive angefragter Expertinnen und Experten. Herr Brotmann hat auch darauf verwiesen, dass das ja auch eine Idee war, die da im Austausch entstanden ist. Dann wäre die richtig gewesen, die wäre damals notwendig gewesen. Und das zeigt auch, dass es doch richtig wäre, hier die gemeinsame Kooperation in den Vordergrund zu stellen, gerade jetzt, aber auch in Zukunft. Das ist meine Sichtweise darauf und das ist auch die Landessichtweise. Dann hatten Sie die Frage von Gesprächen im Vorfeld gefragt. Ich bin nicht ganz sicher, auf was Sie sich beziehen, was ich sagen kann. Wir haben seit Januar verschiedenste Gespräche. Eben zu diesem Thema einer Expertenkommission hatten wir intensive Gespräche. Ich hatte Gespräche mit Frau Schormann selbst über die Frage, ob wir eine Taskforce gründen können. Das war noch vor der Eröffnung der Documenta im Sinne von Krisenmanagement und Beratung durch Antisemitismus Experten für den Fall des Falles. Dass der Fall des Falles aufgetreten ist, habe ich damals natürlich auch nicht vorhergesinnt. Auch ich habe mir ein solches Szenario nicht vorstellen können. Da dachte ich auch an andere Szenarien. Wir hatten, ich hatte verschiedenste. Ich hatte auch ein Gespräch mit Juan Cooper vor der offiziellen Eröffnung. Wir hatten verschiedene Gespräche mit der jüdischen Seite, mit jüdischen Intellektuellen. Ich habe mit dem Landesverband der Juden in Hessen ausführliches Gespräch gehabt. Es gab viele Gespräche in den letzten Monaten und auch gerade in den letzten Wochen. Aber wenn Sie spezifisch was wissen wollten, dann müssen Sie nochmal nachfragen. Das habe ich nicht ganz verstanden, auf was Sie sich beziehen. Die Fragen-Katalog habe ich Ihnen schon beantwortet. Der Abgeordnete Erhard Gerundel hat nach der künstlerischen Verantwortung gefragt, auch in der Frage für die Zukunft. Ich habe gerade deutlich gemacht, dass die exklusive künstlerische Verantwortung lag bei Juan Cooper, bei den Kuratorinnen und Kuratoren. Gerade hat Herr Dahmerwahn auch deutlich gemacht, dass er selbst organisatorische Risiken eher vorhergesehen hat als kuratorische und inhaltliche Risiken. Das fand ich jetzt selbst auch nochmal wichtig, so zu hören. Das zeigt ja auch diese Bedeutung der Sensibilisierung, die es gegeben hätte. Und an dieser Stelle habe ich auch schon deutlich gemacht, dass wir als Aufsichtsrat aus meiner Sicht fragen müssen, ob wir frühzeitig genug die Herausforderungen, die mit diesem besonderen, mutigen neuen Konzept, ob wir diesen Herausforderungen, ob wir denen ausreichend begegnet sind, ob wir rechtzeitig die Herausforderungen gesehen haben und ob die Strukturen, die in der Documenta gegründet worden sind, ob die ausreichend waren. Das ist aus meiner Sicht einer der Punkte, die wir auch miteinander im Aufsichtsrat dann auch besprechen müssen. Wie oft der Aufsichtsratsvorsitzende den Aufsichtsrat einberufen hat. Es gab eine Informationssitzung am Tag, als dann auch das Kunstwerk ganz abgehängt worden ist. Das war eine Informationssitzung und keine richtige Aufsichtsratssitzung. Ansonsten gab es keinerlei Einberufung des Aufsichtsrates und wir haben heute eben landesseitig diese ordentliche Aufsichtsratssitzung beantragt, nachdem wir jetzt diesen Fragenkatalog gestern dann beantwortet bekommen haben, den ich vor knapp zwei Wochen gestellt hatte. Vielen Dank. Ich würde gern all unseren Gästen Dank sagen. Ich glaube, den meisten Ausschussmitgliedern ist es so gegangen wie mir, dass das Gespräch und der Austausch, auch wenn er länger war, sehr viel Wissenszuwachs gebracht hat, auch über die unterschiedlichen Sichtweisen, wie man an die Dokumente herangegangen ist. Auch gezeigt hat natürlich, dass wir alle unterschiedliche persönliche, aber auch gesellschaftliche Geschichten haben und das Gewalttrauma in Völkern auf der ganzen Welt da sind und sehr unterschiedlich verarbeitet und gesehen werden. Und das aber trotz allem, ich glaube, Herr Botmann, das können Sie mitnehmen. Und das haben Sie auch von unseren Beiträgen hier in unseren Beiträgen gehört. Wir der Auffassung sind, dass Kunst natürlich auch die ausgestellt wird, die öffentlich ist, im öffentlichen Raum beurteilt wird in dem Land, in dem sie ausgestellt wird und sich auch an Grenzen und Regeln in diesem Land halten muss. Und dass das bei uns ganz klar ist, dass es in Deutschland für Kunst mit antisemitischem Inhalt keinen Raum gibt. Und ich glaube, aber auch das Gespräch mit der Juan Grupa und mit Ihnen, Herr Darawan, und Ihren Kollegen und den Kollektiven durchaus Sinn macht und notwendig ist, um auch zu erklären, woher unsere unterschiedlichen Sichtweisen kommen und dass manches davon auch für uns nicht verhandelbar ist, sondern dass wir halt durch unsere andere Geschichte einen anderen Blick und auch eine Kollektivschuld für uns durchaus bewusst haben gegenüber Jüdinnen und Juden. Vielleicht bis auf einen, Herr Jong, aber der Rest hier drin, bin ich mir ziemlich sicher, sieht das so und dass wir deshalb eine... Naja, wir haben das ja schon mal diskutiert und Sie haben den Kopf abgewogen. Und deshalb sage ich, dass Sie sich sicher sein können, dass wir auch die anderen aufgeworfenen Themen, die Sie angesprochen haben, hier besprechen und diskutieren werden. Aber genauso das Thema die Kolonialisierung und was hat das für unterschiedliche Sichtweisen in unterschiedlichen Völkern gebracht. Ich hoffe, dass wir gemeinsam, das haben alle, die sozusagen institutionell hier gesessen haben, im Herbst noch mal darüber reden können und eine Lösung finden für die Dokumenta, weil ich auch glaube, dass wir alle der Auffassung sind, dass es wichtig ist, die Dokumenta nach vorn positiv weiterzuentwickeln und zwar für die gesamte Bundesrepublik. Das ist gut, wie das Land und Kassel sich finanziell engagieren. Aber ich denke nicht, dass das erste Ziel des Bundes ist, sich wieder rauszuziehen, sondern eher, dass wir gemeinsam was Neues, Starkes aufsetzen. Deshalb herzlichen Dank. Das hat bei uns bestimmt ganz viel Denken ausgelöst und ich bin gespannt auf die morgige Debatte zu dem Thema. Das meine ich einfach so und mache einen Punkt und lasse es stehen und schließe sozusagen diesen Tagesordnungspunkt damit. Ich würde sagen, fünf Minuten für den Wechsel, für die Gäste, für den nächsten Tagesordnungspunkt. Ich glaube, das nächste ist Film, was wir auf der Tagesordnung haben. Vielen Dank. 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 gar nicht auf die Länderberichte eingehen, das würde die Zeit nicht hergeben, sondern in erster Linie darauf, dass die Studie dann eben basierend darauf ein Modell für Deutschland, einen möglichen Ansatz für Deutschland beschreibt und eine Modellrechnung macht, was das bedeuten würde. Das Modell wäre eine Steuergutschrift. Und ein Beispiel dafür gibt es in Deutschland schon, nämlich das Forschungszulagengesetz, das genau ein solches Instrument seit ein paar Jahren einsetzt und nach der Erfahrung, die auch die Leute da eingebracht hat, gut funktioniert. Die Finanzierung erfolgt komplett durch die daraus resultierende Erhöhung des Körperschaftsteueraufkommens und die Rechnung zeigt nachher, das ist aufkommensneutral. Wie sähe das aus? Antragsberechtigt wären die Deutschen in Deutschland ansässigen und steuerpflichtigen Produktionsunternehmen. Es gäbe einen kulturellen Eigenschaftstest, der prüft, dass das sozusagen angemessen ist. Das setzt das Beihilferecht schon voraus. Und dann wird quasi die Förderfähigkeit bestätigt. Und ab da können die anrechenbaren deutschen Herstellungskosten eben geltend gemacht werden. Und darauf wird eine Steuergutschrift in diesem Modell von 30 Prozent gewährt, die entweder mit einer bestehenden Steuerlast verrechnet wird oder auch im Falle eines positiven Saldos ausgezahlt wird. Zusätzlich geht die Studie auf Modelle ein von Uplifts, also von zusätzlichen Steueranreizen für bestimmte gesellschaftlich und politisch gewollte Ziele, ob das Diversität ist, Nachhaltigkeit in der Produktion oder Nachwuchsförderung. Das sind alles Dinge, die man da steuernd auch als Steuerungsinstrumente mit einbauen kann. Und die Studie tut jetzt vor allem ein, sie berechnet die volkswirtschaftlichen Effekte. Sie nimmt zwei Szenarien, ein sehr positiv, also ein optimistisches, ein pessimistisches Szenario, ganz bewusst, weil da ist ein Abschätzungsrisiko drin ist. Beide Szenarien zeigen aber klar positive gesamtwirtschaftliche Effekte. Es wird eine Steigerung des gesamtwirtschaftlichen Beitrags im Produktionsmarkt von zwischen 17 und 40 Prozent angenommen als Ergebnis. Eine zusätzliche Bruttowertschöpfung zwischen knapp 600 Millionen und bis zu 1,4 Milliarden Euro. Das würde einen Beschäftigungseffekt bedeuten von ungefähr bis zu 15.000 Arbeitsplätzen und zusätzliche Arbeitsentgelte, die damit erlöst werden, von 700 Millionen. Das heißt, tatsächlich auch bei Anrechnung von Mitnahmeeffekten bekommen wir einen gesamtwirtschaftlichen Rentabilitätsfaktor von zwischen 4,1 und 5,2 dabei raus. Das heißt, jeder eingesetzte Euro löst 4 bis 5 Euro zusätzliche Bruttowertschöpfung aus. Und das ist deswegen auch dann finanzpolitisch verantwortbar. Das ist ja die entscheidende Frage. Denn es löst eben jeder Steuereuro, der gut geschrieben wird, höhere Steuereinnahmen und auch, wie gesagt, bei Einbeziehung der Mitnahmeeffekte zwischen 1,80 Euro und 2,20 Euro aus. Das System würde sich also tatsächlich von selbst finanzieren. Das ist wichtig, weil das bedeutet Nummer eins, der Umfang der Nutzung ist letztlich nicht relevant, wird es wenig genutzt, habe ich halt wenig Aufwand, habe aber leider auch wenig Ertrag, wird es viel genutzt, ist es besser, mal the more the merrier. Das ist sozusagen wirklich der schöne Effekt des Ganzen. Ich bin aber los, all diese haushaltspolitischen Debatten, ob jetzt hier noch 10 Millionen in diesen Fördertopf oder da noch rein müssen, weil das ganze System sich automatisch schon selbst funktioniert. Und es nimmt auch ganz wichtig, anderen Töpfen nichts mehr weg. Also die Diskussion, ob ich jetzt bei der kulturellen Filmförderung noch was habe oder nicht, habe ich damit nicht. Fazit deswegen ganz kurz noch mal. Ich glaube, diese Studie bietet eine sehr substanzielle Grundlage für die Diskussion eines Steueranreizmodells für Deutschland. Es benennt klar die Kriterien und Vorteile. Es ist einfach, es ist unbürokratisch, es ist eine automatische Förderung, die eintritt durch die Steuergutschrift. Wir brauchen keine Caps mehr, keine Begrenzungen sozusagen in der Höhe, die heute das große Risiko für Planbarkeiten, Verlässlichkeiten, auch für die Attraktivität ist. Wenn nämlich plötzlich der Topf leer ist, dann stehe ich da, habe alles geplant und kann das Ganze nicht mehr finanzieren. Und ich habe trotzdem die Möglichkeit, über diese Ablüft politische Ziele hereinzubringen und auch eben damit hineinzuwirken, dass das Ganze gut funktioniert. Die Umsetzung ist einfach möglich. Wir haben mit dem Forschungszulagengesetz ein Vorbild. Andere Länder haben es erfolgreich vorgemacht. Gestern hat Österreich was ganz Ähnliches angekündigt, also ganz aktuell noch in der Studie nicht drin. Und das Ganze geht, ohne dass ich irgendwie regulatorisch eingreifen muss und große verfassungsrechtliche Fragen aufwerfe, wie das beim Fall der Investitionspflichten wäre. Deswegen freue ich mich auf Diskussionen und Nachfragen zu dem Thema. Vielen Dank. Herr Hager. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, danke schön für die Einladung. Vielen Dank. Ich werde Ihnen keine dritte Studie jetzt vorstellen, sondern werde versuchen, die beiden Studien vielleicht im Ökosystem Firnförderung etwas zu verorten. Denn wir haben ja nicht nur diese beiden Vorschläge jetzt auf dem Tisch. Wir haben ein drittes Instrument. Das wissen Sie, sind die Abgaben, die bisher in die FFA geflossen sind. Wir haben steuerfinanzierte Länderförderung. Wir haben eine steuerfinanzierte BKM-Förderung. Und wenn man es noch etwas weiterdenken will, können Sie auch das Kino-TV-Co-Abkommen und im weitesten Sinne auch den Medienstaatsvertrag dazunehmen. Alle diese Instrumente bemühen sich darum, deutsche Medienproduktion, deutsche Medienverwertung zu fördern. Die Zielsetzung dieser einzelnen Instrumente waren bisher schon sehr verschieden und auch die beiden Modelle, die jetzt vorgestellt werden, haben auch unterschiedliche, vertreten unterschiedliche Interessen, verfolgen unterschiedliche Ziele. Es ist aus meiner Sicht deshalb vor allem nötig, jetzt an die Politik gesprochen, an die BKM gerichtet, dass wir zu einer Evaluierung der bisherigen Instrumente kommen müssen, dass wir die neuen Instrumente diskutieren müssen und dass wir zu einer Neuaufsetzung der durchaus unterschiedlichen Modelle, die aber in einem gemeinsamen Ziel diskutiert werden müssen, dass wir diese Anstrengung wirklich unternehmen müssen. Die größte Gefahr besteht meiner Meinung nach darin, dass neue Modelle dazukommen und für die Produzentenschaft es noch komplizierter wird, also für diejenigen, ich sage es einfach, die für Streamer produzieren, ist es einfach, dann das Modell der BKM zu übernehmen oder über die Investitionsverpflichtung zu profitieren. Für alle, die in Formaten arbeiten wie Kino, Formaten arbeiten, die stärker im künstlerischen Bereich, im kulturellen Bereich liegen, wird es noch schwieriger werden, auch wenn Sie zu Recht sagen, das muss ja nicht gleich abgeschafft werden. Aber es ist einfach so, dass heute Produktionen sich in diesen unterschiedlichen Systemen, sei es im Land, sei es im Bund, sei es in der eher kommerziell orientierten Förderung, sei es eher bei der Investitionsverpflichtung oder dann später bei den Steueranreizen, diese unterschiedlichen Interessen im Produkt selber unterbringen muss. Und warum sind wir in diese Situation geraten? Weil wir bis vor 20 Jahren ganz klar Kinoförderung hatten und dann kann zunehmend seit den Nullerjahren eben mit anderen Modellen auch andere Medien gefördert werden. Sie sehen das heute auf Seiten der Länderförderung. Dort wird im Prinzip alles, was sich bewegt, inzwischen gefördert, solange es dem Regionaleffekt dient. Die BKM versucht in ihrer Kulturförderung, Kultur und Kunst hochzuhalten, sieht sich aber auch als Portfolioförderung. Und wir kriegen jetzt noch zwei neue Vorschläge dazu. Und meine Befürchtung ist ganz einfach, wir haben auch mit Haushaltsproblemen zu tun. Es wird zu Verschiebungen kommen, wenn die Politik sagt, wir haben hier ein Steueranreizmodell, da fließen mit den Effekten, wenn sie denn so kommen, fließen 400, 500, 600, 700 Millionen Euro in die Branche. Brauchen wir dann noch eine BKM-Förderung für 190 Millionen? Braucht es dann noch die FFA? Braucht es dann noch den DFFF? Und insofern sage ich, wenn Sie diese Modelle jetzt diskutieren, Investitionsverpflichtung versus Steueranreizmodell, aus Sicht der Branche werden beide Modelle gebraucht. Ich will ganz kurz sagen, warum. Das Steueranreizmodell, wie die Bitkom sie vorschlägt, ist im Grunde, Sie haben das richtig dargestellt, der DFFF und der GMPF einfach nur mit wesentlich mehr Geld, mit einfacheren Vergabebedingungen, weil über die Finanzämter diese Cap eben nicht mehr da ist, eine andere Sicherheit, das muss nicht mehr jährlich bewilligt werden, das Geld. Das ist ein großer Vorteil für die Branche. Auf der anderen Seite haben Sie die Investitionsverpflichtung, die wir meiner Meinung nach brauchen, weil wir nur so mit den Streamern auch auf Augenhöhe in ein politisches, filmpolitisches Verhältnis kommen, mit Ihnen auch wirklich über die Investitionsverpflichtung Bedingungen mit hineinbringen können. Frankreich hat das vorgemacht. Es gibt einen Prozentsatz des Umsatzes, der im Land gemacht wird. Und dann wird ein anderer Prozentsatz davon wieder für Kino ausgegeben. Es wird ein bestimmter Prozentsatz für unabhängige Firmen ausgegeben. Und das sind Dinge, die Sie mit der Investitionsverpflichtung gegenüber den großen Playern, die den Markt hier zum Wohle aller, sage ich jetzt mal, was die Produktionswirtschaft angeht, aufrollen. Nur so kommen wir auf Augenhöhe mit den Streamern. Ich plädiere dafür, dass es einen großen Rat gibt, einen großen Filmrat gibt, der alle bestehenden Modelle, auch die beiden neuen Modelle wirklich ausgiebig diskutiert, ausgiebig ins Verhältnis miteinander setzt, wo wir so weit es geht Bund und Länder mit am Tisch haben, um dann das, was wir jetzt seit 50 Jahren haben mit dem FFG, was wirklich überholt ist, ersetzen können durch ein neues Filmfördergesetz, durch neue Steuerbasierte, durch neue Investitionsverpflichtungen, die dann der Branche weiterhelfen. In diesem Wettkampf, der ja hinter beiden Modellen steht, das muss man klar sagen, hinter beiden Modellen steht auch ein Wettkampf in Europa. Wenn wir jetzt die Investitionsverpflichtung nehmen, die eventuell nur auf Länderebene umgesetzt werden kann, dann haben wir auch noch wieder zwischen den Ländern den Konflikt. Und wir kämpfen mit der Zeit. Und jetzt bin ich eine Minute drüber und auch am Ende. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hoffe nicht, dass Sie am Ende sind, weil Sie sollen ja hinterher noch mal antworten, aber für jetzt ist es erst mal gut. Dankeschön. Vielen Dank. Dann steigen wir ein in die Fragerunde und die Fragerunde der Fraktionen und Abgeordneten für die SPD. Herr Lind, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir sind ausgedünnt, aber umso begeisterter noch dabei. Jetzt auch noch zur Filmförderung. Ich mache es dann sehr auf Fragen konzentriert. Vorher nur so ein Stichwort Dropping. Stärkung des Filmstandortes. Natürlich ist allen Konsens, dem niemand widerspricht. Und gleichzeitig geht es dann um die Austarierung, die bekannte Debatte, Tax Incentives oder Investitionsverpflichtungen. Aber auch die ganze Aspekte Harmonisierung von Fördersystemen, Förderinstrumenten, Fenster, Verwertungszeiträume, auch urheberrechtliche Fragen. Wenn wir mal das große Tableau aufmachen, dann Fachkräftemangel, Fachkräfte aus dem Ausland, Weiterqualifizierung, überhaupt Sichtbarkeit von Qualifizierung und Kenntnis von den Möglichkeiten im ganzen Bereich. Ich würde die These wagen, dass das noch sehr überschaubar ist bei jüngeren Menschen. Aber auch der ganze Aspekt, was ist mit Nachhaltigkeit und Diversität? Also ein Riesenthema. Vor dem Hintergrund nun zu den Fragen an Herrn Osterhaus für die Wittkom. Zum einen, was könnten Sie sagen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Netflix in Bezug auf die Investitionsverpflichtung in Frankreich und die Produktionsvolumina, die dorthin gehen und offensichtlich hingehen. Also wie können Sie diese Situation Frankreich als mögliches Beispiel für Deutschland beschreiben? Dann könnten Sie noch mal begründen, Ihr Votum unter den verschiedenen Modellen der steuerlichen Lösung für die Zuschrift, also Steuergutschrift. Warum gerade dieses Modell und nicht Vergünstigungen oder direkte Zuschüsse? Warum das? Und drittes heißes Thema, das jetzt nicht so direkt kam, aber doch im Raum ist. Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht aus, auch im Bereich Streaming mit der Bereitschaft, über Rechte zu verhandeln, also rechte Teilhabe für Produzenten aus Sicht der Streamer? Das ist ja auch eine Debatte, die auch mitzuführen und mitzudenken ist. An Herrn Goldhammer noch der Aspekt, hat für Sie überhaupt diese Tektonik der vier Säulen, mit dem jetzt auch viel beachteten John-Monster Picture Funds, aber auch DFFF, kulturelle Filmförderung, Filmabgabe, hat das noch Zukunft und welche Elemente davon überhaupt? Und ein zweiter Aspekt vielleicht noch an Sie, wie ist das mit dem Dilemma, dass man so eine Anschubforderung hat teilweise in Bezug auf Drehbuch, dann aber sieht, dass auf der Strecke es fehlt, um Reichweite zu generieren, bei Newcomern und Vermarktung zu produzieren. Also ist da nicht ein Defizit, frage ich mal suggestiv in diesem Bereich. Und an Herrn Argenmann noch mal, um den anderen Aspekt zu stärken, wie ist es mit der Investitionsverpflichtung? Könnten Sie noch mal präzisieren, inwieweit die auch eine Stärkung der Kreativen und der Produktionslandschaft wäre und insofern aus Ihrer Sicht eine Stärkung des Standorts, wenn Sie das so sehen? Danke. Für die CDU, CSU. Herr Möseburg. Vielen Dank. Möseburg. Mein Gott. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Deutschland steht ja bei den Investitionen natürlich im internationalen Wettbewerb. Das ist klar. Und ich denke, das Thema muss jetzt diskutiert werden. Wir müssen das ja sowieso bis Ende nächsten Jahres diskutieren. Von dem her begrüßen wir das, dass wir jetzt hier auch mit diesem Fachgespräch starten in einen Prozess. Sie haben ja, Herr Dr. Osthaus, die in ihrer Studie insbesondere auch Großbritannien tief beurteilt. Das sind ja beeindruckende Zahlen, wenn man das anschaut, insbesondere diese Hebelwirkung, die da beschrieben wird. Vielleicht die Frage mal an alle noch mal, ob man sich aus Großbritannien auch noch was anderes abschauen kann oder ob das ausschließlich diese Regelung ist, die dort zu diesen beeindruckenden Steigerungen von der Gesamtinvestition von knapp zwei Milliarden Pfund geführt haben könnten. Dann noch mal an eigentlich auch an alle die Frage mit der Budgetdeckelung, inwieweit es in der Praxis darüber hinaus, dass man eben keine Förderung bekommt, auch noch zu Problemen der Planbarkeit führt. Das würde mich interessieren. Und dann habe ich noch eine Frage zuletzt. Und zwar habe ich in letzter Zeit auch öfter gehört, dass das Problem mit Koproduktion noch besteht. Ich habe das aber nicht ganz verstanden, wo das Problem liegt, dass das in der Förderung dann problematisch ist, wenn es ausländische Produktionen sind, die mit Deutschland in Koproduktion sind, wie die an ihre Förderung kommen und ob es da Lösungsansätze gibt. Vielen Dank für Bündnis 90, die Grünen, Frau Amsberg. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich konzentriere mich jetzt auch mal nur auf die Fragen, nicht so sehr auf das, was uns sozusagen in der Filmförderung wichtig ist, weil ich wahrnehme, dass alle den Bedarf sozusagen nach Reformen sehen. Das ist ja erst mal schon mal gut festzuhalten und würde jetzt sozusagen an Sie drei oder vielleicht erst mal an Professor Hagemann die Frage adressieren. Also Sie haben gerade so ein bisschen Modelle und Wechselwirkungen miteinander beschrieben, wie vielleicht auch Dinge gleichzeitig laufen können und es gar nicht eine Frage unbedingt der Entscheidung ist. Und auch vor allen Dingen, dass wir sozusagen eine Richtung einschlagen müssen, uns vor allen Dingen auch wirklich alle Modelle angucken und dann eine Verbindlichkeit schaffen müssen für die nächsten Jahre. Das leuchtet mir total ein. Wir sind aber ja in einer nicht einfachen Situation gerade, in der Pandemie ja noch, so sehe ich es zumindest, aber vor allen Dingen auch schon seit zwei Jahren da drin. Deshalb ganz grundlegend würde mich erst mal interessieren, welchen Einfluss sozusagen die letzten zweieinhalb Jahre Pandemie auch auf die Studienergebnisse haben. Das ist ja wichtig für uns, das auch einzuschätzen. Und wie man quasi mitten in der Pandemie das gut hinbekommt, einen Prozess auf die Schiene zu setzen, der strukturelle Reformen für die deutsche Filmförderung angeht, aber ist sozusagen nicht verzerrt. Es wird klar, was ich meine damit. Ich habe auch schon einen langen Tag hinter mir. Also wie können wir sozusagen mitten in der Pandemie das auch gewährleisten, dass wir da zu einem Modell kommen, das am Ende trägt? Und an Herrn Osthaus, Doktor Osthaus, die Frage, wir haben jetzt bei der Bitkom-Studie sozusagen die wirtschaftlich ausgerichtete Filmförderung bleibt weiter bestehen, wird durch ein Steuergutschriftmodell ersetzt. Und trotzdem ist es ja so, das müssen wir, glaube ich, auch offen ansprechen, dass die Förderung des FFG und auch die kulturelle Filmförderung davon ja berührt ist. Also Stichwort Fachkräftemangel. Weil das ist ja schon ein Punkt, der sozusagen da aufschlägt. Für uns als Grüne ist es sehr, sehr wichtig, dass die kulturelle Vielfalt, vor allen Dingen auch die unabhängigen Filmemacherinnen, bestehen bleiben, dass die auch gestärkt werden. Und deshalb, welche Auswirkungen hätte sozusagen die Einführung des Steuergutschriftenmodells auf das FFG direkt oder indirekt? Und wie kann das abgefangen werden? Also wie können wir vielleicht begleitend dazu das, was uns da auch wichtig ist an der Stelle trotzdem möglich machen, an die Seite stellen, um Kinofilme eben auch zu fördern oder zu stärken? Und an Herrn Dr. Goldhammer, jetzt muss ich gucken, 35 Sekunden. Was wir ja auch immer wieder diskutieren, ist sozusagen der ganze Bereich der Stoffentwicklung. Das wurde, glaube ich, auch schon einmal angesprochen. Also wie kann beispielsweise eine Investitionsverpflichtung auch ausgestaltet werden, um zusätzlich die Stoffentwicklung zu stärken? Weil das ist ja eigentlich ein Punkt, die Grundlage eines guten Films und ohne die und diesen ganzen Bereich kommen wir auch nicht zu dem Ergebnis, das wir uns wünschen. Also vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die AfD, Herr Jonge, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Danke an die Gäste für ihre Ausführungen. Ich möchte vorausschicken, die Modelle, die heute zur Diskussion stehen, gehen wir uns durchaus in die richtige Richtung. Das ändert aber nichts daran, dass das System der deutschen Filmförderung in vielfacher Hinsicht reformbedürftig ist. Die Gängelung der deutschen Filmindustrie mit immer neuen Förderauflagen in Richtung Diversität, Geschlechtergerechtigkeit etc. ist aus unserer Sicht sicher nicht der richtige Weg, um das Publikum und auch ein internationales Publikum zu begeistern. Wir werden darauf spätestens bei der turnusmäßigen Novellierung des Filmfördergesetzes zurückkommen. Doch nun zu dem Gutachten im Auftrag der Filmförderungsanstalt FFA von der Beratungsgruppe Goldmedia angefertigt. In diesem Gutachten steht eine Investitionsverpflichtung für Video-on-Demand-Anbieter. Wir haben es gehört im Mittelpunkt, vor allem von Streaming-Diensten. Ziel der Investitionsverpflichtung ist es, dass ein größerer Anteil der Investitionen der Video-on-Demand-Anbieter an nationale oder europäische Produzenten oder Produktionen fließt. Damit soll in Europa oder Deutschland die kulturelle Vielfalt der produzierten Inhalte gewahrt werden. Ein Ziel, das wir auf jeden Fall unterstützungswürdig finden. Jetzt Frage an Herrn Professor Goldhammer. Wie würden Sie die weitere Entwicklung skizzieren, wenn es nicht zu einer Investitionsverpflichtung für Video-on-Demand-Anbieter kommt? Oder anders gefragt, wie würden sich die Marktasymmetrien, die durch die Plattformökonomie ausgelöst wurden, langfristig mit Blick auf die nationale Film- und Produktionslandschaft auswirken? Und jetzt noch zur vorliegenden Bitkom-Studie, wo das steuerbasierte Anreizmodell für die Film- und Serienproduktion im Zentrum steht. Vorbild ist ja hier das britische Film-Tax-Relief-Modell. Die Förderung soll also in Form einer Steuerentlastung auf Unternehmungssteuern erfolgen. Die Studie stellt mit Blick auf die Hebelwirkung dieses Instruments fest, dass jeder Euro, so lese ich es da in der Studie, die in die Steuergutschrift investiert wird, einen zusätzlichen Beitrag an Steuern und Sozialbeiträgen von bis zu 2,8 Euro generiert. Das klingt sehr verheißungsvoll. Allerdings stellt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages 2018 fest, dass sich europaweit ein Trend in Richtung Zuschussmodell ablesen lässt. Es gibt also offenbar Argumente auch dafür, also Argumente, die gegen die Einführung des steuerbasierten Anreizmodells sprechen. Und vor diesem Hintergrund die Frage an Dr. Osthaus bei der Umsetzbarkeit dieses steuerbasierten Anreizmodells bleibt Ihre Studie eher vage. In einer Fußnote schreiben Sie sogar eine juristische Betrachtung oder Begutachtung eines steuerlichen Fördermodells ist nicht Gegenstand dieser Studie. Und das scheint doch eine erhebliche Einschränkung zu sein. Und muss daraus geschlossen werden, dass die Umsetzung eines steuerlichen Fördermodells in Deutschland mit komplexen Hindernissen verbunden ist. Und wenn ja, wo würden diese zu verorten sein? Und wie könnte man Ihnen begegnen? Die Fragen gerne auch an Herrn Hagemann, wenn er sich dazu äußern möchte. Danke. Danke. Für die FDP Herr Hacker, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Herren, herzlichen Dank für den Input, Sie spüren. Wir alle wollen einen starken deutschen Film. Wir wollen in Deutschland produzierte Filme. Die französische Regelung oder die europäische Regelung spricht ja auch immer von europäischen Filmen bei der Investitionsverpflichtung. Aber wir wollen tatsächlich, und das ist auch der einzige Grund, warum wir Liberale uns auch hierfür einsetzen können, auch Wettbewerbsnachteile einfach ausgleichen, die wir mit den europäischen Partnern, aber auch weltweit natürlich verspüren, wo es Förderungen gibt in unterschiedlichen Maße. Herr Professor Hagemann, Sie haben ja eigentlich sehr deutlich schon in Ihrer Analyse eine Bewertung mit abgegeben, dass unser bestehendes System zu komplex, zu dezentral ist, zu kompliziert, zu unterfinanziert und dass es deswegen für größere internationale Produktionen einfach gar nicht in Frage kommt. Deswegen ist Deutschland nicht auf der Agenda. Wenn man die Instrumente anschaut, die wir heute diskutieren, kennen internationale Produzenten ein Steueranreizmodell. Das wird praktiziert in anderen Ländern. Manche machen Zuschüsse, ganz klar. Aber die erfolgreicheren aus unserer Sicht, und ich glaube, das hat die Studie der Bitkom ja auch ergeben, die scheinen über dieses Anreizsystem tatsächlich Erfolg zu haben. Allerdings haben Sie, Herr Goldhammer, eher so Unterschieden zwischen Streaming-Anbietern und Kinos. Also ein gut produzierter Film, der vielleicht zuerst im Kinos und dann bei Streaming-Diensten ist, der in Deutschland produziert ist, der in Europa produziert ist, ist wichtig, egal, wo er denn zuerst läuft. Deswegen bitte Herr Oshaus noch mal klarstellen, was denn alles tatsächlich in Ihrer Studie auch darunter fällt unter die Förderung, ob das auch kleinteilige Dokumentarfilme, alles, was es mit abdenkt. Und Herr Professor Goldhammer, Sie haben ja die Inhouse-Studie für die FFA gemacht, ganz klar zur Investitionspflichtung, aber Sie haben ja auch schon Studien gemacht für Steueranreizmodelle, für andere Dinge, wenn Sie das in der Abwägung der Wirkmächtigkeit oder wie schnell so eine Wirkung einsetzen kann, vergleichen und hinsichtlich der Einfachheit, weil uns ist auch immer wichtig, dass die eine Förderung anschauen, dass es auch einfach in dem Handling haben, dass wir da keine bürokratischen zusätzlichen Hörer haben. Was könnte denn da schneller wirken und kann man das kombinieren oder wäre es sinnvoll, das zu kombinieren oder muss man sich vielleicht doch für eins entscheiden? Also was könnte da das schnellere Instrument sein? Dass Studien immer Annahmen treffen, dass auch Multiplikatoreneffekte Ergebnisse aus Studien sind und dass wir erst die Filmindustrie tatsächlich auch in die Lage versetzen müssen, was das Thema Fachkräfte angeht, was auch das Thema Standorte angeht. Das muss dann auch natürlich kommen, aber wenn die Nachfrage da ist, glaube ich, würde auch da das Angebot bei den Studios schnell nach oben gehen. Die Frau Vorsitzende schaut kritisch, meine Zeit ist überschritten. Ich freue mich auf die Antworten. Danke. Das ist schön, wenn man ohne Worte verstanden wird. Vielen Dank. Für die linke Vorsitzende, bitte. Dankeschön. Zunächst bitte ich um Entschuldigung. Ich hatte drüben noch zu reden zu Forschung und Innovation und bin dann aber gleich rüber gestürmt. Und ich komme auch gleich zu meinen Fragen, insbesondere mit Blick auf Investitionsverpflichtungen an Herrn Goldhammer, die Frage, wenn man sich die Produktionsinnovation, Investitionen anschaut, der Video-on-Demand-Anbieter in Deutschland, können Sie abschätzen, wie viel eigentlich an unabhängige Produzentinnen und Produzenten geht? Und was würden Sie sich von einer Verpflichtung da versprechen? In Dänemark, zweite Frage, hat vor kurzem Netflix, wie auch andere Streaming-Anbieter, das ist vorhin schon angeklungen, sein Produktionsgeschäft gänzlich eingestellt. Und das mit der Begründung, dass die neue Vergütungsvereinbarung zwischen Urheberinnen und Urhebern und den Produzentinnen die Produktionskosten höher und höher treiben würden. Wie schätzen Sie es mit Blick auf Deutschland eine solche Entwicklung ein? Nun ist ja Dänemark vom Markt her ein bisschen kleiner, Deutschland ein bisschen... Hoffentlich haben Sie sich nicht wehgetan. Nun ist ja Deutschland ein größerer Markt und deshalb würde eine solche Investitionsverpflichtung aus Ihrer Sicht dann eher als Schutz, als wirksamer Schutz verstanden werden können und würde dann auf diese Art und Weise auch die Verhandlungsposition gegenüber den Plattformen gestärkt werden. Meine dritte Frage bezieht sich auf das Bitkom-Gutachten. Da haben Sie Zahlen errechnet und aufgeschrieben zu zusätzlicher Wertschöpfung und Beschäftigung aufgrund eines höheren Produktionsvolumens. Und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu dem Umstand, dass das System ja eh schon an seinen Kapazitätsgrenzen ist, insbesondere mit Blick auf die Fachkräfte, wie realistisch ist denn das? Und da komme ich gleich zur Forschungszulage. Also es ist ja eine Forschungszulage, die die Bundesregierung realisiert. Es ist eine nachgelagerte Finanzierung. Kleinere Anbieter bräuchten ja sozusagen eine begleitende Finanzierung, eine aktuelle Finanzierung und keine nachgelagerte. Und bei der Forschungszulage bedeutet es, dass die Großen eher darauf zugreifen, weil sie natürlich in Vorleistung gehen können. Die Kleineren greifen auf die traditionellen Programme wie zentrales Innovationsprogramm Mittelstand und Ähnliches zurück. Und jetzt befürchten nicht nur ich, sondern auch einige der kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass das miteinander konkurriert. Und das Gleiche könnte uns hier im Filmgeschäft passieren, dass wir dann in Erklärungsnot kommen mit bereits vorhandenen und ausgelasteten Instrumenten. Und deshalb also hier nochmal meine Frage dazu. Danke. Vielen Dank. In welcher Reihenfolge möchten Sie antworten? Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich versuche es einfach mal chronologisch zu machen. Hat das Viersäulenförderungsmodell Zukunft? Nun, es ist natürlich ein historisch gewachsenes System föderaler Natur, Länder und Bund, das auf zahlreiche unterschiedliche Interessen, Motive, Absichten und Situationen eigentlich eingeht. Insofern ist es schon sehr elaboriert. Wir haben auf der anderen Seite durch die Digitalisierung, durch den Siegeszug der Streamer, durch Corona, ganz viele Faktoren, die den Markt erheblich durcheinandergeworfen haben und noch weiter verändern werden. Und insofern ist es eben die Frage, wie man da tatsächlich auf diese Förderanforderungen der Zukunft reagiert. Insofern, ich glaube, es hat eine Zukunft. Ich glaube, man muss es aber trotzdem weiterentwickeln. Also insofern ist es ein Sowohl-als-auch-in-der-Antwort enthalten. Zweite Frage zu den Hebelwirkungen. Kann man sich etwas anderes abschauen? Und diese Budgetdecklung, also in der Tat, das erscheint mir nachvollziehbar, gerade beim GMPF, dass es eben ein gewisses Budget gibt, wenn Sie dann einen Film planen und dafür einen Förderantrag stellen und vielleicht die Unverfrorenheit besitzen, im Oktober diesen Film zu beantragen, die Förderung, dann ist das Geld weg und dann ist Ihre Finanzplanung also im Prinzip gescheitert. Und insofern ist das natürlich nachvollziehbar, dass es Probleme der Planbarkeit bei der jetzigen Situation gibt. Aber das ist ja umgekehrt auch gesagt öfters so, dass die Mittel nicht unbegrenzt sind und insofern man nicht bis Ultimo da Geld abrufen kann. Welchen Einfluss hat die Pandemie auf die Studienergebnisse? Nun, das kann ich sagen, wir haben es A, berücksichtigt, aber B, auf die Studienergebnisse hat es insofern keinen Einfluss, als dass wir natürlich ein Modell gerechnet haben, was in die Zukunft geht. Also für die zukünftige Finanzierung schaut, wo und in welchen Dimensionen diese Auswirkungen entstanden ist oder entstehen wird. Insofern ist das also überschaubar. Wenn es jetzt beispielsweise um die Kinoförderung gegangen wäre, dann hätte man sich da anders mit beschäftigen müssen, weil in der Tat beispielsweise in der Kinobranche die Zuschauer nicht mehr in den Mengen und Scharen wieder ins Kino gehen, wie das noch vor Corona der Fall war. Aber im Bereich Streaming ist das ja nicht das Problem. Da haben wir eher noch insgesamt ein Wachstum. Kann man die Investitionsverpflichtung auch für das Thema Stoffentwicklung umwidmen, haben wir in dem Gutachten nicht im Detail geprüft. Aber das ist ja ein Teil des politischen Diskurses oder der politischen Meinungsbildung. Also wenn es sozusagen gewünscht ist oder ein Thema ist, dann ließe sich das sicherlich in irgendeiner Art und Weise auch innerhalb einer solchen möglichen Investitionsverpflichtung auch integrieren. Also in welcher Form auch immer das dann stattfindet oder mit welchen Stufenmodellen oder für welche Bereiche man diese Investitionsverpflichtung dann wiederum, dass die Gelder dann widmet oder benutzt oder die dann innerhalb der oder vergeben werden. Das ist ja dann ein Teil der politischen Willensbildung. Insofern sehe ich das nicht als Problem oder als völlig hinderlich an. Dann die Frage zur weiteren Entwicklung, falls eine Investitionsverpflichtung nicht käme, wie sich dann die Marktasymmetrien weiterentwickeln würden. Also unser Eindruck aus den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben im Rahmen dieses Gutachtens, ist sozusagen aus Produzentensicht immer das Gefühl, dass es eine erhebliche Marktasymmetrie gibt. Der Herr Professor Hagemann hat es ja auch gerade angedeutet, also dass man da auf Augenhöhe offensichtlich nicht so wirklich sich im Gespräch fühlt. Heißt also, falls es nicht zu einer Investitionsverpflichtung kommt, würde sich vermutlich diese gespürte Marktasymmetrie weiter ausweiten. Das müsste man konkludent aus den Aussagen der Betroffenen oder der Produzenten vor allen Dingen ablesen. Dann noch die Frage, ist das Steueranreizmodell versus Investitionsverpflichtung, was ist wirkmächtiger und einfacher? Interessante Frage. Erstens, ja, man kann es natürlich kombinieren. Also alles ist kombinierbar, wenn man es möchte. Vermutlich ist die Investitionsverpflichtung aufwendiger oder bürokratischer als ein Steueranreizmodell. Es gibt aber im Prinzip dazu eine weitergehende Antwort. Erstens, wir haben uns in der Tat auch mal vor einigen Jahren in einem größeren Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium, auch mit Steueranreizmodellen, am Rande beschäftigt. Da kam aber immer wieder zum Tragen, dass es am Ende auch wieder ein Windhundrennen gibt. Also unter dem Motto, in Ungarn haben Sie aber 23 Prozent und in Holland nur 21 Prozent. Und dann müssen wir mindestens 24 Prozent haben, damit es sich rechnet. Also deswegen gibt es so einen Wettbewerb innerhalb der Europäischen Union oder wenn Sie wollen, auch noch global. Ob man nicht lieber in Kanada produziert, wo man 36 Prozent oder 33 Prozent Steueranreiz oder Steuervergütung bekommt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die Investitionsverpflichtung, so wie wir das gerechnet haben, hat ja auch eine gewisse Aufgreifschwelle, die da drin steckt. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten im Markt aber auch beobachten können. Netflix hat zum Beispiel selber erklärt, dass jetzt 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren, also dreieinhalb Jahren, also roundabout 150 Millionen Euro in Deutschland in den nächsten drei Jahren investieren will. Und das würde im Prinzip bedeuten, dass an dem Beispiel Netflix jetzt, je nachdem, wie man diese Investitionsverpflichtung umsetzt, dass die genügend investieren würden, um gar nicht in dieses Modell der Investitionsverpflichtung zu kommen. Oder in die Verpflichtung zu kommen, weil sie selber schon so viel Geld investieren in den deutschen Markt. Also insofern, da würden sich dann diese Erfordernisse wieder aufheben. Also was ist dann bürokratischer, was ist einfacher? Das ist dann auch eine politische Frage oder Überlegung. Aber letzten Endes kombinierbare ist auch so was. Letzte Frage. Wie geht es denn, wie viel der Investitionen der WD-Anbieter gehen an die unabhängigen Produzenten? Kann ich Ihnen leider nicht sagen, haben wir nicht geprüft. Dafür müsste man alle Produktionen von allen WD-Plattformen in Deutschland, in allen einzelnen Produktionsgesellschaften sich anschauen und dann sich fragen, wer davon unabhängig ist und wie definiert man das? Haben wir leider nicht gemacht, kann ich deshalb nicht sagen. Das Beispiel Dänemark, ich habe das auch gelesen. Ganz sicher bin ich mir nicht, was die Darstellung da anbelangt. Im Vergleich zu Deutschland würde ich mal sagen, angesichts der gerade zitierten, selbsterklärten Investitionen in die deutsche Programmproduktion, sieht es ja nicht so aus, als ob jetzt am Beispiel Netflix nächste Woche hier der Hahn abgedreht werden soll, sondern im Gegenteil, wir sehen ja, dass da investiert wird. Also insofern glaube ich nicht, dass es da eine direkte Vergleichbarkeit geht. Aber ich kann nicht für Netflix sprechen und ich kenne die Hintergründe in Dänemark nicht im Detail. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hagermann. Oder auch gerne Herr Osthaus erst. Mir ist jetzt glücklich egal. Wunderbar. Ich versuche ein bisschen nicht nach Parteien zu strukturieren, sondern nach Themen. Ich weiß nicht, ob mir das gleich gelingen wird, aber ich hatte ja einen kleinen Moment mehr Zeit. Ich würde gerne mit dem Thema Fragen zu dem Thema Steueranreizmodell beginnen. Da war die eine Frage, warum ist die Steuergutschrift das Mittel der Wahl, nicht die Vergünstigung oder der Zuschuss? Der Vorteil, das entscheidende Ziel muss sein, die klare Absehbarkeit und Planbarkeit für das in den Inhalt investierende Unternehmen. Die Steuervergünstigung hat den Nachteil, dass es ja abhängig ist von meiner eigenen Steuerlast. Wenn ich dann sozusagen gerade keine Steuerlast habe, tritt ein ganz anderer finanzieller Effekt ein. Den Zuschuss wiederum muss ich immer budgetieren vorab. Das heißt, ich habe dann immer wieder das Problem, dass ich in der Regel Grenzen habe. Und genau dann habe ich diese Situation, die wir heute haben, die ja gerade, Herr Goldhammer auch schon richtig beschrieben hat. Man plant ein tolles Projekt, reicht seinen Antrag ein, hat alles vorbereitet, hat Verpflichtungen eingegangen als Produzent und stellt plötzlich fest, dass leider der Topf, aus dem man sozusagen glaubte, Fördermittel zu kriegen, leer ist und steht ohne da. Dann geht das gesamte Projekt in die Hose. Das wird im Zweifel nicht realisiert. Es entstehen aber riesige Verluste für den Produzenten, der auf dem ganzen Sitzen bleibt. Die Steuergutschrift ist das unbürokratischste Mittel, um mit all diesen Problemen umzugehen. Deswegen kommt die Studie jetzt mit den Leuten zu dem Ergebnis, das sei hilfreich. Das sind genau die Fragen, Probleme der Planbarkeit, die wir heute haben. Also diese Nichtabsehbarkeit dessen bei der Finanzierung, die einfach eine Kalkulation sehr schwierig macht. Wir hatten jetzt gerade beim GMPF eben mehrfach die Situation, dass Mitte des Jahres plötzlich alles aufgebraucht war. Das ist ja bei einer Filmproduktion nicht so, dass ich dann sagen kann, ja nicht so schlimm, dann mache ich das halt nächstes Frühjahr. Wenn ich da irgendwelche berühmten Schauspieler engagiert habe, Crews, das sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten, die unter einem Vertrag sind, die sind zu diesem Zeitpunkt unter einem Vertrag, die sind nächstes Frühjahr schon verplant. Ich kann das Projekt nicht schieben, sondern ich kann es da nur aufgeben. Und das ist sozusagen die Herausforderung. Und da genau brauche ich diese längerfristige planbare, also Sicherheit, Planbarkeit, Verlässlichkeit eines Förderinstruments. Und das ist der Grund, warum wir und die Leute an der Stelle glauben, das sei überlegen. Was fällt darunter, fragt Herr Acker. Ja, es fällt darunter alles. Also natürlich kann auch der Kinofilm produziert werden. Die Dokumentation am Ende ist es ja immer das deutsche Produktionsunternehmen, das sozusagen am Ende der Begünstigte dieser Steuergutschrift wäre. Und insofern ist das vollkommen agnostisch, was Auswertungswege oder Inhalte des jeweiligen Produkts angeht. Ich kann das natürlich zuschneiden, wenn ich sage, ich will es nur für bestimmte Dinge haben, aber grundsätzlich funktioniert es für alle. Ich glaube, die Pandemie, das war noch die Frage, Einfluss auf die Studienergebnisse, hat versucht, die Leute herauszunehmen. Zudem viele Zahlen lagen aktuell ohnehin nicht vor. Grundsätzlich hat man aber auch in den drei Ländern, die untersucht worden gesehen, dass trotz der Pandemie dort der ausgelöste Boom sich fortgesetzt hat. Also insofern ist das, glaube ich, unabhängig davon. Und nebenbei sehen wir selbst in Deutschland den Boom nur mit den Schwierigkeiten, die wir gerade gehabt haben. Herr Jong fragte nach der juristischen Untersuchung. Nun ist die Leute halt, saß ich nicht in der Lage, von ihrer Expertise sozusagen juristische Untersuchung zu machen. Das heißt aber nicht, dass Sie sagen, das kann man in Deutschland gar nicht einführen, sondern genau die bestehende Forschungszulage in Form einer Steuergutschrift zeigt ja, dass ein solches System in Deutschland auch juristisch umsetzbar ist. Ich sehe also in der Stelle tatsächlich keine Hindernisse, die dem entgegenstehen würden. Frau Sitte, Sie hatten gefragt, zwei Fragen, die dort auftauchen. Das eine war die Frage der nachgelagerten Finanzierung. Ja, es stellt sich bei der Steuergutschrift im Gegensatz zu einem Zuschussmodell eine Zwischenfinanzierungsfrage. Aber es zeigt sich, dass es im Markt, also entweder kann ich natürlich versuchen, Steuerzahlungen vorab bereits dann zu Stunden und eine Vorausschau sozusagen auf das zu machen. Das ist aber im Deutschen nicht ganz einfach. Das ist einzuräumen. Aber eine Zwischenfinanzierung ist natürlich bei einer sicheren Absehbarkeit des Rückflusses, des steuerlichen Rückflusses, das ist ja genau die Idee des Modelles, ist eine Zwischenfinanzierung im Finanzmarkt jederzeit zu kriegen. Also ich glaube nicht, dass das etwas ist, was sozusagen nicht auch für kleinere dort erreichbar wäre. Das Problem der Knappheit wurde von mehreren angesprochen, von Frau Amtsberg glaube ich auch, mit den Fachkräften. Ja, das haben natürlich die anderen Länder auch. Aber der Punkt ist ja genau, wir bekommen eine Verstetigung, eine Absehbarkeit, dass über die nächsten Jahre Filmproduktion ein wesentlicher Wirtschaftszweig sein wird. Das zieht überzeugt Leute eher als Beruf in diesen Bereich hineinzugehen, weil ich eben weiß, das bleibt ein großer, relevanter Wirtschaftszweig. Es bauen sich Strukturen auf. Leute können dauerhaft auch Crews beschäftigen, weil sie wissen, dass sie diese Sicherheit haben. Das heißt, das Ganze führt zu einer Verstetigung, die gerade helfen wird, den Fachkräftemangel zu überwinden. Und das überwindet den Fachkräftemangel am Ende nicht nur für wirtschaftliche Projekte, sondern natürlich auch für den Arthouse-Bereich. Denn derselbe Produzent, der vielleicht eine Auftragsproduktion für Sky macht in einem einen Jahr, macht im nächsten Jahr als unabhängiger Produzent eine Kinoproduktion. Und der Kameramann und der Bühnenbauer arbeitet gleichermaßen für beide. Die entscheidende Sache, sie müssen da sein. Und sie müssen eben sicher sein, dass sie von ihrem Beruf, den sie erlernt haben, dann auch leben können. Und damit kann ich durchaus, glaube ich, hier helfen. Damit komme ich rüber, das wäre, glaube ich, die erste Frage, zum Verhältnis von Investitionsverpflichtung und... Ein ganz klein bisschen müssen wir auf die Zeit gucken. Ja. Steuer, Anreizmodelle und Investitionspflicht. Ich glaube, das Entscheidende ist hier, das Investitionspflichtmodell ist ein schwerer Grundrechtseingriff. Das muss man einfach klar machen, weil ich nicht nur in die Wirtschaftsfreiheit, sondern in die Medienfreiheit der verpflichteten Unternehmen eingreife. Es wird denen gesagt, welches Programm sie machen können, welches sie aber auch nicht machen können. Denn den Euro kann ich ja nur einmal ausgeben. Dafür brauche ich eine grundrechtliche Rechtfertigung. Ich glaube nicht, dass das Goldmedia-Gutachten diese liefert, denn es sagt selbst, es gibt mehr Investitionen denn je heute. Also wo der Bedarf ist, ist unklar. Die Marktasymmetrie würde eigentlich, die behauptet wird von einigen, Herr Goldhammer sprach von der gefühlten Marktasymmetrie gerade, der Begriff gefiel mir. Denn den müsste man ja wettbewerbsökonomisch analysieren. Das tut jetzt das Gutachten nicht. Das beruht auf 17 Experteninterviews. Das hat halt jemand mal gesagt. Das sollte man dann erst tun. Vorher, glaube ich, kriegt man es verfassungsrechtlich nicht hin. Wer ist zuständig? Ich glaube, es wäre eine Länderaufgabe, keine Bundesaufgabe. Denn es geht am Ende um Vielfaltssicherung. Das ist jedenfalls das Argument der Produzenten. Dann wird es sehr schwierig. Der Medienstaatsvertrag wird lange brauchen, wenn er das aufnehmen soll. Das wissen wir alle. Frankreich wurde als Frage gestellt, wie ist die Wirkung da? Ich glaube, ganz wichtig ist, einmal richtig zu stellen. Frankreich verpflichtet, 25 Prozent in europäische Investitionen zu machen. Da würde also auch jede deutsche Produktion reinzählen. Es gibt dann eine französischsprachige Quote. Weil sie können europarechtlich im Binnenmarkt gar nicht verlangen, dass ich in einem bestimmten Land verpflichte. Das heißt, wenn ich in Belgien französischsprachig was mache, ist das immer noch oder in der Schweiz oder auch in Deutschland. Insofern wirkt die so groß. Auch da sei angemerkt, die Kommission hat sehr klar gesagt, sie hat hohe Bedenken angesichts des Umfangs. Denn man muss sich ja klar machen, wir können ungefähr die Hälfte der Einnahmen, die wir machen, wieder in Content investieren. Der Rest ist Technik, Auslieferung, Personal, ein bisschen Marketing, kommt ja alles dazu, Headcount. Wenn wir von 50 Prozent, also wenn wir 25 Prozent des Umsatzes machen, ist das aber 50 Prozent das, was wir in Content machen. Und wenn ich dann tatsächlich sozusagen die Hälfte meiner Content Investitionen in einen bestimmten französischsprachigen Inhalt investieren soll, ist es halt auch dann irgendwann die Medienrezeptionsfreiheit der Nutzer tangiert, weil vielleicht wollen die gar nicht so viel französischsprachigen Inhalt gucken. Also Frankreich ist ein Extrembeispiel, gibt es nirgendwo sonst in dem Ausprägung. Es geht eher, und das wird ja gefragt, um die Frage, kann ich Bedingungen aufstellen der Zusammenarbeit? Da ist dieses Thema Rechteteilung. Wir machen Rechteteilung. Wir bieten alle Kooperationsmodelle von Lizenzierung, Koproduktion, vorab Finanzbeteiligung oder auch einen Buyout an. Je nach, der Produzent kann quasi wählen, was er von uns kriegt. Es hat immer was mit Risikoverteilung zu tun. Wenn ich aber verbiete, dass ich Buyouts mache, verbiete ich hohe Risiken. Weil das hohe Risiko, was wir zum Beispiel machen, wenn wir jetzt 18, 19 und 50 Millionen investieren, das kann kein Produzent mitfinanzieren, da hat keiner das Geld für. Wir trauen uns das trotzdem. Diese hochrisikoreichen Projekte, die den deutschen Standort aber mit Innovation und mit Ideen voranbringen, würde man quasi wegnehmen. Das kann nicht unbedingt eine gute Idee sein. Deswegen jedenfalls eine, die wert ist, noch mal zu diskutiert werden. Dänemark, ganz kurz, da muss ich was zu sagen, ist ein Sonderfall, weil es darum geht, da haben die Produzenten mit den kreativen Bedingungen ausgehandelt, was wir zahlen sollen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Das gab das dänische System kurzfristig erst mal so her. Das sind auch nicht nur wir betroffen, sondern sämtliche auftraggebenden Unternehmen haben gesagt, das ist jetzt schwierig. Wir sind sehr frei und tun es in Deutschland. So viel auch zur Frage, wie wirkt das hier? Wir haben gemeinsame Vergütungsregeln mit Verdi, mit dem Bundesverband Schauspiel, weil wir genau das wollen. Wir sind sehr bereit, die zu verhandeln. Uns geht es wirklich darum, fair und angemessen zu bezahlen und zu vergüten. Dänemark hat da einfach nur irgendwann die falsche Abzweigung genommen. Das lässt sich aber hoffentlich bald lösen. Anteil unabhängiger Produzenten bei uns ungefähr, also die Hälfte unserer Investitionen geht an größere, das sind trotzdem unabhängige Produzenten größere Häuser, die Superindies wie eine Konstantin oder eine Leonine. Die andere Hälfte ungefähr geht bei uns an kleine Produktionsunternehmen, die komplett unabhängig sind und auch klein sind. In dem Sinne, ich glaube, das wäre die wichtige Unterscheidung. Was kann man aus UK lernen? Ich glaube, das eine ist wirklich auch, da kreative Industrie wird dort anders wertgeschätzt als in Deutschland. Wir sind immer noch, und das ist in Teilen ja auch gut, eine Industrienation. Automobilbau hat hier eine andere Wertschätzung als Kreativität. Da ist UK etwas anders aufgestellt, teilweise auch, weil sie müssen. Aber beides zu tun, Industrie und Kreativität, geht ja, und das sollte Deutschland versuchen. Das, glaube ich, kann man noch lernen. Das hat auch was mit Fachkräften, mit Attraktivität dieser Berufe zu tun. Zum Thema Kuhproduktionssteuer. Wir sind jetzt eine Viertelstunde über die Stunde, die geplant war. Kuhproduktionssteuerproblematik mache ich separat, weil ehrlich gesagt ist das auch wahnsinnig komplex. Da würde ich gerne separat darauf zurückkommen, dann sparen wir uns hier die Zeit. Wir sind eine Viertelstunde über die geplante Stunde drüber weg. Und Herr Hagemann soll auch noch die Möglichkeit haben, zu antworten. Ich halte mich kurz, weil was Sie ja gerade mitkriegen, ist, dass die Modelle, die vorgestellt sind, sind natürlich auch Interessen gebunden. Sie werden in der Auseinandersetzung in den nächsten Jahren, Monaten und Jahren sehen, wie dann diese Modelle verfolgt werden, von wem sie verfolgt werden. Meine Fragen waren weniger. Ich bin gefragt worden, inwieweit die Investitionsverpflichtung eine Stärkung der Branche darstellen würde. Ich glaube, dass die Branche in Deutschland durch eine Investitionsverpflichtung auf zweierlei Art und Weise gestärkt würde. Das eine ist, dass die, und da sind wir sicherlich bei juristischen Problemen, die geklärt werden müssen. Da müssen Gutachten auch schnell gemacht werden, meiner Meinung nach. Aber ich bin der Meinung, dass wir wie in Frankreich bestimmte Regulierungsquoten im Rahmen der Programmfreiheit der Streamer brauchen, um die Branche auch wirklich zu stärken. Der andere Punkt ist, vielleicht hört sich ein bisschen paradox an, aber wenn Sie das eben erwähnte Windhundrennen in den Steueranreizmodellen nehmen, ist diese Gefahr definitiv da, dass wir einfach statt 25, 30, 35 Prozent in verschiedenen Ländern sehen. Und damit finanzieren wir dann zwar diese Projekte, sind aber nicht mehr an die Umsätze, zum Beispiel der Streamer, wie es bei der Investitionsverpflichtung ist, gebunden. Das heißt, wir koppeln uns dann im Prinzip endgültig vom Markt ab, obwohl es ein sehr marktwirtschaftlich orientiert aussehendes Modell ist. Die Frage nach dem Erfolg in UK ist einiges schon gesagt worden. Ich glaube, ein wichtiger Punkt bei UK ist einfach auch die Sprache. Es sind amerikanische Plattformen, die dort englischsprachig produzieren und die dafür die Finanzierung ihrer Projekte bekommen und damit auch die Effekte auslösen, die gegeben sind. Wie das dann nach dem War der Streamer aussehen wird, wenn der entschieden ist, wenn es weniger Firmen gibt, die anbieten, die produzieren, das wäre dann eine Frage, die müsste man sich wirklich stellen, wenn man die beiden Modelle miteinander vergleicht. Ein Modell zu finden, das nach Corona trägt, das bringt mich noch mal auf das Thema, was ich vorhin erwähnt habe. Wir reden jetzt immer von Produktion allgemein. Wir müssen, wenn wir über diese fünf Säulen, die wir haben, reden, wir müssen auch zwischen den Medien unterscheiden. Ganz klar, wenn wir das nicht tun, kommen einfach Medien wie Kino unter die Räder. Da bin ich fest von überzeugt. Wir müssen eine Förderung aufrechterhalten. Wir müssen eine Förderung bauen, die den Kinofilm dann eben, es war nach Corona gefragt, das mit aufnimmt, was jetzt in den Kinos passiert. Wir werden stärker, konzentrierter, fokussierter in den Kinofilm investieren müssen. Und das ist aber eine längere Diskussion, da widerspreche ich Ihnen. Es gibt Filme, die im Kino funktionieren und danach auch auf den Streamern. Aber es gibt sehr viele Filme, die eben auch nur oder Formate, die nur bei den Streamern funktionieren. Ich würde sogar sagen, dass es die meisten sind, die auf den Streamern laufen, sind nicht die Kinofilme. Und das Kino ist letztendlich jetzt auf sich alleine angewiesen. Und wenn wir über Kinofilmförderung reden, müssen wir in Zukunft halt, das ist auch angesprochen worden, die Verwertung, die Verwertungsförderung. Wir müssen aber auch die Kinos mit ins Auge nehmen. Und die fallen in diesen ganzen Modellen, die heute vorgestellt worden sind, erst mal kommen nicht drin vor. Das muss man ganz klar sagen. Und deshalb kehre ich zurück an den Anfang meines Appells. Wir müssen die Gesamtbranche evaluieren, alle Fördermodelle evaluieren. Wir müssen den Zusammenhang herstellen. Wir brauchen einen größeren Aufschlag als eine FFG-Novelle. Danke. Vielen Dank. Für heute kriegt das Schlusswort zu dem Thema Herr Gürgen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich versuche in einer Minute 30. Ich fand die Diskussion heute sehr erhellend. Jedenfalls in dem Teil, in dem wir uns nicht gleich mit dem Grundgesetz drohen, sondern in dem Teil, wo wir von den drei Grundvoraussetzungen ausgehen. Erstens Kapitalflüsse und auch Investitionen von Unternehmen richten sich sehr stark nach den Förderwegen. Also da ist sehr viel gelernt worden, bis hin zum Aufstellen von Ortstafeln für den Erwerb von einer regionalen Förderung. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir wissen alle, dass die Möglichkeit, Geld zu akquirieren, öffentliche Gelder zu akquirieren, sich sehr weit in Regelungen angepasst hat. Und wir leben in einem Land, das ziemlich lange an Stellschräubchen gedreht hat. Und meine Befürchtung ist auch, wenn wir weiter an Stellschräubchen drehen, dann perfektionieren wir das. Aber wir tun am Ende des Tages relativ wenig für die Filmindustrie und Dienstleistungen, die dazugehören. Zweitens, die Produkte sind ausdifferenzierter und die Förderungen, die entstanden sind, sind alle mal aus der Idee einer Kinoförderung entstanden. Und dann sind die anderen additiv dazugekommen. Das spricht sehr für das, was Martin Hagemann sagte. Wir sollten uns einfach die Märkte auch nochmal anschauen und vielleicht auch zugeben, dass der Markt für Produktionsdienstleistungen mittlerweile sehr weit entkoppelt ist von der Frage des Kinofilms. Dass aber der Kinofilm eben nur funktioniert, wenn man auch die Verwertungswege, die sich geändert haben in den letzten Jahren, mit einbezieht. Und insofern halte ich das jetzt in weiteren Beratungen mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages vor. Wir wollen uns morgen früh, glaube ich, um 8 oder um 9 sollten wir mit den Abgeordneten? Nein, wollen wir nicht. Aber wir werden uns dazu mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages nochmal zusammensetzen. Aber ich nehme jetzt aus allen mit, auch bei der Frage Steueranreizmodell. Da kommt das Letzte Gutachten von Deloitte ungefähr vor einer Woche. Das habe ich natürlich heute noch nicht analysiert. Und ich nehme den Hinweis, lieber was Vernünftiges, was auch was ändert, als weiter an Stellschräubchen drehen. Das kommt dem Parlament, glaube ich, auch entgegen, lieber was Richtiges. Vielen Dank. Vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich auch Sie ein bisschen eindämmen musste. Aber ich glaube, das wird nicht das letzte Gespräch sein. Und insofern vielen Dank. Wir haben die Botschaft, glaube ich, verstanden. Schneller Wechsel und es geht weiter mit den Festivals. Vielen Dank. 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 Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. 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 den wir da beschreiten müssen. Nicht nur für uns persönlich, sondern für alle unsere Dienstleistenden, für alle unsere Künstlerinnen, für alle Menschen, die wir mitnehmen auf diesem Weg, gemeinschaftlich für unsere BesucherInnen und KünstlerInnen einen Ort zu kreieren, der sicher und kulturell anspruchsvoll ist. Und was wir jetzt gemerkt haben in den letzten zweieinhalb Jahren Pandemie, dass es natürlich auf jeden Fall auch Unterstützung gab, die wir auch zu schätzen wussten, die uns aber auch tatsächlich ein Stück weit nur überleben lassen haben. Und jetzt geht es um den nächsten Schritt. Und dieser Schritt ist sehr, sehr wichtig für uns alle. Und den müssen wir gemeinsam gehen. Und da hoffen wir auch ein Stück weit auf die Politik. Und da geht es natürlich um Themen wie das Baurecht. Es geht um Zwischenräume, die genutzt werden für Festivalkultur, aber auch insgesamt für Kultur. Das wissen wir in Berlin alle. Es gibt einen großen Gentrifizierungsprozess hier in der Stadt, der nicht nur Festivals trifft, sondern ganz viele unterschiedliche Kulturorte. Wir betreiben seit acht Jahren einen Ort hier in Berlin, das ist die Alte Münze. Die haben wir sozusagen, kann man ein Stück weit sagen, vor dem Verkauf gerettet. Die Stadt Berlin wollte die Münze verkaufen. Und wir haben da einen florierenden Kulturort geschaffen, mittlerweile auf 14.000 Quadratmetern. Über 100 Künstlerinnen und Künstler haben ihre Ateliers und Studios bei uns. Und wir sind immer vor diesem Verdrängungsprozess sozusagen hergelaufen, über viele Jahre. Und wir wussten nicht genau, wie es weitergeht. Wir hatten immer nur einen Halbjahresvertrag. Und das war eine richtig harte Zeit für uns. Und dieser Prozess, der ist federführend für ganz viele Orte, an denen Festivalkultur stattfindet. Nämlich diese Unsicherheit, auf der einen Seite zu kämpfen gegen eine allgemeine schwierige Wirtschaftslage und eine allgemeine Schwierigkeit in dem Produktionsprozess. Aber auch die Unsicherheit der Flächenkonkurrenz mit kapitalistischen Strukturen und Firmen, die diese Flächen nutzen wollen. Und wir als Kulturschaffende, die vielleicht nicht die Mieten zahlen können, aber einen gesellschaftlich wichtigen Beitrag leisten. Und da ist es ganz klar in meinen Augen eine Aufgabe an die Politik, da Regularien zu schaffen, wie Kultur schützenswerte Räume auch schützenswert bespielen kann über einen längeren Zeitraum. Und das ist einfach mein Wunsch an Sie alle zu appellieren, da mit uns in den Dialog zu treten, der jetzt auch vielleicht anfangen kann, vielleicht auch weitergeht, um verschiedene Instrumente zu organisieren und auch in der Kommunikation, vor allen Dingen vor Ort mit den Behörden und Verwaltungen abzustimmen. Weil ich habe das Gefühl, dass bei vielen PolitikerInnen angekommen ist, Festivalkultur und Kultur ist wichtig. Aber in vielen Waltungsbehörden und Amtsstuben, das ist überhaupt nicht dispertierlich gemeint, aber ist einfach noch nicht angekommen. Und da müssen wir zusammen einfach Wege finden, wie Kultur ermöglicht wird und gemeinschaftlich an Lösungen gesucht wird, um Kultur stattfinden zu lassen und um Menschen emotional sein zu lassen und Kultur und KünstlerInnen die Möglichkeit geben, aufzutreten und Glück und Freude in die Welt zu bringen. Vielen Dank. Dann Herr Oran, bitte. Ja, auch von mir noch mal vielen Dank für die Einladung, Vorsitzende, Parlamentarier. Genau, vielleicht ganz kurz, wen wir als Leifung vertreten, damit es auch klar ist, wir haben jetzt die Dienstleister gehört und das Festival an sich. An sich vertreten wir 550 Musikclubs und dazu auch kleine, 143 kleinere und mittlere Unternehmen, Festivals genauer gesagt, die zum Teil ehrenamtliche Vereine sind, zum anderen aber auch Klein- und Mittelständler, alle aber eines gemeinsam, Sie sehen Ihre Veranstaltung als, wie schon gesagt, temporäre, soziokulturelle Orte. Das heißt, vor allem im ländlichen Raum eine immense kulturelle, aber auch ökonomische Rolle spielen. Auf die Probleme ist der Kollege Keuer schon sehr gut eingegangen. Wir hatten das Thema steigende Ausgaben, das Thema Personal- und Fachkräftemangel. Und das Ganze wird natürlich noch schlimmer, weil durch diese steigenden Kosten, die da produziert werden, dem stehen natürlich fehlende Einnahmen gegenüber. Man muss sich vorstellen, die Veranstalter konnten letztes Jahr unter Corona-Bedingungen stattfinden, mit viel, viel wichtiger Unterstützung. Aber natürlich fehlte es, das wurde schon genannt, keine, fehlte es, Rücklagen zu bilden. Und diese Rücklagen, also Festivals, gehen meistens gleich nach der Veranstaltung wieder in den Vorverkauf. Und diese Vorverkäufe haben natürlich gestockt und stockten bisher und es wurde natürlich dieses Jahr noch schlimmer. Hinzu kommt natürlich, das wurde auch schon genannt beim Fachkräftemangel, es gibt natürlich gerade ein Überangebot an Veranstaltungen, weshalb wir auch gerade beim Publikum eine Umorientierung feststellen. Ich will, genau, und das erfordert tatsächlich Anpassungsprozesse. Das Ganze, was noch dazu kommt, dass natürlich auch Künstler auf Touren erkranken, dadurch Touren oder Festivals, die Auftritte abgesagt werden müssen, kommt ja auch alles noch mit dazu. Auch die Gefahr der Monopolisierung hat ja Alex Krüger schon angesprochen. Vielleicht gehen wir daher als Verband, natürlich würden wir dazu plädieren, natürlich diese wichtigen Hilfen, also Neustadt Kultur 3, die wir erfahren haben, aber auch die Wirtschaftshilfen oder den Sonderfonds, dass die auf jeden Fall verlängert werden. Und ich spreche jetzt nicht nur bis Mitte 2023, weil diese Pandemie, und das hat es, glaube ich, der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe ganz gut betitelt, also die Kultur hat Long-Covid. Das ist jetzt nicht nächstes Jahr schon wieder vorbei, sondern wir haben da noch länger mit zu tun. Von daher rechnet das Forum Veranstaltungswirtschaft aktuell gerade mit dem zweiten Halbjahr 2024 frühestens. Ich bin da pessimistischer. Und gerade diese Hilfen, die so immens wichtig waren, müssen halt wie gesagt verlängert werden. Denn gerade das, diese frühzeitige Verlängerung gibt den Veranstalter in Planungssicherheit. Natürlich braucht es aber auch, und das hat Herr Koll auch schon gesagt, stehen wir Transformationsprozessen gegenüber, und zwar nicht nur den ökologischen, sondern natürlich auch ökonomischen, sozialen und kulturellen. Und auch denen muss Sorge getragen werden. Deshalb, da braucht es Programme. Wir plädieren seit Jahren schon für die Einführung eines Festival-Applauses, quasi zur Sichtbarkeit der Branche. Bisher organisiert man sich dort selbst. Es gibt seitens der Grünen das Keyword Green Culture Fonds. Das ist unserer Ansicht nach ein guter Ansatz. Gerade in dem Bereich Beratungen, aber auch Programme wie von uns entwickelten Bundesschallschutzfonds, der ja auch Festivals helfen kann, nicht nur Musikclubs. Das sind Themen. Und natürlich, wie schon angedeutet, Prozesse wie, wie bekommen wir unser Publikum zurück? Und da gibt es ja auch schon auf europäischer Ebene Maßnahmen in Spanien und Frankreich gab es Maßnahmen, wie diese Kulturgutscheine, die wir auch unterstützen würden. Ja, ich glaube, die fünf Minuten reichen nicht, um auf die Probleme, die auch vor Corona schon für die Branche existiert waren, noch hinzuweisen. Aber ein ganz wichtiger ist auf jeden Fall bei dem, und das muss ich noch zu den Förderprogrammen sagen, ganz wichtig ist, dass sie so wie Neustadt Kultur mit der Branche entwickelt werden, dass sie mit eingebunden werden, dass dann aber auch geguckt wird, dass das Ganze unbürokratisch erfolgt. Also, dass gerade Verwaltungserleichterungen da passieren, weil, man darf nicht vergessen, wir sprechen von Antragstellenden, die zuvor, vor Corona, nie einen Antrag gestellt haben. Also, es ist eine immense Kommunikationsaufgabe seitens der Initiative Musik, seitens der geldausgebenden Institute von Nöten. Und da auch noch mal ein großes Lob an die BKM und die Initiative Musik. Ich hatte jetzt gestern noch mal geschaut, aktuell konnten über 800 Festivalprojekte unterstützt werden. Und die Zeit zeigt es, es braucht es einfach. Genauso wie den Sonderfonds, der ja leider auch dieses Jahr schon auslaufen soll. Danke. Vielen Dank. Wir haben die Fraktionsrunde in der Reihenfolge, beginnend mit der SPD. Herr Schneider. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Zunächst einmal vielen Dank an den Ausschuss, dass wir uns trotz der vielen dringlichen Themen, wie heute auch der Documenta etwa, oder der Filmförderung jetzt noch vor der Sommerpause und damit ganz aktuell mit der Situation der Festivals beschäftigen. Wir haben ja in der Pandemie verstanden und gelernt, wie bedeutsam unsere Kultur- und Veranstaltungswirtschaft ist, als großer Wirtschaftsfaktor und auch als Multimilliardenmarkt. Es geht um Engagements und Gagen für Bands, für MusikerInnen, KünstlerInnen und um Jobs für Kreative, Freibluft, BeruflerInnen, Solo-Selbstständige, Aushilfen und viele Festangestellte. Insgesamt reden wir nach, je nach Definition und Abgrenzung, über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland und ihre wirtschaftliche Existenz. Und kein anderer Wirtschaftszweig ist durch die Corona-Pandemie so hart getroffen und eben auch so lange beeinträchtigt. Und folglich immer noch in teils schweren wirtschaftlichen Turbulenzen, die sich ja eben teilweise auch jetzt erst langsam zeigen, wie stark sie denn wirklich sind. Natürlich geht es im Kern um die kulturellen und sozialen Aspekte. Festivals bringen, wir haben es schon gehört, oft über mehrere Tage viele tausend Menschen in einem friedlichen Rahmen zusammen. Sie sind damit unentbehrliche Kulturen, Sozialräume, Festivals schaffen vor allem Bühnen für Musik und Kunst, fördern dabei den künstlerischen Nachwuchs und bieten Plattformen für Ideen und Kommunikation. Im Hinblick auf den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sind gemeinsame Erlebnisse einerseits wichtiger, denn je andererseits so gefährdet wie nie. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in einem intensiven Dialog bleiben. Jetzt und deshalb danke ich Ihnen dreien auch ganz besonders für euch, für euren Besuch. Und gerade weil ihr ja gerade jetzt auch viel zu tun habt und vor eben besonderen Herausforderungen steht. Und eben für diese Herausforderungen interessieren wir uns hier heute, ob organisatorisch, personell oder auch wirtschaftlich existenziell. Ja, ich komme zu meinen Fragen an Alexander Krüger und Christian Ordon als Veranstalter, Vertreter und Verband. Wie ist die Saison 2022 bisher gelaufen? Wie sehen die Verkaufszahlen der Festivals aus? Wie stellt sich die wirtschaftliche Situation da? Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Einnahmesituation und den gestiegenen Kosten. Könnt ihr einen Lagebericht und Ausblick mit Fokus auf die Existenzsicherung geben? Und was seht ihr für pandemiebedingte Marktentwicklungen im Festivalssegment allgemein? Oder auch vielleicht ganz konkret? Und meine Fragen an Dr. Behrenkoll als Dienstleister. Wie liefen die ersten Produktionen bzw. Festivals vor allem technisch? Und wie haben sich konkret die Produktionskosten entwickelt? Welche Lieferschwierigkeiten gibt es? Wie stellt sich konkret die Personalsituation dar? Und wie beurteilen Sie die Aussichten, sich unternehmerisch erfolgreich durch die Krise zu managen? Und auch noch mal so ein bisschen perspektivisch, vielleicht auch noch mal an beide. Wann und wo feiern wir das erste klimaneutrale Festival in Deutschland? Und abschließend natürlich auch noch mal die Einladung zu sagen, einfach, was können wir noch tun? Was sollen wir hier heute kurzfristig noch mitnehmen? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, Frau Schenderlein für die CDU-CNF-Fraktion. Und Sie hören sich gut und laut an. Wunderbar. Los geht's. Das freut mich. Vielen Dank, Frau Brutte. Zunächst erst mal muss man ja schon sagen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft, das haben wir ja auch im Ausschuss schon mehrfach besprochen und wollen es ja auch weiter auf die Agenda setzen, was wir sehr richtig finden, schwer gebeutelt ist, wirtschaftlich stark betroffen ist durch die Pandemie. Und insoweit richten sich zwei Fragen, die vor allen Dingen zunächst erst mal die Pandemie in den Blick nehmen. Und da die Förderung der Pandemie durch Neustart Kultur und den Ausfallfonds für die Kulturveranstaltungen. Und mich würde hier sehr interessieren, was genau oder welche Nachbesserungen, Verbesserungsbedarf Sie da konkret sehen. Denn Sie haben ja gesagt, Sie haben profitiert. Aber es ist ja zu sagen, wir verlängern das mal, finde ich jetzt unzureichend. Ich würde schon gerne wissen, wo Sie sagen, man müsste an den und den Stellen eigentlich das nochmal verändern. Gerade der Ausfallform oder Sonderform für die Kulturveranstaltung ist ja da auch nach wie vor immer noch fraglich. Also man weiß halt nicht genau, ob das wirklich so abgerufen wird, wie das richtig ist. Und da würde mich Ihre Praxismeinung sehr interessieren. Und als zweiten Teil der Frage, auch mal das Allgemeine. Wenn Sie sagen, Festivals gehören quasi zum Kulturgut, so habe ich das ja verstanden. Sie haben ja auch zum Ausdruck gebracht, welchen Mehrwert wir durch Festivals haben. Und ohne Frage, es ist schön, dass wir jetzt wieder welche haben und dass wir wieder rausgehen können, dass wir das genießen können und so weiter. Das freut uns alle sehr. Aber eine Bundesförderung hat ja immer dann auch eine Berechtigung, wenn es eine nationale Besoldsamkeit gibt, wenn es etwas Herausragendes gibt, wenn da wirklich etwas ganz Wesentliches, eine wesentliche Förderung ist. Was sind die Alleinstellungsmerkmale? Warum? Wie könnte man das begründen, dass sie diesen Antritt haben? Und wie vergleiche ich das eben zu den anderen Branchen an der Stelle? Und eine Frage an das BKM würde mich hier interessieren, wenn Sie jetzt, also wie inwiefern gibt es da konkrete Überlegungen, sich diesen Themen also anzunehmen. Wir hatten ja beispielsweise auch das Thema 3. Oktober, Deutschland singt und klingt, ein Chor-Festival, was vor allen Dingen getragen wird durch bürgerschaftliches Engagement, was aber keine Zustimmung seitens der Ampel gefunden hat, obwohl es relativ kleinteilige Förderung ist. Vielleicht gibt es ja aber auch insgesamt Ansätze, das zu ändern. Da würde mich einfach mal interessieren, in welche Richtung da die Vorstellung gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Bündnis 90 Grün, Herr Grundl. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Dr. Kohl, Herr Krüger, Herr Ordon. Ich kann das Kompliment zurückgeben, Herr Krüger. Sie haben gesagt, das ist etwas Besonderes. Für uns ist es sehr wichtig, dass Sie heute hier sind und uns die Einblicke aus der Praxis geben, weil die notwendig sind für unsere parlamentarische Arbeit, gerade nach zwei Jahren Corona. Und wir wissen, dass in diesen Pandemiejahren vieles in puncto Planbarkeit und Kommunikation auch nicht optimal gelaufen ist und nicht so gut gelaufen ist, wie ich es mir als Fan der Live-Musikkultur und auch als Kulturpolitiker vorgestellt hätte. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt auch auf Wunsch meiner Fraktion hier im Kulturausschuss mitten in der Festivalsaison uns mit dem Thema befassen. Nach Ihren Präsentationen habe ich einige Fragen, bei denen ich gerne Ihre Einschätzungen hören würde. Sie haben jetzt an unterschiedlichen Stellen das Problem der Fachkräfte und des Nachwuchsmangels angesprochen. Und auch aus anderen Gesprächen mit VertreterInnen der anderen Branchen und Gewerke hören wir diese Problemanzeige immer wieder. Aus Ihrer Erfahrung, welche Strategie ist wirksam, um abgewanderte Fachkräfte wiederzugewinnen oder neuen Nachwuchs anzuwerben? Welche Good-Practice-Beispiele gibt es? Und ich denke da eben auch an das Thema Familienvereinbarkeit beispielsweise. Das ist auch im Bundestag nicht optimal zu lösen, wie wir jetzt meine Kollegin Luise Amtsberg musste aufgrund dessen leider vorzeitig gehen und lässt sich entschuldigen, weil das ist Ihr Thema sozusagen. Nächste Frage wäre, Herr Ordon, Sie haben einiges durchblicken lassen. Ich würde die Frage aber auch gerne Herrn Dr. Koll und Herrn Krüger stellen. Wie blicken Sie finanziell in die kommenden Monate und das nächste Jahr? Neustartmittel und Wirtschaftlichkeitshilfen laufen zum jetzigen Stand Ende des Jahres aus. Welchen Einfluss hat das auf Ihre Planungen? Viele Festivals sind dieses Jahr wieder Frage an alle. Viele Festivals sind dieses Jahr nach ein bis zwei Jahren Pause wieder so richtig gestartet. Und abgesehen von Hygienekonzepten, Nachwuchsmangel und verschobenen Konzerten gibt es aus Ihrer Erfahrung andere Neuerungen, andere Schwerpunktsetzungen in diesem Sommer. Ich denke da zum Beispiel an die Stichwörter eben Frauenförderung und Nachhaltigkeit. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, von den steigenden Energiepreisen sind ja Festivals insgesamt und der Musikmarkt- und Festivalbranche sehr stark betroffen. Wie gehen Sie damit um? Und welche Rolle kann Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch in finanzieller Hinsicht für die Festivals spielen? Wo gibt es noch ungenutztes Potenzial für Klimaschutz im Festivalbereich, auch in der Förderlandschaft? Und welche Nachhaltigkeitsziele analog zum Green Screening sehen Sie als notwendig? Vielen Dank. Vielen Dank. Für die AfD, Herr Jongen, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Werte Gäste, danke für Ihre Ausführungen und Darstellungen. Ich muss meinen Vorrednern zunächst und voraussichtlich auch Nachrednern widersprechen. Es ist nicht die Pandemie, die hier zu der bedauerlichen Lage geführt hat, sondern es ist die desaströse Corona-Politik der Regierung. Das ist schon ein Unterschied. Und in diesem Sommer kann jetzt die Kultur- und Veranstaltungsbranche ein wenig aufatmen. Zum Teil verzeichnen die Festivals sogar Besucherrekorde, wie zum Beispiel das Festival Rockgang am Ring oder das Hurricane-Festival in Norddeutschland. Doch diese guten Nachrichten sind aus unserer Sicht zum Teil eine Täuschung, denn die Einnahmen aus den Ticketverkäufen entstammen ja unter anderem aus den verschobenen Konzerten der letzten beiden Jahre. Hinzu kommt, dass die Rückzahlungen für etliche Corona-Hilfen in diesem Jahr vom Staat zurückverlangt werden, ganz zu schweigen von den Kostensteigerungen für die Veranstaltungsbranche durch die Inflation. Wie also soll sich die Kulturbranche von diesen politischen Maßnahmen überhaupt erholen? Gesundheitsminister Lauterbach trommelt bereits für die nächsten Corona-Restriktionen und Wirtschaftsminister Habeck hat noch bisher keine Antwort darauf gegeben, was mit den Kultureinrichtungen passiert, wenn nach der zweiten Notfallstufe Gas eine Alarmstufe ausgerufen wird. An welcher Stelle steht dann die Kultur? Wenn wir uns jetzt die Studien ansehen, die gemacht worden sind, die des Fraunhofer-Instituts der Technischen Universität München oder jetzt auch der Evaluationsbericht der Bundesregierung, dann muss man noch sehen, dass meine Fraktion hier in der Einschätzung der Corona-Lage recht behalten hat. Eine langfristige Schließung von Kultureinrichtungen wäre nicht notwendig gewesen. Bürokratisch aufgeblähte Corona-Hilfen hätten vermieden werden können. Und der Personalmangel in der Veranstaltungswirtschaft, der jetzt angesprochen wurde hier, der durch die Maßnahmen der Bundesregierung erst verursacht wurde, der wäre gar nicht erst eingetreten. Im Evaluationsbericht zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung steht übrigens wörtlich, wer alternative Denkansätze vorschlug, wurde nicht selten ohne ausreichenden Diskurs ins Abseits gestellt. Wir hoffen, dass das jetzt anders wird nach den gemachten Erfahrungen. Und jetzt zu meinen Fragen an Herrn Dr. Koll. Sie verfassten Anfang des Jahres einen offenen Brief an die Bundesregierung und warnten vor massiven Personalwandel in der Veranstaltungsbranche als Folgen dieser politischen Maßnahmen. Und der ist ja jetzt offenbar eingetreten. Vor dem Hintergrund weiterer drohender Krisen, ob jetzt die nächsten Corona-Wellen oder der Energiemangel, möchte ich Ihnen, möchte Sie fragen, haben Sie Vertrauen noch in die Bundesregierung, dass sie jetzt alles richtig machen wird und dass sie die Kulturbranche auch im Blick hat? Und welche Wege sehen Sie denn auf die Bundesregierung einzuwirken, dass nicht wiederum dieselben Fehler gemacht werden? Und noch eine zweite Frage an Herrn Ordon und gerne auch an Herrn Krüger. Herr Ordon, Sie haben in einem Facebook-Beitrag bzw. die Livecom hat dort über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen sich zu Recht beklagt und eigene Konzepte für die Aufrechterhaltung des Konzertbetriebs vorgelegt. Haben Sie dazu Feedback von der Bundesregierung bekommen? Und was würde denn die Fortsetzung oder Wiederaufnahme der Lockdown-Politik für Ihre Branche bedeuten? Welche Schäden sind denn bereits eingetreten und welche würden vor allem dann noch entstehen? Diese Frage auch an Herrn Krüger als unmittelbarer Praktiker. Vielen Dank. Gut, jetzt für die FDP. Frau Merk. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Gäste, dass Sie heute hier sind und noch einmal schildern, wie Ihre Erlebnisse, wie eure Erlebnisse sind, während der Corona-Zeit, aber auch jetzt und vielleicht auch einen Ausblick darüber hinaus. Das würde ich mich freuen, in den Antworten auch zu hören, dass ihr noch mal ein bisschen klarer macht, wie die Zukunft, wie ihr euch das vorstellt. Ich werde mein Statement sehr kurz halten, weil ich freue mich auf die Antworten und wir sind ja schon spät in der Zeit. Ich möchte nur sagen, dass ihr auch noch mal das gesagt habt, was auch in den Gesprächen, die ich im Vorfeld schon mit Vertretern der Branche führen konnte, auch schon rauskam, dieser Fachkräftemangel, der schon vor Corona da war, der jetzt noch stärker wurde, aber auch die ganze Zeit zieht sich ja durch über Security, Catering, alles, eigentlich im Grunde ist alles überall knapper geworden, was die Fachkräfte angeht und das bringt natürlich auch keine Planungssicherheit in die Branche und dazu noch die Personal- und die Energiekosten. Also das sind Themen, die ihr auch noch mal angesprochen habt. Ich möchte euch unterstützen in dem, was ihr gesagt habt, als es darum ging, unbürokratisch zu helfen, Bürokratie abzubauen, damit ihr arbeiten könnt, weil es ist wichtig, dass die Künstler arbeiten können, dass sie Freiräume haben für Kunst und Kultur zu schaffen und da wollen wir euch auch unterstützen. Meine Fragen ganz kurz, die ich auch in die Runde stelle. Wie erheblich sind die Belastungen für die Veranstalter hinsichtlich des Rückstaus durch nachgeholte Events? Das habt ihr schon ein bisschen anklingen lassen, vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. Dann das Thema Nachwuchsförderung, seht ihr da ein erhöhtes Risiko und vielleicht, wie kann man dann dem entgegenwirken? Das kam auch schon von meinen Kollegen. Und dann noch mal ein erweiterter Blick auf die internationale Künstlerlandschaft. Hier gibt es vielleicht zusätzliche oder gibt es zusätzliche Probleme für die Branche durch die Corona-Pandemie, aber durch den Brexit auch und jetzt auch durch die Situation, durch den Krieg. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal drauf eingehen. Dankeschön. Vielen Dank. Und jetzt Frau Lay aus dem Netz für Die Linke. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich freue mich sehr, dass ich heute als Stellvertreterin an dem Fachgespräch teilnehmen darf, wenn auch Corona-bedingt nur am Bildschirm. Als Mitbegründerin des Parlamentarischen Clubforums, die wir uns ja um die Anliegen von Clubs, aber auch um Festivals kümmern, weiß ich ja, wie, ich sag mal, randständig, der Begriff ist vorhin, ich glaube, von Herrn Kohl gefallen, das Thema bisher behandelt wurde und das ist auch zum Teil ein harter Kampf war, als die Corona-Maßnahmen etabliert wurden oder aufgestellt wurden, dass Festivals überhaupt dort berücksichtigt wurden, dass es dann kleine Festivals überhaupt die Möglichkeit hatten, in diesen Programmen auch berücksichtigt zu werden und freue mich aber, dass wir das ein oder andere erreichen konnten, was die Sichtbarkeit und Förderfähigkeit vom Neustart Kultur beispielsweise für Clubs oder auch für Festivals anbelangt. Ich will mich bedanken bei den Sachverständigen für ihre Beiträge heute, aber natürlich auch für ihr Engagement, Herr Krüger hat es gesagt, wie die Leidenschaft, die da drin steckt und das spürt man auch bei Ihnen und ich denke, das spürt man auch bei jedem Festival, mit wie viel Leidenschaft dort Kultur auch geschaffen wird und Freiräume auch geschaffen werden. Das ist aus meiner Sicht der Kern der Festivalkultur. Ich würde Sie bitten, in der Fragerunde nochmal Ihre Wünsche an die Politik so konkret wie möglich zu benennen. Das eine ist, was jetzt, sage ich mal, das Thema das Auslaufen der Programme anbelangt, also die jetzt da waren, die aber dann auslaufen sollen. Also gibt es da noch offene Wünsche, was beispielsweise Übertragung anbelangt? Meine zweite Frage bezieht sich auf die nächste Vordersaison oder auf die nächste Saison erstmal. Was wären dort die Wünsche ganz konkret an die Politik und generell ihre Wünsche an die Kulturpolitik? Es ging sehr viel um Sichtbarkeit, völlig zu Recht. Es geht um Anerkennung. Es geht um die Auszeichnung von besonderer Festivalleistung. Und ich denke, wir sind insgesamt schon Schritte weitergekommen bei der Anerkennung von Club- und Festivalkultur. Und das heutige Fachgespräch trägt dazu bei. Aber ich denke, wir stehen immer noch am Anfang. Und deswegen haben Sie heute die Chance, Ihre konkreten Wünsche an die Politik nochmal konkret zu benennen, was Forderungen anbelangt, was Abrechnungen anbelangt, was vielleicht auch Arbeit und Fachkräfte anbelangt. Aber natürlich auch, was das Thema Förderung und Unterstützung anbelangt. Denn ich denke, es eint uns heute alle, dass wir wollen, dass die Festivals, insbesondere auch die kleinen und Off-Festivals, auch die Pandemie überleben. Und was können wir als Politik tun, um euer Anliegen zu unterstützen? Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Koll. Bitte. Sie dürfen. Vielen Dank für die Fragen. Die minimal gruppiert zusammen zu beantworten. Daniel, du hattest die Produktionssituation angesprochen. Vielleicht mal zunächst zu dem ganzen Blockkosten. Ich hatte das eben schon mal angedeutet. Es ist alles viel teurer als geplant. Und das vor dem Hintergrund, dass wir die Planung 2019 angestellt haben, auch irgendwie naheliegend. Wir können aktuell davon ausgehen, dass große Festivals, sagen wir mal so in der Region über 50.000 Besucher, trotz Ausverkauf siebenstellig Verlust produzieren werden dieses Jahr. Also rein operativ aus der Durchführung des diesjährigen Festivals. Und das wird zum Teil vielleicht irgendwie minimiert dadurch, dass Förderungen noch greifbar sind. Aber im Ergebnis ist das sozusagen Nachförderung. Das ist das, was noch bleibt. Und das können nur große Veranstalter finanzieren über einen gewissen Zeitraum. Wir haben sowieso eine krasse Marktkonzentration im Bereich der Großfestivals. Das wird weiter zur Konzentration des Marktes beitragen. Ob man das will, ist halt eine politische Frage, die man beantworten muss. Wir haben Lieferschwierigkeiten. Und das steht mit zwei anderen Punkten, die angesprochen worden sind im Zusammenhang. Das ist zum einen die Frage nach der internationalen Situation. Der Festivalmarkt ist internationalisiert. Das betrifft insbesondere das Material. Wenn man sich das um ein Beispiel zu nennen, beim Hurricane Festival gibt es Bühnengitter. Die stehen halt vier Tage vorher auf einer Show in Barcelona. Und die müssen rechtzeitig da ankommen, damit man die Veranstaltung durchführen kann. Andere Bühnengitter für eine Produktion, die wir jetzt demnächst in Norddeutschland haben, kommen aus Rumänien, aus einer unmittelbar vorher anschließenden Show. Und wenn wir da die Lieferketten nicht sinnvoll herstellen können, dann führt das unmittelbar zu hohem Leben bei der Durchführung. Das ist also nicht so, dass man sein Festival irgendwo, keine Ahnung, in der niedersächsischen oder brandenburgischen Pampa durchführt und dann da auf sich gestellt ist. Nächster Punkt, selbe Situation, Veranstaltungsrückstau. Die Menschen, die in der Branche arbeiten, können natürlich nur eine Veranstaltung zur Zeit machen. Aber aktuell sieht es so aus, dass es de facto keine Pausen zwischen den Veranstaltungen gibt. Alles ist sozusagen back to back organisiert. Und wir haben noch krassere Probleme im Materialbereich. Es gibt aktuell für die nächsten Wochen keine Stromaggregate mehr zu mieten. In ganz Deutschland für Veranstaltungen. Das gibt es einfach nicht. Dasselbe haben wir bei den Helfern. Es wurde die Frage nach der konkreten Personalsituation gestellt. Die Veranstaltung wurde eben auch schon mal angesprochen. Ich war dieses Jahr für den Außenbereich bei Hock am Ring verantwortlich. Also habe da die Produktionsleitung gemacht. Und die Helfer-Einsätze, wir nennen das in der Branche Calls, sind praktisch alle nicht erfüllt worden. Das heißt, man bestellt 30 Helfer für irgendeinen Einsatz. Vor Ort tauchen 12 auf. Und dann kann man halt mal sehen, als Produktionsleiter so einer Veranstaltung, wie man dann vorankommt. Und am Ende, wurde ja schon berichtet, wurde die Veranstaltung erfolgreich durchgeführt. Das geht irgendwie. Aber das ist auf keinen Fall ein Dauerzustand. Und das verschlechtert die Situation jetzt, Personals befinden und erst recht welches zu halten. Unternehmerisch kann man das zweischichtig sehen. Ich vertrete ja hier jetzt die Dienstleistungsschiene. Für uns ist das natürlich eigentlich eine Goldgräber-Situation. Man kann beliebige Preise aufrufen. Es wird sofort alles gebucht. Man bekommt Angebote, dass man quasi dafür bezahlt wird, andere Jobs, also vertragsbrüchig zu werden, anderen gegenüber Hauptsache. Man kann überhaupt was erfüllen. Aber wir sitzen ja als Dienstleister in einem Boot mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern. Das bringt uns gar nichts. Wir können natürlich jetzt hingehen und sagen, wir nehmen jetzt hier alles mit. Damit ist die Branche aber im nächsten Jahr am Ende. Und das entspricht weder der Praxis dieser doch irgendwie einigemassen menschlichen Branche, noch funktioniert das nachhaltig wirtschaftlich. Zwei Punkte zum Verbesserungsbedarf der Förderung aus meiner Sicht. Das wird bestimmt gleich noch mal stärker kommen von den Kollegen. Es ist eine Branche, die in weiten Bereichen nicht voll beruflich professionell aufgestellt ist. Man muss also einfache Methoden schaffen, um den Zugang zu Fördermitteln zu ermöglichen. Und wir haben eine sehr enge Zeitschiene. Diese Veranstaltungen sind, Christian hat es schon angesprochen, dadurch auch vorfinanziert, dass viele Eintrittskarten im Vorfeld verkauft werden. Wenn das nicht der Fall ist, so wie im Vorfeld der diesjährigen Veranstaltungen, dann werden die Veranstalterinnen und Veranstalter sehr schnell illiquide. Und da ist es extrem wichtig, dass die Förderungen rechtzeitig zur Verfügung stehen. Kurz wurde angesprochen, was denn Festivals eigentlich besonders macht und was ich für Förderung überhaupt irgendwie qualifiziere. Das lässt sich ganz schlecht beantworten. Besser noch von meinen Kollegen, denke ich. Aber vor allem sind Festivals ja wahnsinnig unterschiedlich. Und wir haben Festivals, die nationale Bedeutung oder internationale Bedeutung aufweisen, alleine wegen ihrer Größe und Besucherzahl. Das Wacken-Festival ist sicherlich jedem hier in dem Raum bekannt und jeder. Aber es gibt auch viele Kleinkunst-Festivals oder Festivals bestimmter Kulturrichtungen, die über nationale oder vielleicht sogar internationale Bedeutung verfügen, obwohl sie nicht ansatzweise solche Besucherzahlen anziehen. Ich glaube, das muss man im Einzelfall angucken und sich auch überlegen, welche Art von Kultur man in dem Szenario besonders fördern will. Bisher ist die Festival-Landschaft, wie wir so kennen, de facto gar nicht gefördert. Es gibt keine öffentlichen Mittel in der Branche. Fachkräftestategien. Wie kann man die halten? Da gibt es zwei Punkte. Ich war im Vorfeld, also im Frühjahr dieses Jahres unterwegs, um kurzfristige Aspekte anzusprechen. Also wie können wir jetzt schnell Aushilfen für die Branche generieren, um die Arbeit zu erledigen, die jetzt ansteht. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, wie wir möglicherweise würden abbauen können. Die kann man an anderen Orten noch mal länger diskutieren. Mittelfristig ist natürlich das Thema Work-Life-Balance. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen hier in der Runde. Ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen die Kulturbegeisterung der Menschen auffassen. Und wir sind durchaus eine interessante und attraktive Branche, wenn wir denn Verlässlichkeit geben können. Das war in der Vergangenheit nicht immer so der Fall. Energiepreise und Investitionen und das Ganze mit Blick auf Nachhaltigkeit. So ein Open-Air-Festival läuft auf Heizöl. Also bei so einem Großfestival werden hunderttausend bis mehrere hunderttausend Liter Heizöl verbrannt. Kein Gas. Das wollen wir ändern. Aber das erfordert Investitionen, die bestimmte Schwierigkeiten mit sich bringen. Das wäre jetzt auch mein Punkt zum Thema, wie kann Förderung für Festivals nachhaltig aussehen. Wir brauchen eine Investitionsförderung, die auf die Spezialitäten von Open-Air-Festivals Rücksicht nimmt. Und das ist zum Beispiel, die Gelände sind erstmal baurechtlich im Außenbereich und bauplanungsrechtlich problematisch unter dem Hintergrund. Sie gehören jemandem anders. Und wir müssen dort Infrastruktur einbringen, die möglicherweise nur einmal jährlich genutzt wird. Das sind also ganz besondere Aspekte, die ich mir aber sehr gut als Transformationsförderung vorstellen kann. Und das eben auch mit einem Outcome, mit dem wir gemeinsam nicht nur die Branche voranbringen, sondern auch übergeordnet vielleicht ein ökologisches oder sonst nachhaltiges Ziel erreichen. Und das gilt auch für das Thema Digitalisierung, wenn es da um Infrastruktur geht. Denn Digitalisierung immer nur unter dem Blickwinkel des Streaming zu sehen, ist nicht das, was wir unter Festivals verständigen. Ich glaube, da sind wir uns behauptet jetzt erstmal einig. Ja, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Im Übrigen, ja, der Arbeit der Bundesregierung vertraue ich. Ich bin ganz überzeugt und ganz zufrieden mit unserem demokratischen Staatswesen. Das gibt immer einen offenen Diskurs, aber ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um da hinzukommen. Danke. Vielen Dank. Herr Krüger, bitte. Ich würde es nur mal in die einzelnen Fragerichtungen meine Antworten jeweils geben, sozusagen. Also erstmal zu den Vorverkaufszahlen der wirtschaftlichen Situation. Es gibt natürlich einfach die gleiche Anzahl an BesucherInnen, die sozusagen auf Festivals geht. Und das zum einen darf man nicht vergessen, hat sich aber vielleicht auch ein ganz bisschen verändert. Das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich klar darlegen, aber natürlich gibt es auf der einen Seite noch Menschen, die Pandemie ist wahrscheinlich noch nicht vorbei, die Angst haben, die vielleicht in diesem Kontext sich noch nicht sicher fühlen, was man auch akzeptieren muss. Da sind Ängste da, die vielleicht auch einfach, die einfach da sind, mit denen man umgehen muss. Es gibt natürlich auch vielleicht ein verändertes Ausgehverhalten, weil über einen längeren Zeitraum Menschen einfach sich vielleicht mit den Kollegen auseinandersetzt haben, die vorher da waren, um Streaming zu sehen. Oder sich eher zu zweit zu Hause eingeschlossen haben und Computerspiele gespielt haben oder so. Also das sind alles Themen, die unsere Branche ganz klar betreffen. Und ich glaube, es hat nicht nur damit zu tun, dass jetzt natürlich ein großer Rückstau an Konzerttickets da war und an Festivaltickets aus den letzten Jahren, aber auch an einer Änderung bei vielen Menschen im Ausgehverhalten. Und da ist natürlich auch unsere Branche und wir als Gesellschaft wichtig, da auch Ängste vielleicht abzubauen und mit guten Sicherheitskonzepten da auch emotional das Sicherheitsgefühl wieder herzustellen und zu erklären, dass ein Gemeinschaftsgefühl, ein Konzert, was man live sieht, einfach emotionaler ist und mehr im Kopf bleibt, als sich den 130. Stream anzuschauen. Aber das wird wahrscheinlich auch ein Prozess sein. Aber wir merken das natürlich ganz klar, dass in diesem Jahr durch die Wankbeck allen Festivals Probleme gibt es, Tickets zu verkaufen. Und das nicht nur bei Festivals, sondern auch bei Konzerten, bei Clubshows. Also das Thema geht über die ganze Live-Entertainment-Branche eigentlich hinweg. Genau, das Thema klimaneutrale Festivals, Nachhaltigkeit in der Festival und auch überhaupt Live-Musikkultur. Ein Thema, mit dem wir uns seit vielen Jahren beschäftigen. Wo zum Beispiel auch Jakob Biederbill von der Green Music Initiative Wahnsinnsjob macht, seit vielen Jahren mit seinem Team. Und das auf europäischer Ebene auch und sich Gedanken darüber macht, wie können Festivals nachhaltig werden, wie kann man gemeinschaftliche Wege finden. Und da geht es damit los, dass man vielleicht mit dem ADF-10 eine Kooperation macht, dass viele Menschen einfach anreisen können mit dem Fahrrad. Es geht über so viele unterschiedliche Instrumente, die man auch gemeinschaftlich, vielleicht auch unterstützenswert ausbauen muss. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Aber es wird auch noch ein Stück weit dauern, weil auch an vielen Stellen die technologischen Rahmenbedingungen noch nicht da sind. Zum Beispiel das Beispiel Stromgeneratoren, wo es aber auch technisch Neuerungen gibt, die auch die Green Music Initiative aufgreift und erforscht. Aber es wird noch ein kleines Stück dauern. Aber wir sind auf dem Weg, den wir auch voranschreiten wollen, einfach aus unserem Eigeninteresse heraus. Dann Frau Scheuderlein. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte gerne mit einer Gegenfrage zurückgeben. Das ist natürlich ein Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte, aber was wahrscheinlich hier auch der richtige Ort ist. Es gibt natürlich eine Hochkulturförderung und da sehen wir uns nicht. Das ist auch grundsätzlich die Frage einer Gesellschaft oder eines Staates. Wie geht der mit Kulturförderung um? Und da kam dann die Frage aufmachen, warum wird ein Oper institutionell gefördert? Warum wird ein Museum institutionell gefördert? Warum wird die Bayreuther Festspiele nur mal als ein großes Beispiel? Warum werden die institutionell gefördert? Und es gibt genug Nachwuchs MusikerInnen, die 18 Nebenjobs machen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen, da zu definieren, welches Festival ist förderfähig und warum ist es förderfähig. Aber ich, von meinem Ansatz, habe das Gefühl, es müsste insgesamt eine größere Kulturförderung sein. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich in der Branche aktiv bin. Aber dass da auch ein Missverhältnis ist zwischen einer möglicherweise Hochkulturförderung, wie auch immer sie definiert sein mag, und einer in Anführungsstrichen nicht vorhandenen Kultur- oder Subkulturförderung. Weil bis vor Corona gab es für Festivals überhaupt keine Förderung. Und jetzt waren es ja auch eher Kompensationszahlungen, die natürlich irgendwie einen Fortlaufen ermöglicht haben. Aber da müsste man sich vielleicht noch mal in einer kleinen Runde, ich weiß auch nicht, aber da muss ich ganz klar sagen, jetzt die Lösung auf den Tisch zu legen, welche Festivals sind förderfähig, kann, glaube ich, niemand hier in dem Raum. Dann, genau, was hat man noch? Fachkräftemangel, Herr Grunel, genau, ja. Herr Gründel, ja gut. Also, wir bewegen uns ja in einer Branche, wo wir nicht nur eine Flächenkonkurrenz haben an Orten, an denen Kultur stattfindet, wie jetzt zum Beispiel in Berlin, aber auch überall auf der Welt, und nicht nur bei Festivals, sondern auch bei jeglicher Form von Kultur. Auf der einen Seite gibt es einen Kapitalmarkt und eine Investitionsbubble von großen internationalen Finanzkonzernen, die einfach Orte aufkaufen und sie dann zu einer hohen Rendite weiterverkaufen oder für was auch immer nutzen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Kulturwelt. Und so ähnlich tatsächlich ist es ja auch beim Fachkräftemangel, weil natürlich hat jeder Mensch die Entscheidung, selber zu treffen, in welcher Arbeitswelt er sich umgibt. Und ist es ihm vielleicht wichtiger, etwas mehr zu verdienen? Und dem anderen ist es vielleicht ein bisschen mehr wichtiger, Kultur zu schaffen? Und da ist natürlich jetzt in den letzten drei Jahren ein erhebliches Potenzial an Fachkräften abgewandert, die nie wieder in die Kulturwelt zurückkommen werden, weil sie vielleicht natürlich in ihrem neuen Job des Zweites zum Teil in der Industrie dreifache von dem verdienen, was KulturveranstalterInnen und DienstleisterInnen überhaupt in der Lage sind, jemals zu bezahlen. Und sie sich natürlich auch eingegroovt haben in dieser, in Anführungsstrichen, eher industriellen Arbeitswelt. Das kann man ihnen auch nicht verdenken, aber das ist für uns total ein riesiges Problem. Das wird sich auch in dieser Runde jetzt nicht lösen, aber man muss natürlich da Wege finden, wie man da versuchen kann, Rahmenbedingungen zu schaffen, um solche Menschen zum einen vielleicht zurückzuholen und zum anderen gar nicht erst das Gefühl geben, dass sie abwandern müssen sozusagen. Also es sind so mehrere Ebenen, auf denen man da einen Weg finden muss. Aber für uns ist es auf jeden Fall eines der größten Probleme, mit denen es uns beschäftigt und sehr, sehr schwierig auf jeden Fall, ganz klar. Und wir können das natürlich mit unserem Gedanken des emotional Guten, woran wir fest glauben und dass unsere Arbeit wichtig ist für die Gesellschaft, ein Stück weit ausgleichen. Aber klar kann man auch jemanden verstehen, der vier Kinder hat und der sagt, ey, ich muss meine Familie ernähren und kann nicht die Rahmenbedingungen, die vielleicht in der Festival- oder überhaupt Musik- oder Kulturwelt bezahlt werden, davon kann ich meine Familie vielleicht zum Teil nicht erlernen. Und das müssen wir und können wir auch verstehen in solchen Momenten. Also ganz, ganz klar. Und ja, Good Practice, wie man die Fachkräfte halten kann, also was natürlich, wo wir auch dankbar sind, Überbrückungshilfen, Kurzarbeitergeld, all diese Themen, die jetzt auch aufgekommen sind, auch die uns zum Teil, unser Team ist größtenteils festangestellt, also die über uns über die Pandemie gerettet haben und wo auch viele Menschen einfach bei uns geblieben sind, die auch an uns geglaubt haben, die an die Kulturwelt geglaubt haben und die auch weiter jetzt bei uns arbeiten und sich natürlich auch unendlich freuen, dass es jetzt wieder losgeht. Und ich würde einfach so ein Gemeinschaftsgefühl auch kreieren, dass man an etwas Gutem arbeitet und für etwas Gutes und für Menschen, die sich unendlich freuen. Also das ist unser Good Practice, wie wir es machen. Und deshalb freuen wir uns darüber, dass die Menschen, die mit uns arbeiten, auch vielleicht gerne bei uns arbeiten. Thema Familienvereinbarkeit, ich bin selber gerade Vater geworden vor einem Jahr und klar, es ist für mich und für alle anderen, die in dieser Branche leben, zum Teil schwierig, damit umzugehen, weil man auf der einen Seite ein Stück weit sich auch selber aufgibt und dann denkt, ey, meine kleine Tochter, die halt da ist, die will halt auch ihre Wünsche und Vorstellungen, meine Frau auch und das ist jetzt ja nur übertragen, mich als Beispiel für viele andere, die in dieser Branche leben und Kinder haben und gerne für ihre Kinder und ihre Familie da sind. Und da muss man gute Wege finden, wie Arbeitszeiten so angepasst werden, dass es vielleicht Peaks gibt, die im Sommer sind und dann vielleicht wieder Phasen, wo man auch länger für die Familie da ist. Und da sind wir natürlich auch durch unsere Flexibilität, die wir im letzten Jahr gelernt haben, in der Lage auch flexible Modelle zu entwickeln sozusagen und die auch umzusetzen sind. Ja, nochmal ein letztes Problem, das hatten wir nochmal die finanzielle Lage und was so andere Probleme sind. Ich habe, das habe ich vorhin kurz angesprochen, ich habe ganz stark das Gefühl, dass die Verwaltung sich eingegroovt hat in diesem Nichtgenehmigen der letzten zwei, drei Jahre. Das heißt, es gab keine Antragung von Veranstaltungen oder Festivals und deshalb wurde es alles ein bisschen schwerfälliger und es hat sich alles ein bisschen so... Und diese Schwerfälligkeit aus der Verwaltung an manchen Stellen rauszukriegen, da haben wir jetzt sehr zu kämpfen gehabt in den letzten Monaten. Und um Genehmigungsprozesse anzuschieben oder auch Genehmigungen, die schon untersagt wurden, wieder umzudrehen. Und das sehe ich auf jeden Fall als sehr entscheidenden Faktor jetzt für die Zukunft. Wie kann man helfen, vielleicht an manchen Stellen nochmal so ein bisschen positive Energie in die Verwaltung und ein Gefühl von Machen besser als Lassen. Zu Ihnen nochmal, ich bin überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube auch ganz fest daran, dass wir hier auf einem guten Weg sind und dass natürlich da vielleicht auch Dinge hätten anders laufen können. Das will ich gar nicht, da bin ich auch nicht der Experte, das zu bewerten, aber ich glaube, man muss gemeinschaftlich in die Zukunft gucken und an Lösungen arbeiten, gemeinschaftlich. Und da auch vielleicht Themen, was zum Beispiel die Clubkommission in Berlin gemacht hat mit PCR-Tests und so weiter als Lösungskonzept, auch mit der Charité zusammen und so weiter. Ich glaube, da hilft ein Gegeneinander nicht, sondern es hilft ein Miteinander. Und das müssen wir einfach zusammen entwickeln. Und deshalb glaube ich ganz fest daran, dass wir das zusammen schaffen und nicht gegeneinander. Ausblick in die Zukunft, Bürokratieabbau, hatte ich schon gesagt, glaube ich, ein ganz großes Thema. Da muss man vielleicht auch nochmal gemeinschaftlich überlegen, was sind für Prozesse, die jedes Festival eigentlich durchläuft, egal ob es jetzt in Bayreuth stattfindet oder an der Nordseeküste oder im Harz, weil die Prozesse in der Verwaltung sind eigentlich immer die gleichen. Und vielleicht da nochmal so eine Art Leitfaden oder irgendwas Gemeinschaftliches entwickeln, wo auch die einzelnen Verwaltungsmitarbeiter sich vielleicht ein Stück weit dran langhangeln können, um so einen schwierigen Prozess, weil Sie sind ja auch oft diejenigen, die dann die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Und vielleicht haben Sie auch manchmal Angst, was man sich auch vorstellen kann, weil dieser Prozess eines Festivals zu genehmigen, findet ja nicht jeden Tag bei denen statt. Und da vielleicht einen gemeinschaftlichen Weg zu entwickeln, sowohl aus der Verwaltungsebene, auf der Politikebene, aber auch aus den Festivals treiben, denn das wäre, glaube ich, so ein Wunsch, den man langfristig vielleicht noch mal mit der Live-Komm und so weiter allen abstimmen sollte, dass es wie so eine Art Handbuch gibt für alle, die an diesem Genehmigungsprozess beteiligt sind. Genau, ein Thema noch, Nachwuchsförderung, Krieg, wie geht man damit um? Wir hatten jetzt eine Ausstellung von ukrainischen Künstlerinnen bei uns in der Münze. Es ist natürlich ein sehr schwieriges und emotionales Thema und ich glaube, das ist auch nicht leicht, damit umzugehen. Und noch mal zum Thema internationale Kulturlandschaft. Wir in Deutschland haben ganz klar ein Problem, Acts, also Musik-Acts, auf dem internationalen Markt zu bekommen, weil in anderen Ländern die Preise für Festivals einfach viel, viel höher sind. Und die Acts sich dann überlegen, spielen Sie jetzt in Amerika, spielen Sie in Holland oder spielen Sie in Deutschland? und oft kann man natürlich darüber, dass wir auch Gutes tun hier mit den Festivals, eine Emotionalität aufbauen. Die Festivals-Acts spielen ja gerne bei uns, aber wir sind ja auf jeden Fall auf einem weltweiten Markt und wir als deutsche Festival-VeranstalterInnen stehen da sehr schlecht da. Frau Lai, ja, noch mal danke. Frau Lai, noch mal danke an das Parlamentarische Forum, an dich, Sie und alle anderen, die da beteiligt sind. Vielleicht kann man da auch noch mal sich überlegen, ob man da auch vielleicht diese Runde noch mal aufhängt, um diesen Verwaltungsprozess der Genehmigungsbehördenberatung aufzunehmen. Das wäre vielleicht ein Gedanke, damit man diesen Prozess optimiert und für alle Beteiligten transparenter und langfristig einfacher macht. Ja, ich glaube, das war es so. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Ordon. Gut, ich versuche mich kurz zu halten. Vieles Wichtige haben die Vorredner schon angesprochen. Ich würde es versuchen, auch ein bisschen zu konzentrieren. Das Thema Förderung, Alleinstellungsmerkmale für die Bundesförderung und was könnte verbessert werden. Also wie schon gesagt, am Beispiel Neustadt Kultur für Musikclubs und Festivals. Genau da ist es richtig gelaufen. Ja, es wurden frühzeitig die Verbände mit angefragt, wie kann dieses Programm ausgestaltet sein? Was ist möglich? Das heißt, es wurde direkt die Expertise mit rangeholt. Was heißt es? Wo ist der Unterschied zu bisherigen Programmen, die ja teilweise gar nicht vergleichbar waren, wie eine Orchesterförderung oder so weiter? Denn gerade bei dem Thema Festivals gab es vor Corona gar keine Festivalförderung auf Bundesebene. Es gab Gott sei Dank die Clubförderung seit 2015 oder streng genommen seit 2013 mit dem Applaus. Aber Festivals sind da tatsächlich immer runtergefallen. Wie gesagt, inhaltlich wurde da schon hart daran gearbeitet. Man muss aber auch immer dazu sagen, dass, und da kann auch die BKM nichts dafür, entgegnerst du mal das deutsche Zuwendungsrecht von, ich meine, 1949, wo denn Realität an Zuwendungspraxis, naja, Theorie stößt. Und das ist tatsächlich ein riesengroßes Thema, was auch mehrfach gemeinsam auch schon geäußert wurde. Ich weiß, es gibt ja auch schon seit Längerem eine Arbeitsgruppe im Deutschen Bundestag, die genau das bearbeitet mit konkreten Ansätzen. Aber es ist halt ein dickes Brett. Und unser Anliegen wäre es, wenn dieses dicke Brett wirklich langsam mal dünner würde. Weil, wie gesagt, wir sprechen nicht über eine Förderung im Normalen, sondern es geht tatsächlich, es ist ein Hilfsprogramm, um dieser Krise entgegenzuwirken, die uns ja, wie schon gesagt, lange beschäftigen wird. Zu den Alleinstellungsmerkmalen, da kann ich tatsächlich auf die Vordergrundsätze verweisen, weil da wurde schon geschaut, oder ist natürlich das berechtigte Interesse, da Land kommt vor Bund und deswegen muss da auch ein bestimmtes Merkmal erfolgen. Aber auch da wurde schon geschaut, okay, die Veranstaltungen, die dort gefördert werden, ziehen, also besteht jetzt, es geht nicht, dass nur ein Dorffest gefördert wird, wo die Dorfbewohner sich selbst feiern oder einer dort was spielt, sondern dass schon ein Austausch da ist, das heißt, Leute aus anderen Bundesländern anreisen, bestenfalls sogar international, dass Musik in dem Vordergrund steht. Es wurde schon gesagt, es gibt ja nicht das eine Festival, auch das war ein Learning in der Verwaltung, dass es nur einen Platz gibt mit einer Bühne, sondern es gibt unterschiedliche Formate und ein Festival im Popularmusikbereich ist auf jeden Fall schon mal was anderes wie im Klassikbereich, auch wenn es da eine Logistik gibt und so weiter, die man vergleichen kann. Aber auch das musste komplett neu gelernt werden, gerade im Bereich der Popularmusikförderung. Von daher unser Anliegen, da bitte zu schauen. Wir wissen, dass die Verwaltungserleichterungen letztes Jahr noch stattgefunden haben. Dieses Jahr nur nicht mehr, was natürlich nicht ganz nachvollziehbar ist, weil wir uns ja immer noch in der Pandemie befinden und auch immer noch am struggeln sind. Das geht ganz konkret in Vergabe- und Nachwärtspflichten, das geht in Verzinsung von Rückzahlung und Rückforderung etc. etc. Das ist, kann man sich oder sollte man sich wirklich zusammensetzen. Ansonsten das Thema aktuell, wie ist die Situation, wurde schon ausführlich dargelegt. Auch wir erkennen eine Konzentration des Publikums auf die Großfestivals. Das war tatsächlich vor der Pandemie noch genau andersrum. Da haben wir bemerkt, dass viele kleine emporgestoßen sind und die Leute gesagt haben, ich will lieber eher in einem kleinen, süßen Zauberwald feiern und der Kultur fröden und nicht mit 100.000 Leuten bei Rock am Ring oder einer anderen Großveranstaltung. Jetzt ist es genau andersrum. Die Leute haben natürlich 20 Tickets noch am Kühlschrank hängen und überlegen sich dann schon, okay, gebe ich jetzt noch was Neues. Ach na ja, dann nehme ich das. Da sind sie alle, auch wenn das Line-up sich die letzten zehn Jahre vielleicht nicht mehr geändert hat. Aber das ist schon sichtbar. Und vor allen Dingen können die Kleineren ja auch gar nicht mehr mithalten an diesem Preisgefälle, das wir ja haben. Und Dienstleister sind ja selten geworden. Vor allen Dingen hat ja auch gerade dieser ehrenamtliche Sektor ein großes Problem, natürlich auch weitere Ehrenamtleit zu bekommen. Und da sind wir auch beim Thema Nachwuchs. Es ist ja nicht nur das auf professioneller Ebene. Da wurde schon viel Gutes gesagt. Und auch wir setzen uns gerade mit anderen Verbänden der Veranstaltungswirtschaft zusammen, um zu überlegen, okay, wie kriegt man diese Generation Z angesprochen? Wie kann man dieses Lebensgefühl, was die Veranstalter, die wir vertreten, was wir selber vertreten, auch übertragen, damit es nicht nur als Stream endet, sondern dass die Leute zusammenkommen und sich auf der Veranstaltung austauschen? Aber gerade beim Thema Nachwuchs im Bereich des Ehrenamtes, gerade da sollte auch weitere Anreizmodelle erfolgen, um das Ehrenamt zu stärken, weil letztendlich ist das genau der Nachwuchs. Und das war ja damals unsere Kritik, als das erste Programm Neustadt Kultur kam für die Festivals, dass der Nachwuchs, die Kleinstfestivals, die sogenannten, gar nicht mit berücksichtigt waren, weil letztendlich sind das die, die später auch in die große Agentur gehen, weil ihnen das Spaß macht, weil sie das als lebenserfüllend sehen. Genau, das ist das eine. Genau, die Frage zur ökologischen Nachhaltigkeit und wann wir das erste Mal auf ein klimaneutrales Festival gehen. Ich bin da tatsächlich der Meinung, ich glaube, so weit sind wir gar nicht, weil es gibt schon total gute, ich nenne es mal Leuchtturmprojekte wie das Futur 2 in Hamburg oder das Modularfestival, das auch wissenschaftlich begleitet wurde, die dann ganz klar gezeigt haben, okay, das und das sind die Probleme und natürlich ist Mobilität immer ein riesengroßes Thema und letztendlich ist es das auch der Faktor, was den CO2-Abdruck am größten darstellen muss. Also, wie Herr Koll schon meinte, genau das sind dann aber auch die Ansätze, die auch richtig Geld kosten und natürlich für kleine Veranstalter auch erst mal schlecht zu realisieren. Dahin geht noch mal der Aufruf, sich dementsprechenden Transformationsprozessen jetzt entgegenzustellen mit verschiedensten Programmen, die das agieren, die da entgegenwirken. Ansonsten, Auslaufen der Programme, wie gesagt, also inhaltlich, dann sind wir jetzt doch wieder bei den Förderprogrammen, aber ich kann es nicht oft genug sagen, wie gesagt, der Sonderfonds bei aller Kritik, denen sich auch die Branche dem Ganzen ausgesetzt hat, muss man aber auch sagen, dass hier auch immer das Gesprächsangebot bestand und man sich austauschen konnte. Das Problem ist natürlich, wenn man so ein riesiges Programm in die Länder gibt und man dann aber die Rückmeldung erhält, in Berlin war mein Antrag in zwei Wochen durch, in Bayern, Baden-Württemberg warte ich bis heute drauf und da wird mir gesagt, bevor ich beim Spielstättenprogramm in Bayern einen Antrag stellen kann, muss man erst mal das andere abgesagt werden. Das sind natürlich so Prozesse, das hat natürlich mit der internen Struktur zu tun, hilft aber natürlich überhaupt gar nichts und vor allen Dingen die Leute, die dann bei den BeraterInnen anrufen, die sagen, nächste Woche ist mal eine Veranstaltung und ich muss jetzt wissen, bekomme ich die Förderung oder sage ich ab und das trat in letzter Zeit sehr, sehr häufig vor, ist auch nachvollziehbar. Ansonsten können wir zusammen, wir sind auch Mitglied im Forum Veranstaltungswirtschaft dafür plädieren, vielleicht auch in Richtung Christian Lindner, da den Sonderfonds weiterlaufen zu lassen. Klar gibt es schönere Tools, aber dementsprechend dafür, dass es so schnell gebaut werden musste, wurde es aber auch schnell angepasst und es ist für klein und groß ein gutes Tool gewesen, ebenso wie die Neustadt Kulturprogramme. Und hinsichtlich dem, wie blicken wir in dem Herbst, kann ich mich Alex Krüger nur anschließen, also auch da glaube ich, kann das nur gemeinsam passieren. Wir haben den Anfang gemacht, wir als Verband haben zum Clubgipfel eingeladen, der konzentriert sich natürlich sehr auf die Kulturstätten Indoor, um dann nach Lösungen zu suchen, aber auch Lösungen vorzustellen. PCR-Test, es gab einen Haufen, es gab eine Menge Modellprojekte, auch hier vor der Haustür in Brandenburg, das Wurzelfestival zusammen mit dem Hardik-Center, die gezeigt haben, PCR-Testung ist eine Lösung, eine Ansteckungsquote ist so gut wie, zudem ja noch draußen, so gut wie nicht gegeben oder nicht schlimmer als im Alltag. Also das sind schon, da gibt es viele wissenschaftliche Erkenntnisse und Modellprojekte, die natürlich aber auch erstmal, ja, die hoffentlich auch ihre Wirkung entfalten, weil da ist eine Menge guter Arbeit reingefallen, reingegangen. Okay, ich hoffe, ich habe alles abdecken können. Vielen Dank, Herr Eifler, Sie sind eine Frage offen von Herrn Finderlein, glaube ich. Ja, auf die Frage kann ich nicht so ganz genau antworten, weil es ist ja kein Festival. Es ist eine Initiative, also was Deutschland singt, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum 3. Oktober stattfinden soll. Das erste Mal hat das zum 30. Jubiläum stattgefunden, das ist richtig. Und es hat dann mehrfache Diskussionen darüber gegeben, auch innerhalb der Bundesregierung. Und es wurde dann letztendlich aber beschlossen, dass die Bundesförderung, so wie sie aus Mitteln übrigens des BMI, das damals gegeben wurde, so nicht weitergeführt werden soll. Gleichwohl ist es eine sehr wichtige Initiative, die das gesellschaftliche Engagement stärker betont und auch ein Potenzial offenlegt, dass im Rahmen der Feierlichkeiten und zwar nicht nur an den Orten, wo jeweils die Ausrichtung der zentralen Festveranstaltung ist, passieren sollte, sondern deutschlandweit. Und dass man da mit den Verbänden zusammenarbeitet, ist auch richtig. Also von daher, ja, so wie es sich langsam entwickelt ist, dass ein gutes Projekt, aber es ist eben keines, was, sagen wir mal, jetzt rein ein Projekt für die BKM-Förderung gewesen wäre. Zu den anderen Fragen brauche ich nichts weiter sagen. Wir sind mit den Verbänden im Kontakt und ich glaube, der Appell ist ganz deutlich, ich bin ja nicht Politik, ich bin ja Verwaltung in dem Sinne und wir setzen nur etwas durch, wenn wir auch die parlamentarische Unterstützung haben. Und wenn ich schon rede, dann bedanke ich mich auch ganz herzlich dafür, dass wir überhaupt durch parlamentarische Unterstützung dann auch das Neustartprojekt, die Neustartprogramme bis 23 Sommer zumindest, also bis Juni erst mal jetzt verlängern können. Das heißt nicht, dass wir frisches Geld haben, aber wir haben zum Beispiel auch gerade in der Veranstaltungsbranche, haben wir noch Gelder im Rahmen Neustart Kultur und die können jetzt noch eingesetzt werden. Wir haben die Programme weiterentwickelt gemeinsam und das ist eigentlich ein guter Weg gewesen. Und ich glaube, das ist der letzte Satz. Wir müssen uns damit beschäftigen, was bleibt an den Erfahrungen, die wir aus Corona gemacht haben, auch in der Zusammenarbeit oder auch in Bereichen, die wir bisher eben noch gar nicht bedacht haben. Richtig, wir haben Festivals bisher nicht gefördert, aber was davon bleibt als Idee für eine Neugestaltung der Kulturpolitik mit neuen Prioritäten. Danke. Vielen Dank. Ich denke, wir sehen uns im Spätherbst wieder. Gehe ich fest von aus, weil dann die Gesamterfahrung vorliegt und weil dann für die nächsten Jahre nach 23 im Grunde vorbereitet werden muss, welche Möglichkeiten von der Bundesseite aus gibt, das weiter zu unterstützen. Ich weiß aber, dass viele der BerichterstatterInnen mit Ihnen auch im direkten Gespräch sind mit der Branche oder aus der Branche kommen und das deshalb ganz gut kennen, am eigenen Leib. Insofern vielen Dank für heute. Es war uns wichtig, dass wir es trotzdem noch durchgezogen haben. Wir sind jetzt von normal zwei Stunden Ausschuss auf fünfeinhalb Stunden Ausschuss. Ich gebe zu, es ist jetzt auch meine Grenze erreicht hier vorne. Und ich würde vorziehen, das schafft man so schnell nicht. Aber das reicht jetzt. Und heute Morgen war es noch so, anderthalb Stunden Sanitätsbataillonen der Bundeswehr, die da vorgelagert waren. Das sind jetzt sieben Stunden frontal. Trotzdem vielen Dank, dass Sie auch gewartet haben. Vielleicht war das andere ja auch ein bisschen interessant, was Sie noch hören konnten von den anderen beiden Themen. Es war heute, glaube ich, insgesamt gute, interessante Themen. Ich sage vielen Dank, schließe die Sitzung. Und ja, Sie haben dann jetzt für die verspäteten Abendtermine alle Zeit. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.